Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material und Energierohrstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, euch hier am 26. Februar 2022 zur mittlerweile 30. Episode des Ressourcen.fm-Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute haben wir auch wieder einen Gast und zwar einen Gast, den ihr zumindest aus diesem Podcast noch nicht kennt. Vielleicht kennt ihr ihn von anderen Veranstaltungen oder von anderen Veröffentlichungen und zwar habe ich hier mit dabei den Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo Frank. Hallo. Ja und wenn ich sage, ihr kennt den Frank vielleicht aus anderen Veröffentlichungen. Frank, ich mache nur kurz Einführung. Du bist ein Wissenschaftsjournalist. Ist das richtig, oder? Kann man letzten Endes, da ich meistens in die Richtung geht, kann man das so sagen. Halt Wissenschaftstechnik. Ich schreibe bei Golem alles außer IT. IT-News für Profis, ich schreibe alles außer IT. Sehr gut. Muss ja auch irgendwie ein bisschen was Spannendes dabei sein, ja? Ja, der größte Teil ist tatsächlich Raumfahrt. Ich habe da ja auch mal lange Zeit einen Podcast gemacht und da werden auch nochmal irgendwann ein paar Folgen rausploppen. Das war der Countdown-Podcast und ist dann verlinkt in den Shownotes, sind über 100 Folgen, alles Mögliche zur Raumfahrt. Sehr viel Aktuelles damals auch gewesen. Ist nicht mehr ganz so aktuell, aber wenn man wissen will, was so alles passiert ist, gerade auch wenn es um irgendwas Spezielles geht, kann man ja einfach mal reinhören. War eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin so ein bisschen aus den Latschen gekippt, sage ich mal, als ich das gesehen hatte, dass ich über 100 Episoden aufgenommen habe. Ich dachte schon immer, ich bin mit meinen 30 super gut. So heißt es ja immer so, wenn du über 30... Ich glaube, die meisten Podcasts verschwinden mit deutlich weniger als 10 Folgen. Also von daher bist du mit 30 schon mal richtig gut dabei. Ich habe mal so die Marke von 1% gehört. Über 30 Episoden schafft es nur 1% der Podcasts, die jemals gestartet sind. Kann gut sein. Aber gut, 100 ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Wie gesagt, Link packen wir in die Shownotes. Hört gerne mal rein, sind ein paar ganz interessante Episoden dabei. Und ansonsten schreibst du viele Artikel für Golem. Da haben wir auch jetzt einfach mal, oder packe ich einfach auch mal zwei hier jetzt in die Einleitung mit rein, die ich sehr interessant fand. Und wir werden dann später, denke ich, auch nochmal auf einige Artikel eingehen, beziehungsweise... Ja, du bist ja hier als, ich sag mal, Experte für das Thema Energiespeicherung und Akkutechnologie und schreibst darüber ja auch sehr gerne. Ja, so kam es ja auch. Ich meine, ihr habt ja die Folgen über Lithium gemacht und wir wollten das nur ein bisschen als Addendum dazu machen. Genau. Ja, oder auch als Erweiterung, weil Lithium-Akkus sind ja nicht die einzigen Akkus, die da draußen existieren. Und deswegen sollte man das natürlich auch mal nennen, was es denn da sonst noch so gibt. Ja. Und zwei, also die beiden interessanten Artikel, die ich jetzt hier mal auch reingeschrieben habe, ist einmal und zwar das Thema Wärmespeicherung im Vulkan, beziehungsweise... Bin mir nicht sicher, ob es Vulkangestein oder Magmagestein ist. Da ist die Unterscheidung immer ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es ist Vulkangestein. In dem Fall ist es mehr Magmagestein. Okay. Also es geht mir darum, halt letzten Endes Gestein, das dir nicht kaputt geht, wenn du es heiß machst. Also halt kein Sedimentgestein. Ja, fand ich sehr, sehr interessant. Und das Zweite wäre dann das Thema Druckluftspeicher, dass hier eben auch mittlerweile einige Investoren in den Bereich Druckluftspeicher gehen. Wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin. Ich habe so in der Uni noch gelernt, dass die Druckluftspeicher immer Probleme haben dann mit dem, wenn du es expandieren lässt, dann kühlt das ja wieder ab und so weiter und so fort. Ja, ja, liest dir den Artikel mal durch. Da ist jede Menge in der Richtung, was da gemacht wird. Also ist ja tatsächlich so, man erhöht den Druck der Luft und dabei erhitzt die sich einfach und die Wärme geht ja einfach so verloren. Ja. Wärme speichern. Wärme speichern. Natürlich eine Menge Energie verloren gehen und deswegen nimmt man einfach die Luft aus dem Speicher und heizt das nochmal auf und dadurch hat die nochmal ein bisschen mehr Druck und man kriegt ein bisschen mehr Energie raus. Anderes Problem, das man immer hat, ist, wenn man so einen Druckspeicher hat, also wenn man jetzt, stell dir vor, du hast eine Druckflasche, einfach bloß so wie eine Taucherflasche und lässt da die Luft ab. Da geht natürlich die ganze Zeit Druck verloren und dann müsstest du jetzt eine Turbine haben, die bei jedem beliebigen Druck die optimale Effizienz hat. Und diese optimale Effizienz würde gegen Ende hin immer schlechter werden, einfach weil je mehr Druck du hast, umso effizienter kannst du eine Turbine bauen. Also willst du den Druck möglichst konstant halten und deswegen haben die das in dem Fall hier gemacht, dass sie oben ein Speicherbecken mit Wasser drin haben und wenn der Druckspeicher beladen wird, dann wird das Wasser an die Oberfläche gedrückt und wenn es beladen wird, dann läuft das wieder zurück und hält den Druck praktisch konstant. Also du gleichst das Volumen an Luft, das rausgelassen wird, direkt wieder aus und dadurch bleibt der Druck konstant und dann kann man die Turbine relativ gleich und immer recht effizient laufen lassen. So bahnwitzig übermütig sollte man jetzt bei der Effizienz auch nicht werden, aber naja, immerhin besser als nix. In Deutschland gibt es einen Druckluftspeicher, da verbrennt man stattdessen einfach ein bisschen Erdgas. Das war nämlich der Punkt, ich habe den Artikel nämlich gelesen und darauf wollte ich hinaus, dass es natürlich, ja, wenn man da halt noch Erdgas mit dazu verbrennt, dann ist das zwar, ja, okay, aber vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Allersinnvollste. Ach, sinnvoll ist es. Also sinnvoll ist es trotzdem, weil normalerweise würde man ja sagen, wir speichern überhaupt keine Energie und treiben einfach direkt mit Erdgas eine Turbine an und so rum ist es dann doch sehr viel effizienter. Du brauchst halt bloß einen Bruchteil von der Menge an Erdgas. Gut, kommt immer darauf an, was man jetzt natürlich machen will, ob man jetzt hier eine Erdgasturbine antreiben will oder ob man die Energie speichern will. Ich meine, das ist jetzt so ein Kombikraftwerk, aber ich weiß noch, dass es da auch einige Probleme gab im Betrieb beziehungsweise immer noch gibt und dann auch die Rentabilität von dieser Anlage doch auch immer wieder in Frage stand. Aber klar, das ist eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Erprobungsanlage, die jetzt zwar auch im Produktivbetrieb läuft, aber das ist jetzt noch nicht ausgereifte Technologie, die wir jetzt überall hinstellen können, ja. Aber darum geht es ja auch gar nicht. In dem Artikel ist es genau das Gleiche. Also sehr interessante Artikel, verlinken wir auch mal gerne und gerne mal reinschauen. Ja, du hast aber nicht nur Artikel geschrieben, sondern man kennt dich vielleicht auch vom Chaos Computer Club und zwar da von dem CCC, also von dem Kongress 36 C3, dort hast du zum Thema Energiespeichung. Ja, der allen Leuten auch, der allen Leuten freisteht, also man kann da ja hin, der Kongress wird ja veranstaltet vom CCC, man muss dort nicht Mitglied sein. Ich bin Mitglied bei der, bei der Seabase in Berlin, die locker assoziiert, aber eigentlich mit dem Chaos Computer Club nichts zu tun hat. Ja, da bin ich als Mitgliedsname Natrium, weil ich zu viel über Natrium-Ionen-Akkus gesprochen habe. Ähm, und ja, das wird man noch merken. Sehr schön, ja. Du hattest aber vorher auch schon mal einen Vortrag gehalten auf dem Kongress, und zwar auf dem 35 C3, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich glaube, es war zur Raumfahrt. It's not rocket science. Ich bin mir nicht sicher. Ja, it's not rocket science und, Moment, das war 35, 36 C3 war der von 19, ne? 36 C3 war zur Energiespeicherung, ja, da war ich auch da. Genau, ja. Das war das Resource Exhaustion-Thema. Genau, und 35 war It's not rocket science und 34 hatte ich zwei gemacht auf einer sehr kuscheligen kleinen Bühne und das eine war zu Helium 3. Helium 3, save our ass. Antwort nein. Und der, äh, der Ass ist natürlich ein, äh, ein, äh, flauschiger kleiner Esel, ähm, wie das halt so ist, ähm, Jackass, Ass, ne? Ähm, und, und was war das andere? Das andere war über, äh, Anwendung von Kernkraft in der Raumfahrt. Ähm, äh, und, äh, äh, und, äh, ein paar reale und, äh, eine ganze Reihe von Konzepten, die eigentlich echt Spaß gemacht haben. Super. Nuclear Lightbulb Engine und sowas. Okay, sagt mir gar nichts, da bin ich raus. Äh, 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 da bist du ja bei, was die Raumfahrt angeht, weiter, äh, informiert. Das war ganz lustig, das ist ein, äh, das ist ein Konzept für einen Reaktor, der, äh, praktisch mit gasförmigen, äh, Uran läuft, also halt wie in der Gaszentrifuge das gleiche Zeug, ähm, also Uranhexaflorid und, ähm, ist halt ein Gas und man kann auch einen Reaktor bauen, der mit so einem Gas läuft und dann wird das Gas halt richtig heiß. Und, äh, und, äh, da hat man gesagt, hey, wir könnten doch, äh, das Gas in Quarzröhren haben, sodass das Gas richtig, richtig, richtig böse heiß werden kann, sodass es im UV-Licht, äh, praktisch, äh, die Wärmeabstrahlung macht, also so 20.000 Grad oder so, also so richtig heiß, sodass praktisch kein Material das Ganze wirklich noch aushält, ähm, aber die Quarzröhren werden halt transparent für das UV-Licht. Mhm. Und, äh, dann mit dem UV-Licht, äh, heizt man, äh, Wasserstoffgas auf, sodass es richtig heiß wird, äh, deutlich heißer, als es jemals werden könnte, wenn man es einfach nur mit irgendwas festem aufheizt oder wenn man irgendwas verbrennt und lässt das dann durch eine Düse hinten raus. Okay. Und, äh, das ist halt so das Konzept gewesen. Interessant, ja. Ähm, äh, ist mehr lustig als real, äh, weil, äh, sehr, sehr viele andere Probleme und, äh, aber, hey, auf dem Papierfunktion, funktioniert es echt super. Na gut, gibt's da so ein paar, äh, interessante Vorstellungen, was auf dem Papier funktioniert. Gab's ja auch die, die, diesen Nuklearantrieb mit den Atombomben, die man dann immer wieder ausstößt mit so einem großen Schild hinten dran, so. Da, da, da hatte ich mich damit beschäftigt. Ja, genau, 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 ja. Protect O'Reign. Ähm, von, von Freeman Dyson, ich muss mal gucken, äh, Freeman Dyson, der, 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 ja, genau, der ist vor zwei Jahren gestorben. Oh, okay. Vor, am 28. Februar 2020, der wurde 97. Okay, hat er vielleicht nicht so viel mit Uran gespielt, wenn er so alt geworden ist? Ähm, nö, nö, der war größtenteils theoretischer, äh, Physiker und Mathematiker und so. Also, also, Freeman Dyson hat einfach auch einen geilen Namen. Mhm, auf jeden Fall. Gut, die 34C3-Vorträge sind, glaube ich, nicht abrufbar. Vom 36C3 und vom 35C3, die beiden Vorträge sind abrufbar über Media CCC. Zumindestens habe ich die anderen beiden Vorträge über Media CCC, äh, vorher nicht gefunden. Ähm, wenn du sie nochmal findest, dann pack das gerne nochmal in die Show Notes. Ja. Also, äh, tatsächlich, ich musste bloß einmal, äh, eintippen. Einmal googeln und... Also, ich hatte deinen Namen angegeben, vielleicht lag es daran, vielleicht, ähm... Daran lag es, äh, ich war damals unter TP1024. Ah, okay, gut. Dann vernichte ich damit natürlich nicht mit deinem Originalnamen. Oder, ist ja immer die Frage, was das Original ist. Genau. Das ist natürlich das Original, weil dieses Original, äh, entstand irgendwo, äh, im Kinderzimmer sozusagen, äh, äh, 1997, äh, glaube ich. Als ich Master of Orion gespielt habe und die, und für die Mekla einen Namen eingeben sollte, äh, wie möchtest du denn als Herrscher gerne heißen? Und, äh, das sind halt immer so Maschinenwesen, äh, irgendwie zwei Buchstaben und dann irgendeine Zahl und ich kam nur so auf TP für Turbo Pascal. Okay. Und 1024, naja, also zwei hoch. Ja. Äh, zwei hoch, äh, zehn einfach und fertig. Okay, verstehe, verstehe. Den hast du ja als abgelegt, äh, mit Natrium oder verwendest du den immer noch? Ähm, nee, den verwende ich nach wie vor. Das ist, äh, Natrium ist einfach nur, äh, für die, äh, ja, also für das EBS halt. Verstehe, verstehe. Das, ich wollte erst, aber dann hieß es, ey, du, äh, du willst damit auch gerufen werden, das ist eine Scheißidee. Okay, verständlich, ja. Gut, wir sind heute aber, ähm, vor allen Dingen für zwei Themen da. Eigentlich hatten wir uns ja auf ein Thema geeinigt, sag ich mal, äh, eben das, was wir auch schon angesprochen hatten, das Thema Akkutechnologie und, ähm, Energiespeicherung. Und jetzt hat uns so ein bisschen die Realität überholt, äh, wer von euch in den letzten Tagen, ja, Nachrichten gehört hat, der wird nicht außenrum gekommen sein. Wir haben so einen kleinen Konflikt bei uns in der Nachbarschaft, ähm, zwischen der Ukraine und Russland. Und, ähm, da muss ich auch nochmal sagen, ja, kulpa mir, ich hab das komplett falsch eingeschätzt. Wir hatten da in den letzten Episoden auch schon mal drüber gesprochen, da hab ich so gesagt, ja, Russland, die werden da nix machen, da haben sie gar kein Interesse dran, weil Rohstoff und Handel und Co. Ja, das war offensichtlich falsch, also wir haben einen, äh, ausgewachsenen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und, ähm, das ist natürlich nicht schön, äh, von den ganzen Einzelschicksalen und Co. mal abgesehen, äh, die sind super schlimm und doof und Krieg ist immer doof. Es gibt aber auch so ein paar Implikationen dann auf der, ähm, Wirtschaftsseite und da hab ich mal ein bisschen so zusammengetragen, was, was, was liefern die denn uns eigentlich so, ja, wo sind wir da von denen abhängig, wo sind die vielleicht auch von uns abhängig? Ähm, bei der Ukraine ist es jetzt vor allen Dingen das Neongas, ähm, das von dort kommt, ja. Ähm, ich geb dir mal ganz kurz noch ein, ein, äh, ein Buchtipp auf dem Buch, äh, nennt sich The Great Illusion, äh, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Das ist immer gut, ich würd's empfehlen, den man nicht gelesen hat, ja. Genau, äh, ich, ich hab's einfach bloß im Kopf, äh, zu dem Thema, äh, und das wurde, ich glaub, 1909 zum ersten Mal veröffentlicht und, äh, da hat jemand den, äh, gesagt, ja, in Europa wird es keinen Krieg geben, weil, äh, die Leute sind ja wirtschaftlich alle viel zu stark voneinander abhängig. Ähm, also ich hatte es mindestens mal angelesen, also ansonsten wär's mir auch nicht im Kopf, aber ich glaub, komplett hab ich's nicht gelesen. Ja, da bin ich ja auch von ausgegangen, muss ich ja gestehen, ähm, dachte halt auch, dass, das lohnt sich für keinen, aber da ist halt vielleicht dann auch die russische Perspektive eine andere als die, die ich jetzt hier als, äh, deutscher Wessi-Westler, keine Ahnung was, wie auch immer man mich bezeichnen möchte, hab. Ähm, scheinbar ist das für die lohnenswert oder die haben da irgendwie andere Interessen, aber da will ich auch gar, ich bin ja gar kein Außendingster-Experte und auch kein, ähm, Militärstratege oder sowas, sondern meine Brötchen sind ja die Rohstoffe, sag ich mal. Und deswegen überlasse ich das anderen schlauen Menschen, die das, äh, sich da Gedanken drüber machen dürfen, was Putin so macht. Wie gesagt, du bist da, du bist mit dem, mit diesem Irrtum nicht allein gewesen, äh, den hat man schon, den hat man auch schon vor 100 Jahren gemacht, diesen Irrtum. Ah, ja, okay, ja, 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 gut, da gibt es ja viele Vergleiche aktuell, ja. Ja, gut, aber was bedeutet das für uns, ähm, wir haben Neongas aus der Ukraine, das, äh, wir als Europa gerne importiert haben, jetzt kann man sich so überlegen, ich hab eh keine Neonröhre mehr, betrifft mich ja nicht, aber es gibt noch sowas anderes, das nennt sich Halbleiter. Ich, ich frage mich gerade, wo das, wo das Neongas herkommt, äh, das kommt eigentlich direkt aus der Luft, oder? Ähm, in der Ukraine weiß ich jetzt selber gar nicht. wie die das herstellen? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, woher das genau kommt. Also beim Argon weiß ich, dass es einfach aus der Erde kommt, weil das entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Kalium-40. Ja. Aber beim Neon weiß ich es nicht. Weiß ich auch nicht, liefere ich nochmal nach. Ich weiß jetzt nur, dass halt von dem, also du brauchst ja eine gewisse Reinheit an diesem, von diesem Neongas, also Semiconductor Grade heißt das dann. Und da kommt zum Beispiel jetzt für Europa halt die größte Menge aus der Ukraine, aber auch für die Amerikaner, die beziehen das meiste von ihrem Semiconductor Grade Neongas aus der Ukraine. 90 Prozent so ungefähr. Und das ist jetzt natürlich erstmal schwierig, wenn das halt unterbrochen ist. Zum Beispiel ASML, von dem wir ja auch schon öfters hier im Podcast gesprochen haben. Große Fertiger von solchen Anlagen, um Fotolithografie zu machen in dem Bereich. Die haben jetzt angefangen, sich umzuschauen, wo kriegen wir denn jetzt unser Neongas her, wenn wir das nicht mehr aus der Ukraine bekommen. Wobei die angeblich nur 10 Prozent von ihrem Neongas aus der Ukraine bekommen. Aber gut, muss ich ja trotzdem mal umschauen. Also ja, das könnte nochmal laut der allwissenden Müllhalde. Ja, die allwissende Müllhalde. Die allwissende Müllhalde sagt, 90 Prozent der Neonproduktion kommt aus Russland und der Ukraine. Okay. Also sowohl als auch. Ja, gut. Die beiden im Krieg sind dann, das ist ja doof. Und es kommt tatsächlich, es kommt tatsächlich aus der Luft. Also wird einfach durch, durch Destillation der Luft, von flüssiger Luft, mit erzeugt. Okay. Ist wahrscheinlich einfach eine Frage, ob man die entsprechenden Anlagen gebaut hat, ob man die, ob man Neon damit erzeugen kann oder nicht. Ja gut, vielleicht auch wegen Energieversorgung und so. Wenn die günstig ist, dann lohnt sich das vielleicht eher. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Es wird eine ganze Menge Luft, flüssige Luft gebraucht für sowas wie Stahlverhüttung und sowas. Und weil du brauchst ja für den Bessemerprozess, glaube ich, brauchst du flüssige Luft zum Einblasen in die, also flüssigen Sauerstoff zum Einblasen in die, in den Stahlkonverter. Und natürlich brauchst du es auch für, für die Raumfahrt. Also flüssiger Sauerstoff ist ja ein Bestandteil von dem, vom Treibstoff immer. Okay. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob die da eine Koppelproduktion in den Prozessen haben. Muss ich gestehen, hätte ich mich vielleicht mal mehr mit dem Prozess auseinandersetzen sollen. Ja, aber ja, gut, aber da gibt es wohl minimale Unterbrechungen, auch wenn die Chip-Hersteller gerade sagen, nur unsere Zulieferer, aber wir noch nicht. Aber mal gucken, wann das dann bei denen aufschlägt oder ob bei denen aufschlägt. Und dann gibt es natürlich auch nochmal andere Rohstoffe, die jetzt aus der Ukraine oder aus Russland kommen. Insgesamt kann man auch sagen, so das, was aus der Ukraine kommt, kommt zum großen Teil auch aus Russland. Aber das liegt halt einfach daran, dass Russland gefühlt so ziemlich jedes Material liefert, das es gibt, weil die halt einfach ein supergroßes Land sind mit sehr vielen Rohstoffen. Ja, wenn du irgendwie elf Millionen Quadratkilometer oder sowas hast, dann hast du natürlich auch jeden Scheiß irgendwo rumzulegen in der Erde. In der Ukraine unter anderem eben auch sowas wie Gallium, Mangan oder Titan. Bei Mangan hatten wir vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, gut, ist jetzt halt die Frage, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht. Da gibt es ja einige Lieferanten für Mangan. Und wenn das Ganze mit dem Deepsea-Mining, was ja ein super interessantes Thema aus meiner Sicht ist, wenn das mal vorangeht, dann könnte das ja auch als Koppelprodukt da rausfallen. Worum ich mir persönlich aber ein bisschen mehr Sorgen mache, ist das Thema Getreide. Und zwar ist ja die Ukraine so ein bisschen die Kornkammer in der Region. Und wenn da jetzt halt Krieg ist, dann ist das jetzt nicht unbedingt förderlich, um der Landwirtschaft zu betreiben. Und da gibt es ja schon die ersten Prognosen auch, dass da Getreideprodukte eben teurer werden, weil jetzt auch durch die Versorgungsunterbrechung mit dem Erdgas, das ja aus Russland kommt, oder wo damit gerechnet wird, dass es früher oder später mal eine Versorgungsunterbrechung geben wird, da sehr viel von dem Erdgas verwendet wurde, um den Kunstdünger eben herzustellen. Und wenn jetzt sowohl die Ukraine mit ihrer Getreideproduktion oder mit ihrer Landwirtschaftsproduktion zurückgeht, als auch dann die Düngemittelproduktion zurückgeht, dann hat das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Landwirtschaft bei uns und überall auf der Welt. Und dann ist das nicht so witzig. Aber mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, ist dann mal ein guter Grund zu schauen, ob man Stickstoffdünger, wofür es ja gebraucht wird, nicht auch ein bisschen effizienter benutzen kann, damit man nicht ganz so viel braucht. Ja, oder einfach dann auch, wir haben ja eh das Problem, dass wir eigentlich in Deutschland überdüngte Felder haben, weil wir ja so viel mit Mastbetrieben und Co. und die Bauern da ja eher ihre Abfälle irgendwo loswerden müssen. Und deswegen ist das ja eigentlich alles konstant überdüngt. Aber da müsste man halt mal gucken, wie man das effizienter machen kann. Dann gibt es ja auch einige schöne Lösungen, wo man dann irgendwie gezielt den Boden analysiert und guckt, wo verteile ich jetzt welchen Dünger und wie. Und ist ja auch im Sinne von dem Phosphor-Thema, dass ja auch mit Marokko so eine angestandte Situation mit der Versorgung mit Phosphor ist, könnte man da auch noch mal drauf schauen. Könnte man dann ja mehrere Fliegen mit einer Klappe auch schlagen. Aber natürlich alles hilft uns kurzfristig jetzt nichts, sondern das ist alles mittel- bis langfristige Überlegungen, eher mittelfristig, wie man das Problem mal angehen könnte. Jetzt in der nächsten Periode werden wir jetzt im Herbst mal sehen, ob dann die Prognose, dass die Lebensmittelpreise höher sind als heute, also sind sie mit großer Wahrscheinlichkeit, aber ob das dann darauf zurückzuführen ist, auf diesen Konflikt hier, das werden wir dann im Herbst eben sehen. Was ja direkt teurer geworden ist, ist sowas wie ja eigentlich alle Petrotech-Güter, alles was irgendwie auf Erdöl basiert, also vor allen Dingen die ganzen Treibstoffe, Diesel, Benzin und Co., weil ja natürlich Russland halt da auch ein bisschen was liefert, unter anderem auch durch die Ukraine. Und da, was mich überrascht hat, was dich nicht überrascht hat, dass die EU 40 Prozent des importierten Erdgas aus Russland bekommt. Also ich wusste immer, dass es viel ist und so, aber das hat mich dann doch überrascht. Es war immer recht viel, ja klar. Ist ja auch direkt nebenan. Also woher soll es sonst kommen? Ja, ja. Ja, und gut, mit Nord Stream 1 und 2, also gut, 2 ist ja jetzt erstmal vom Eis, also vorläufig, muss man ja auch gucken, ob wir das wirklich durchziehen. Aber mit Nord Stream 1, da kommt ja immer noch viel, oder könnte theoretisch viel Erdgas durchkommen. Ja, wird auch noch. Ja gut, aber die Kapazitäten sind da jetzt schon seit längerer Zeit nicht komplett ausgereizt. Ja. Also Nord Stream 2 war ja politische Überlegung, jetzt gar nicht mal eine wirtschaftliche Überlegung. Ja, gut, was kommt noch aus Russland? Also was ich noch aufgreifen wollte, ist das Thema Antimon, Palladium und Diamanten. Antimon, einfach weil es auch in der Halbleiterindustrie teilweise wichtig ist, Palladium ebenso und weil es halt einfach auch in ganz vielen, also Abgaskatalyse-Toren, gut, da wird es nicht mehr ganz so sehr eingesetzt in so großen Mengen, aber es ist einfach ein relevantes Element oder die Platin-Gruppen-Metalle im Allgemeinen. Und warum nenne ich hier Diamanten? Und zwar haben wir ja jetzt Handelsrestriktionen versucht zu erlassen oder erlassen als Europa. Und da sind so ein paar Sachen außen vor gelassen worden. Und auf Bestreben Italiens, wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde insbesondere auch der Handel mit Diamanten nicht unter eine Sanktion gestellt für die Schmuckproduktion. Was mich ehrlich gesagt ein wenig verwundert hat, so bei Erdgas kann ich die Logik ja irgendwo noch verstehen, dass man sagt so, wir wollen nicht, dass unsere Bevölkerung kalte Ducke. Ja, dann willst du, dass die Leute ihre Klunker nicht kriegen. Ja, gut, okay. Kann man dann auch wieder argumentieren, so Oligarchen und Klunker und Co. Aber gut, das ist dann jetzt auch Spekulation. Ja. Ja, was ich auch überraschend fand, ist, dass wir eigentlich mehr nach Russland exportieren, als dass wir importieren. So mal um Größenordnungen in den Raum zu werfen, wir exportieren ungefähr Waren im Wert von 30 Milliarden Euro. Und wir importieren im Rahmen von 19 Milliarden Euro. Davon ungefähr 2,8 Milliarden Euro im Metallbereich, also Metalle. So 600 Millionen Euro für Platin-Gruppenmittelhalle, 595 für so Kupfer-Noden, Kathoden-Kupfer und circa 900 Millionen Euro für so Eisenerz, Raffinadenickel, Aluminium-Titan-Produkte. Also alles so Metalle und Sachen, die dann auch vielleicht in unserer Wirtschaft nachgefragt werden. So Automobilwirtschaft und so. Ja, ich glaube, eine ganze Menge davon ist auch durchaus in Ostdeutschland mit, einfach weil historische Beziehungen einfach existiert haben. Ja, und Sprachbarriere dann auch ganz gut ist, ja. Haben wir viele Russisch gehört. Ja, relativ. Also zumindest so, es gibt dann halt gewisse kulturelle Verbindungen schon und dann, ja. Dann kommt das halt zustande. Was mir da gerade kommt, wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja so diesen Vorwurf, dass Putin hier die russische Einflusssphäre wieder ausdehnen möchte auf die Sowjet-Ära-Ausdehnungssphäre. Da würde ja Deutschland eigentlich auch mit reinfallen, zumindest zur Hälfte. Ja, und ich habe mich auch wahnsinnig aufgeregt, als die Titanic, dieses komische Satire-Magazin, da gesagt hat, hier greift doch die Ost-, die, nee, was hatten sie gesagt, die Westukraine an und haben dann so Ostdeutschland eingezeichnet. Ja, nee, also, und so weit sind wir ja gar nicht mehr weg. Das kommt ja noch dazu. Also die Geschichte ist ja durchaus bekannt. Ich meine, ich war sechs Jahre alt, als die Mauer gefallen ist und ich habe gefragt, wieso machen die die Mauer kaputt? Ich meine, China hat doch auch eine Mauer, die ist doch auch ganz berühmt. Ey, komm, so mit sechs Jahren ist die Welt noch ein bisschen einfacher. Auf welcher Seite bist du eigentlich aufgewachsen? Also für mich ist die Mauer ja komplett nicht präsent, also außer aus dem Geschichtsunterricht, aber ich habe da ja überhaupt keine Bindung dazu. Für mich ist Deutschland Deutschland und Ost-West-Sinn für mich. Ich komme aus der südlichsten Ecke von Sachsen-Anhalt. Ah, okay, okay. Also zwischen Jena und Leipzig aufgewachsen. Ja, verstehe. Aber es ist eh so skurril, weil es für mich halt irgendwie so, ich bin europäisch aufgewachsen, fühle mich auch als Europäer und dann sind das so Sachen, wo ich denke so, sind wir dann nicht irgendwie schon seit Jahrhunderten drüber hinweg, aber so lange ist das alles halt auch noch nicht her. Es ist nicht so lange her und es ist vor allen Dingen auch, also die Perspektive aus Ostdeutschland heraus war eine sehr viel andere als von anderswo. Das glaube ich gerne, ja. Ja. Aber ich glaube, das können wir irgendwann anders mal diskutieren. Richtig. Genau. Ja, um die Zahlen noch mal ganz kurz ins Verhältnis zu setzen und dann können wir nämlich auch gleich weitermachen mit dem Thema Energiespeicherung und Akkutechnologie und Co. Ich habe ja gesagt, hier 2,8 Milliarden Euro an Metallimporten für Deutschland. Was bedeutet das denn jetzt im Umkehrschluss? Also ungefähr 44 Prozent des gesamten Raffinadenickels wird aus Russland importiert, 41 Prozent der Titanenstangen und Profile und Drähte und so einem Zeug wird aus Russland importiert und 20 Prozent des Rohaluminiums und des Kathodenkupfers. Also schon auch, also das sind schon Prozentzahlen, wo ich sage, das ist schon sehr relevant, ja. Dazu kommen dann eben, wie schon gesagt, Palladium, Nickel, Vanadium, Antimon und Kobalt. Also auch alles Sachen, die vielleicht in der Energiewende eine Rolle spielen könnten. Und wenn das jetzt natürlich halt vom Handel her schwieriger wird, dann wird das natürlich, ja, dann ist das halt ein Problem. Und auf der anderen Seite natürlich auch für Russland ein Problem, weil denen die Devisen wegbrechen, aber die sind da ja ganz gut vorbereitet, wir halt nicht so. Ja, gut wäre es natürlich gewesen, wenn du jetzt noch die Mengen davon jeweils hättest, so in Tonnen, das ist immer sehr hilfreich, dann kann man das etwas besser einordnen, wie viel das eigentlich ist. Aber ja, so gerade, was so Nickel und sowas angeht, weil Nickel ist für Akkus relativ wichtig geworden. Am Ende nicht ganz so wichtig, wie es manche gehofft hatten, die damit Geld machen wollten. Wie das halt immer so ist. Dafür freuen sich natürlich jetzt die Lithium-Leute in Ast. Und darum soll es ja auch gehen. Also das ist so ein bisschen auch der Anlass gewesen, nochmal drüber zu sprechen, weil die Lithium-Preise sind halt echt sowas von durch die Decke gegangen. Das ist ziemlich unglaublich. Also wir sind jetzt im Februar 2022. Vor 15 Monaten hatten wir noch den November 2020. Das ist nicht so lange her, bis 2020. Also etwas mehr als ein Jahr halt. Und in diesen 15 Monaten hat sich der Lithium-Preis mehr als verzehnfacht. Also wir waren damals bei, also zumindest auf den chinesischen Spot-Märkten. Die sind jetzt ein bisschen immer übertrieben. Also wenn Lithium-Schwemme ist, dann ist der Preis unterirdisch. Und wenn es knapp wird, dann geht er natürlich ein bisschen durch die Decke. Aber er zeigt zumindest sehr gut immer die Richtung an. Und praktisch alles, was dann später an Verträgen ausgehandelt wird, das hängt natürlich von den Spot-Märkten ab. Oder zumindest sieht man das, sieht man in den Spot-Märkten, wohin es dann geht. Und ja, so halt Ende 2020 rum waren wir noch bei 39 Yuan pro Kilogramm Lithium-Karbonat. Und jetzt sind wir bei 475. 39, 475, das ist ein kleiner Unterschied. Das ist, ja, in der Tat ein kleiner Unterschied. Ja, oder in Euro umgerechnet ungefähr 65 Euro pro Kilogramm. Dazu sollte man sagen, man braucht ungefähr 700 Gramm Lithium-Karbonat-Äquivalent für eine Kilowattstunde. Und da sind wir dann so bei ungefähr 50 Euro pro Kilowattstunde. Wahnsinn. Wenn man denn auf den Spot-Märkten irgendwie kurzfristig dringend Lithium-Karbonat einkauft. Ja, muss man auch dazusehen, warum wurden oder warum werden denn hier die Spot-Preise verwendet? Naja, 2020 war der ganze Markt halt noch sehr unterentwickelt, weswegen es da halt einfach auch noch keine wirklichen Future-Kontrakte gab. Also das wurde dann über vorwärts gemacht. Und die sind halt natürlich irgendwelche Hinterzimmer-Deals, sage ich jetzt mal böse gesagt, die kann man nicht unbedingt so gut einsehen. Ja, also da gibt es dann so Umfragen und so. Ja, genau, aber das ist halt auch, ja, das ist halt keine, also da gab es damals noch keine Börse, so langsam gibt es da jetzt Bestrebungen, das aufzubauen, beziehungsweise hat man auch schon aufgebaut, so Benchmark-Mineral hat man jetzt auch irgendwie schon zum hundertsten Mal erwähnt in diesem Podcast. Aber die haben da ja viel gemacht und haben da ja ihre Marktlücke in diesem Bereich des Datenanbietens eben gesehen. Und das ist schon ein sehr spannender Markt. Ja, wobei ich die, finde ich, sehr zuverlässig halte. Also die sind da doch sehr, mit manchen sehr merkwürdigen Annahmen unterwegs. Ja gut, die Annahmen, die meine ich jetzt gar nicht mal so sehr, sondern ich meine jetzt die Aussagen über die Preise oder wie sie die eben bilden. Die versuchen halt mal einen Common Ground zu schaffen, dass man überhaupt irgendwie einen Referenzpunkt hat. Und das finde ich machen sie eigentlich ganz gut. Ja, das ist okay, aber so die Marktanalyse und so weiter, die kannst du knicken, in meinen Augen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, alles, was ich an Analystenstimmen von über Akkus gesehen habe, alleine schon, wenn man sich den Track Record anguckt, einfach so, was haben die früher so gesagt und wie ist es gekommen? Da gibt es doch diverse Diskrepanzen, die man durchaus, sagen wir mal, hätte erahnen können. Okay. Gut, habe ich jetzt nicht gemacht, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Aber ich hätte es auch gesagt zu Prognosen, auch am Aktienmarkt sind ja immer so, Prognosen treten eigentlich so gut wie nie ein und hast immer eine Abweichung. Aber klar, ist natürlich die Frage, wenn alle anderen irgendwie halbwegs richtig liegen und du selber nicht, dann sollte man sich schon mal so Gedanken machen, so hust, hust in die Richtung internationale Energieagentur schauend. Genau. Wenn du sowas startest, dann ist halt doof. Ja, also wenn irgendwie alle Leute Lithium-Eisenphosphat-Akkus bauen und die größten Hersteller der Welt sagen, hier, wir werden jetzt jede Menge davon bauen und man dann immer noch sagt, ach nee, das ist alles, das ist ein Mirage, das ist eine Fata Morgana, das verschwindet alles wieder. Letztes Jahr, es ist echt unglaublich, das war irgend so ein Bloomberg-Analyst, glaube ich, total toller britischer Akzent, völlig arrogant auch, meinte halt, das ist so eine Fata Morgana, das geht alles wieder weg. In dem Jahr wurde in China mehr als 50 Prozent Lithium-Eisenphosphat-Akkus hergestellt. Das geht alles wieder weg. Also ich sage ja, was dort an Analysten unterwegs ist in dem Feld, ist echt unglaublich. Ja, die sind halt, ja, ich weiß nicht, also die westliche Akku-Welt ist halt sehr davon geprägt, dass man nach Hightech-Produkten sucht, dass man der Meinung ist, das Einzige, was irgendwie bestehen kann, sind die Akkus, die die höchste Energiedichte haben, also die meiste Energie irgendwie speichern können und alles andere ist völlig irrelevant und verschwindet sowieso von alleine. Und das entspricht halt nicht der Realität. Die Realität ist am Ende so, wenn du nicht genügend Ressourcen hast oder wenn die Ressourcen so teuer sind, Nickel, Kobalt, so Kram, dann bist du halt nicht konkurrenzfähig, wenn was anderes billiger ist, auch wenn es ein bisschen größer ist oder ein bisschen schwerer ist. Und gerade der Unterschied zwischen den üblichen Akkus mit Nickel und Kobalt, also Nickel, Mangan, Kobalt, Oxid als Kathode und Lithium-Eisenphosphat als Kathode ist halt, das eine ist wahnsinnig temperaturempfindlich und das andere nicht. Und dann kannst du den Akku einfach sehr viel einfacher bauen, wenn er nicht so empfindlich ist. Oder auch einsetzen. Also ein Auto steht ja mal draußen. Ja, und du sparst halt auch eine ganze Menge an Konstruktionsaufwand dabei und eine Menge an Gewicht und dann spielt die Energiedichte keine ganz so große Rolle mehr. Und das kam denen einfach nicht in den Sinn und die wollten es auch nicht glauben, obwohl es halt ziemlich offensichtlich war. Aber naja. Wie das halt so ist. Wir werden noch sehr viel genauer darauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Aber können wir eigentlich auch fast machen. Also du hast ja einen Artikel auch dazu geschrieben im Grunde, den verlinke ich ja auch gerne mal, zu dem Lithium-Eisenphosphat-Akkus in China, dass die mittlerweile über 50 Prozent der dortigen Produktion ausmachen. Und was ich da auch sehr interessant fand in dem Artikel, dass es wohl so Bestrebungen gibt, so eine Art Lithium-OPEC aufzubauen. Also so ein, ja. Naja, das nicht. Aber es gibt halt, du kannst dir halt vorstellen, es gibt eine, der Markt konzentriert sich jetzt halt sehr stark, dadurch, dass die Preise halt so wahnsinnig hochgehen. Und jeder versucht, noch ein paar Konkurrenten aufzukaufen, um noch ein bisschen mehr zu produzieren. Und die haben natürlich Interessen daran, die Preise möglichst hoch zu halten. Das ist völlig normal. Also da, das ist noch, da braucht man keine Verschwörungen irgendwie zu, herbeizufantasieren. Das passiert einfach. Das ist völlig normales Marktgeschehen. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass man die Preise jetzt möglichst nicht, nicht ins Bodenlose fallen lässt. Was natürlich passieren kann, wenn Lithium plötzlich mal ersetzt wird. Weil alle Leute gehen davon aus, nee, Lithium, Lithium kann nicht ersetzt werden. Das geht nicht. Ja, beziehungsweise, ich meinte jetzt auch gar nicht Verschwörung oder sowas, sondern was das Bestrebene ja auch vor allen Dingen ist, die Preise halt stabil zu halten auf einem stabilen Niveau, damit man eben da überhaupt mal planen kann. Ja, das war in den letzten Jahren, hat man auch das letzte Mal in der Episode, glaube ich, gesagt, dass es halt schwierig ist, da irgendwie Bergbauprojekte anzustoßen. Es braucht so ungefähr zwei, das hast du, glaube ich, auch geschrieben, man braucht ja ungefähr zwei Jahre für so eine Batterieproduktion, um die hochzufahren, wenn man sich beeilt. Genau. Und bei so einer Mine, da sind das halt fünf bis zehn Jahre, ja. Und das ist halt dann, da gibt es halt definitiv eine Diskrepanz. Und wenn ich jetzt halt überall irgendwelche Battery, Mega-Factory, keine Ahnung, wie die Dinger immer heißen, irgendwo hinschmeiße, ja, irgendwie so mit Luftabwurf gefühlt von Tesla, wir bauen da jetzt mal was, dann ... Und Tesla ist jetzt gar nicht mehr ... Also kollektiv macht Tesla gar nicht mehr so viel aus. Stimmt, ja. Also im Vergleich. Also in Europa wurde letztes Jahr angekündigt, bis zum geht nicht mehr. Und dann ist es kein Wunder, dass plötzlich alles durch die Decke geht, weil die brauchen natürlich Lithium. Die haben versucht, das alles aufzukaufen. Und irgendwann kommst du dann halt an deine Grenzen. Ja, da ist ja auch die aktuelle Prognose weiterhin, dass der Verbrauch definitiv über dem Angebot liegt. Und dann muss man halt mal schauen, was da passiert. Entweder die Verbraucher gehen irgendwie pleite, weil sie ihr Lithium nicht beikriegen und ihre Produktion nicht auslasten können. Oder aber das Angebot muss halt nachziehen. Und wenn das halt fünf bis zehn Jahre braucht, dann müssen wir mal gucken, wie das geht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar, die da ein bisschen schneller sind. Ich tippe ja immer noch auf die Lithium-Produktion aus Geothermie in Deutschland. Aber mal gucken. Das ist vielleicht auch eine Hingespinz, weiß ich nicht. Es braucht halt alles eine Weile. Ich meine, in Deutschland, das wird von Vulcan Energies gemacht. Das ist eine australische Firma. Und die sagen, sie haben positive Vormachbarkeitsstudien gemacht. Also Disclaimer an der Stelle. Also noch nicht mal Machbarkeit, sondern Vormachbarkeit. Disclaimer an der Stelle. Ich habe mir da Aktien gekauft. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, das ist hier nicht. Ja. Mir wurde zugetragen, man sollte sich nicht zu negativ über diese Firma äußern, weil es gibt schon Leute, die verklagt wurden. Echt? Ach, warte. Ja. Naja, für irgendwelche Aussagen. Frag mich nicht welche. Okay. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Deswegen brauchst du mich nicht fragen. Aber ja, also es ist, Lithium ist gerade im Feld, das doch sehr merkwürdig ist, wo auch halt Leute, die durchaus viel Erfahrung haben, letzten Endes, wo man schon merkt, okay, die wissen, worauf es ankommt, aber sie hören halt im Wesentlichen nur auf Leute, die schon immer Lithium gemacht haben, die schon immer Lithium, dort nur geforscht haben mit Lithium-Ionen-Akkus und sonst nichts. Und deswegen sind sie auch der absoluten Meinung, dass das nicht ersetzt werden kann, weil ja, niemand redet von was anderem. Und so ähnlich ist das halt auch in Deutschland. Es ist halt ein Hype. Es ist, es ist irgendwo ein Hype. Der Hype hat natürlich auch Substanz. Absolut. Also es ist keine Frage, dass Lithium-Ionen-Akkus jetzt gerade die beste und billigste Akkutechnologie sind, die man kriegen kann. Auch wenn man nicht unterschätzen sollte, wie wichtig Blei-Akkus sind. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich war an der Uni auch mal in einem Projekt mit drin. Also mittlerweile 2012 war das. Und da ging es auch darum, so ein Lifecycle-Assessment von verschiedenen Akkutechnologien zu machen und da wirklich mal so eine Szenarioanalyse zu machen. Und da war ich dann damals auch so, als ich dann halt, also ich habe dann nur ein paar Monate drin gearbeitet in dem Projekt als Werkstudent oder als Hiwi. Und da kam dann auch raus, dass Blei-Akkus eigentlich super gut sind, weil die halt auch super zum Recyceln sind. Die haben halt eine sehr schlechte Energiedichte und sowas. Also im Vergleich jetzt zu einem Lithium-Ionen-Akku. Aber du kannst die halt, wenn du Fläche hast, wenn du genug Blei hast, also es ist halt Blei und Säure und das war es so. Also da brauchst du halt eigentlich nicht viel dafür. Ja, das Zeug stammt von 1859 oder sowas. Oder 57. Und hat bis 2020, inklusive 2020, war das die dominierende Technologie. Also für 160 Jahre. Das ist erstmal, das ist eine Leistung. Das muss man erstmal hinkriegen. Auf jeden Fall, ja. Und ja, wurde jetzt halt abgelöst, tatsächlich durch Lithium-Ionen-Akkus. Also da ist schon mehr als nur Hype dahinter. Das ist schon, das hat auch seine Gründe. Und darauf werden wir jetzt mal eingehen. Also die ganze Technologie entstand so ansatzweise in den 60er Jahren. In den 60er Jahren gab es von Ford und ein paar Leuten, die für Ford gearbeitet haben, die sogenannten Alkali-Schwefel-Batterien. Alkali, Alkalimetalle kennt man, also Lithium, Natrium, Kalium hauptsächlich. Ein bisschen Cäsium, was war es noch? Cäsium, Rovidium und noch irgendwas. Frankium oder sowas. Frankium, genau, ja. Aber das ist ja nicht wirklich. Ja, völlig egal. Aber im Wesentlichen ging es halt darum, okay, wir haben Schwefel auf der einen Seite, wir haben das Alkalimetall auf der anderen Seite. Dazwischen machen wir eine Keramik, sogenannte Beta-Alumina, was ein Aluminiumoxid mit ein paar Freistellen sind, wo sich dann halt die Alkali-Ionen relativ frei bewegen können, zumindest wenn es heiß genug ist. Und ja, daraus kann man dann eine Batterie bauen und das hat man festgestellt und gesagt, hey, wir machen mal. Und Ford hat damals die Natrium-Schwefel-Akkus entwickelt, die dann auch halbwegs funktioniert haben. Man wollte Lithium nehmen, aber Lithium brauchte nicht 350 Grad Betriebstemperatur, sondern 450 und da wurde es dann mit dem Schwefel alles etwas schwierig, weil Schwefel ist eigentlich verband mit Sauerstoff und da gibt es dann Korrosionseffekte und so und das will man dann alles auch nicht mehr haben und das funktioniert dann auch nicht mehr so ordentlich, aber mit Schwefel, mit Natrium ging es dann so gerade. Und das war halt eine sehr merkwürdige Batterie, weil du hast halt praktisch in der Mitte ein festes Elektrolyt und rechts und links davon hast du eine flüssige Anode und eine flüssige Kathode. Die Anode ist das Natrium oder Lithium. Also du baust die Batterie praktisch zusammen. In der Mitte ist halt wie gesagt diese Keramik und rechts und links davon hast du einmal eine Anode und einmal eine Kathode. Ja. Und die sind jeweils noch elektrisch verbunden. Okay? Ja, okay, soweit klar. Also, okay, wenn du die jetzt so zusammengebaut hast, in diesem Fall, das ist etwas ungewöhnlich, in diesem Fall ist die praktisch schon geladen. Also du kannst die dann, so wie sie ist, dann entladen, musst du bloß entsprechend aufheizen. Und wenn du die entlädst, dann wandert das Natrium in Form von Natrium-Ionen, also gibt ein Elektron ab und ist dann ein Ion und wandert durch die Keramik durch. Als positives Ion gleichzeitig fließt das Elektron den langen Weg außen durch das Kabel rum zur Kathode, dort, wo der Schwefel ist. Der Schwefel leitet überhaupt keinen Strom, überhaupt nicht gut. Da muss eine ganze Menge Kohlenstoff, so Graphit und so Zeug mit drin sein, damit da überhaupt irgendwie ein bisschen Strom geleitet wird zum Schwefel. Aber dort, wo der Schwefel dann mit dem Natrium zusammenkommt, gibt es dann halt eine chemische Reaktion. Da wird energiefrei. Deswegen kriegt man ein bisschen Energie daraus, eine gewisse Spannung. Und ja, dann ist der Akku zumindest, was dieses eine Natrium-Ion angeht, entladen. Wenn man ein paar mehr Natrium-Ionen auf der, ein bisschen mehr Natrium auf der Anodenseite hat, dann läuft das natürlich eine Weile länger. Und dann hat man am Ende praktisch Schwefel, nee, umgekehrt Natrium-Sulfid als Reaktionsprodukt. Und wenn man den Akku wieder auflädt, dann läuft das Ganze in die Gegenrichtung. Und dann wird das Natrium-Sulfid wieder elektrolytisch sozusagen getrennt. Und der Schwefel bleibt zurück. Ein Elektron bewegt sich, wenn man die Spannung angelegt hat, von der Kathode zurück zur Anode über den Umweg des Kabels. Und umgekehrt das Natrium-Ion von der Kathode zurück zur Anode, dorthin, wo das Natrium-Metall ist. Und solange wie das alles schön warm ist, also so 300, 350 Grad oder so, ist das auch relativ problemlos. Es gibt ein bisschen Korrosion und so, das ist dann immer so ein Problem. Aber zumindest hast du nicht das Problem, dass das Natrium-Metall irgendwelchen Unsinn anstellen würde. Weil es ist halt flüssig. Und es ist dann halt einfach eine Flüssigkeit. Also gut, solange du das halt gekapselt hast und alles. Aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja. Du willst übrigens auch nicht, dass dieser Separator dazwischen irgendwie kaputt geht. Der ist übrigens ziemlich bröselig. Das kann schon mal passieren. Dann kommt nämlich flüssiges Natrium mit flüssigem Schwefel in Berührung. Und zwar direkt, ohne irgendwelche Umstände, die dann noch irgendwie die Reaktion verlangsamen würden. Und wie gesagt, Schwefel ist was Ähnliches wie Sauerstoff. Super, ja. Also das kann dann, das wird dann sehr, sehr heiß. Ja, aber diese Konstruktion war so der Anstoß, sich zu überlegen, hey, Moment, Natrium-Ionen, das kann man doch nicht nur in dieser komischen Keramik, die können sich doch nicht nur in dieser komischen Keramik bewegen, sondern auch in anderen Medien. Gut, Wasser ist das eine, aber Wasser ist immer schwierig tatsächlich. Die ganzen Batterien, wo wässriges Elektrolyt drin ist, die funktionieren fast immer mit Wasserstoff direkt. Also das ist sozusagen eine Wasserstoff-Ionen-Batterie. Du hast da meistens irgendwelche Protonen-Übergänge, die dann für die Spannung sozusagen zuständig sind. Deswegen hast du meistens so Zellspannungen von so 1 bis 1,5 Volt. Bei der Bleibatterie hast du 2 Volt, aber auch bloß deswegen, weil du gleichzeitig auf der Anode und auf der Kathode so einen Übergang hast in unterschiedliche Richtungen. Und dadurch kommst du auf 2 Volt. Weil du hast halt das Problem, wenn du zu große Spannungen in Wasser hast, dann wird das Wasser zerlegt in Wasserstoff und Sauerstoff, elektrolytisch. Und du willst ja halt eine Batterie haben und keine Elektrolysezelle. In den meisten Fällen zumindest. Und entsprechend ist die Spannung natürlicherweise dort begrenzt. Dann hat man sich überlegt, hey, wir können doch mal bei Kohlenwasserstoffen nachgucken. Und du findest dann halt so sogenannte Karbonate. Also das sind keine richtigen Karbonate. Das sind halt so Kohlenstoffverbindungen, Kohlenwasserstoffverbindungen, sowas wie Propylenkarbonat oder Ethylenkarbonat, in denen sich tatsächlich halt solche Natrium-Ionen oder Lithium-Ionen oder auch Kalium-Ionen relativ frei bewegen können, relativ gut. und hat gesagt, hey, da haben wir eine Flüssigkeit. Das ist schon mal ein Elektrolyt. Vielleicht können wir damit eine Batterie aufbauen, so wie wir sonst halt eine Nickel-Cadmium-Batterie oder sowas bauen. Okay. Und hat sich dann, ja, okay, hat eine Weile gebraucht, bis man da was Taugliches gefunden hat. Und da gab es dann halt den Stanley Whittingham, der heutzutage dann auch schon mit Nobelpreis rumrennt. Ähm, der, äh, experimentiert hat, äh, er sagte, er hat mit Wolfram-Sulfid-Bronzen, äh, also Wolfram-Sulfid-Mischungen mit anderen Metallen, halt unter anderem halt Lithium, äh, experimentiert. Ich hatte noch was anderes gesehen, dass sie, äh, Supraleiter aus, ähm, ach, was war das, äh, Tentalsulfid hatten. Ähm, und, äh, da halt auch gesagt haben, hey, äh, das hat Supraleitungen und vielleicht können wir noch was ändern. Und wenn, man hat festgestellt, hey, da kann man ganz gut irgendwie Lithium-Ionen zwischen die Schichten von diesem Tentalsulfid, ähm, rein, äh, reinbringen. Und, äh, dann die, die Supraleitungen-Eigenschaften verbessern damit. Und irgendwann ist jemandem aufgefallen, hey, äh, das ist ja fast schon wie eine Batterie. Also, wenn man da die Lithium-Ionen da reinbringt und das da zu einer chemischen Reaktion kommt, äh, und die auch umgekehrt wieder rauszubringen ist, hey, das, das könnte man doch mal ausprobieren. Und, äh, hat sich dann überlegt, na gut, Tentals ist eine Scheiß, äh, ist eine Scheiß-Grundlage für eine Batterie. Wir gucken mal, ob wir was Häufigeres finden und hat dann Titan gefunden und da entstand dann Titan-Sulfid da draus, äh, was so eine, äh, Substanz ist, die halt aus Schichten aufgebaut ist, äh, und zwischen diesen Schichten kann sich halt Lithium relativ gut bewegen, bis es dann, ähm, äh, bis es dann halt reagiert. Und man kriegt dann so eine Spannung von irgendwas um die 2 Volt oder so raus. Ähm, so. Und, äh, so funktionieren, äh, Lithium-Ionen-Akkus praktisch. Also, du hast halt, äh, irgend so ein, entweder irgendein Schicht-System oder irgendwas anderes, wo sich in einem Material diese Ionen bewegen können und dann reagieren innerhalb von dem, innerhalb von dem, äh, Material. Also, man hat dann eine Redox-Reaktion, wo dann einfach ein Elektronenübergang, äh, stattfindet. Äh, witzigerweise hat der Elektronenübergang mit den Lithium-Ionen praktisch überhaupt nichts zu tun. Äh, das Lithium-Ion bleibt, das Lithium-Ion bleibt ein Lithium-Ion, aber es reagiert, äh, mit irgendeinem Metall. In dem Fall halt Titan, ähm, später dann halt Kobalt. Und, äh, dabei wird dann halt energiefrei und ein Elektron. Ähm, also das Titan wird dann oxidiert. Äh, nee, beim, wird reduziert, wenn man es, äh, in die Richtung nimmt, äh, beziehungsweise dann beim Laden des Akkus, wenn man das, äh, wenn man das Lithium wieder rausholt, äh, äh, wird es dann oxidiert. Also dann steigt die Oxidationszahl wieder. Und, äh, ja, das hat man gemacht, man hat sich gesagt, hey, dann, dann können wir ja mal einen Akku draus bauen. Und, äh, was macht man mit dem Lithium so lange, wie es da draußen ist? Weil wir brauchen das ja wieder, um, um den Strom, also du lädst ja, ne, dann kommt das Lithium raus und du musst das Lithium irgendwo speichern. Und, äh, das ist, das wird in der Anode gespeichert. Und man hat sich dann gesagt, naja, gut, äh, dann, dann soll's halt, äh, wir machen da einfach eine Lithium-Anode hin, so, äh, Lithium-Metall und das lagert sich dann ab und dann kann man es ja wieder rausholen. Hat man gemacht, hat das Problem gehabt, äh, wenn man jetzt so einen Akku lädt und das, äh, Lithium lagert sich ab, dann, äh, äh, lagert sich das bevorzugt dort ab, wo schon eine Menge Lithium ist. Und man hat dann, wenn man dann irgendwo eine Spitze hat, äh, dann lagert es sich vorzugweise dort ab. Und dann wird die Spitze ein Stückchen länger und immer noch ein Stückchen länger und immer noch ein Stückchen länger und irgendwann kommt die dann, äh, praktisch in der Kathode an. Äh, gut, man, man hat dazwischen einen Separator, also irgendwie ein Stück, äh, mit irgendwas, wo nicht nur Elektrolyt ist, sondern, äh, heutzutage ist es meistens irgend so ein Plastik, also, wirklich wie so eine Plastikfolie ist das, äh, wie so Einkaufstüte oder so. Äh, bloß halt, äh, relativ porös, sodass auch noch eine Menge, äh, Elektrolyt in diesem Plastik drin ist. Und, äh, da können dann halt, äh, die, die Lithium-Ionen relativ frei durch, ähm, ohne dass da Strom durchfließen könnte, weil das ist ziemlich wichtig, äh, äh, in der, in der Anode, in der Kathode muss immer sichergestellt sein, dass da sowohl Strom fließen kann, als auch die, die Lithium-Ionen fließen können. Und das gleiche gilt auch für die Anode. Ähm, aber das muss halt so getrennt sein, dass dazwischen kein Strom fließen kann, weil ansonsten würde sich die Batterie von alleine wieder entladen. Das will man ja nun auch nicht. Der, der Strom soll ja gefälligst immer schön außen ringsrum, um die, äh, um die Batterie ringsrum fließen, ne? Ja, sonst schlägt das ja durch, ja. Genau, ähm, und das ist dummerweise passiert. Also, wenn du jetzt so eine, äh, so eine einfache Batterie laden willst, dann passiert es sehr leicht, äh, dass praktisch dieses Lithium immer länger wird und immer länger wird und irgendwann bei der Kathode ankommt. und dann hast du einen Kurzschluss, dann fließt der Strom direkt und, äh, das Ganze wird ziemlich heiß, äh, die, äh, das, das Elektrolyt fängt an zu kochen. Irgendwann platzt die Zelle und, äh, weil es ziemlich heiß ist, dann, äh, explodiert das Ganze auch und brennt. Ähm, das ist blöd, offensichtlich. Äh, und man hat, äh, lange probiert, äh, was man dagegen machen kann und hat eigentlich erst mal nichts gefunden. Ähm, in der Not hat man dann rausgefunden, hey, Lithium verbindet sich mit Aluminium ganz gut, äh, hat aber rausgefunden, naja, okay, also du, du kannst eine Legierung bilden aus Lithium und Aluminium, äh, einfach beim Laden, das passiert von alleine. Äh, und beim Entladen wird das Lithium auch wieder freigegeben. Äh, soweit alles super, das Dumme ist nur, ähm, das Aluminium schwillt dabei sehr stark an. Und, äh, beim Entladen, äh, 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 ja, was passiert dann beim Entladen? Naja, es fängt dann irgendwann an zu zerbröseln und, äh, die Akkus hatten dann so fünf bis zehn Ladezyklen, viel mehr haben die nicht überstanden. Und die Testzellen hatten letzten Endes eine Energiedichte, also von Whittingham, die Testzellen, die, äh, die hatte ja auch eingelagert. Und ich hatte irgendwann mal ein Paper gefunden, wo sie nach 30 Jahren noch mal geguckt haben, ob die noch funktionieren, und die haben auch noch funktioniert. Ähm, und die hatten eine Energiedichte damals von so, ungefähr so gut wie ein Bleiakku, letzten Endes. Ich meine, respektabel für ein Experiment, das ist schon eine Ordnung. Ähm, aber, äh, jetzt halt nicht revolutionär. Also, Nickel-Cadmium-Akkus gab es damals schon. Nickel-Cadmium wurde 1899, äh, entdeckt, dass das funktioniert. Und, äh, gab es also schon so in den 1700, äh, in den 1970er Jahren. Also, äh, okay. Ähm, ähm, gut. Wie ging's dann weiter? Also, äh, erstens gab es dann den, den großen Helden der Geschichte sozusagen, und das ist, äh, John B. Goodenough. Äh, John B. Goodenough. Sehr schöner Name übrigens, ja. Wahnsinn. Äh, und, und der lebt auch noch. Der hat dieses Jahr hoffentlich noch seinen 100. Geburtstag. Äh, der hat, äh, den, den, die, seine wichtigste Arbeit sozusagen, äh, äh, in den 70er und 80er Jahren gemacht. Und wenn der jetzt 100 ist, kann man sich vorstellen, der war damals kein junger Hüpfer. Äh, der war halt schon, äh, wirklich so Mitte 50. Also, wenn andere Leute sagen, ja, gut, so eine Spitze der, der wissenschaftlichen Karriere, ich, äh, verabschiede mich dann mal so in die, in die Verwaltung. Äh, da hat der angefangen, seine, seine große Arbeit zu machen. Äh, wahnsinnige Geschichte halt auch. Und, äh, ja, äh, danke, dass du mir den Akira Yoshino nochmal genannt hast, weil ich vergesse den immer. Äh, äh, ja, der war nämlich für die, äh, für die Entwicklung der Anode, äh, zuständig, äh, mit der man das dann machen konnte, weil einfach nur, einfach nur Metall funktioniert halt nicht. Man muss es irgendwie einlagern. Äh, ich glaube, ganz am Anfang hat man irgendeinen, irgendeinen, äh, Kunststoff sogar genommen, der dann funktioniert hatte, so bei den allerersten, so von 91. Ähm, wusste aber schon, naja, Kohlenstoff funktioniert besser. Und dann in der zweiten Generation der Lithium-Ionen-Akkus, äh, hat man dann Graphit, hat man erstmal harten Kohlenstoff genommen und später hat man dann Graphit genommen, ne? Kommen wir gleich drauf. Weil zuvor hat, äh, Goodenough, äh, gesagt, hey, äh, Sulfide sind eigentlich schlecht, weil, äh, ich hab eine ganze Menge Arbeit gemacht mit Oxiden. Ich kenne die magnetischen und elektrischen Eigenschaften davon, weil der hatte, ähm, schon in den 60er-Jahren, äh, damit zu tun gehabt, ähm, Magnet, äh, äh, Magnetkernspeicher zu entwickeln. Also zumindest die, die Keramiken davon, diese Ferrit-Keramiken, mit denen man, äh, praktisch diese, diese Magnetkernspeicher gebaut hat, mit denen auch das Space Shuttle noch geflogen ist. Zumindest anfangs. Irgendwann hat man es modernisiert. Ähm, und, äh, der hatte das gemacht und hat dann, äh, in, in Labor gehabt, in dem er zehn Jahre lang Grundlagenforschung mit solchen Keramiken gemacht hat, äh, magnetische und elektrische Eigenschaften sich angeschaut hat. Und der hatte sich so gedacht, hey, äh, mh, Kobaltoxid bildet so Schichten, ähm, und da kann man auch irgendwie Ionen rein- und rausschieben. Das könnte doch funktionieren und es hat funktioniert. Ähm, die genaue Entstehungsgeschichte davon, woher, woher das nun im Einzelnen kam und was er noch so alles probiert hat, äh, zu der Zeit weiß ich nicht. Also zumindest zu genau dieser Zeit weiß ich es nicht, was da noch alles gelaufen ist. Aber das hat funktioniert und, äh, das war so der große Durchbruch. Und, äh, das konnte dann auch kommerzialisiert werden. Und da war man dann schon deutlich besser als eine Bleibatterie von Anfang an. Ähm, 91 wurde halt, äh, der erste, äh, Ionen-, äh, Lithium-Ionen-Akku von Sony, äh, vermarktet. Oder zumindest eingebaut in Camcorder. Also, äh, Camcorder. Ähm, das war damals, als ein Camcorder so ein, so ein Kilo-schweres Ding war, dass man sich so mit Ach und Krach auf die Schulze setzen konnte und dass sie bricht. Ähm, und, äh, anstatt von Bleibatterien konnte man dann halt was deutlich leichteres einbauen. Ähm, man war so bei 90, äh, Wattstunden pro Kilogramm. Und, äh, ja, Blei-Akku ist dreimal so schwer. So um die 30 ungefähr. Ja, wenn man einen Film aufnehmen will, dann ist das schon relevant, was man, wenn man dann was dreifach so schweres auf der Schulter hat, ja. Ja, verstehe ich. Ja, und ich meine, das war ja damals noch nicht digital. Das war ja alles noch analog. Äh, da hatte man einen Bandrekorder, den man irgendwie, äh, betreiben musste. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, von der Röhrentechnik war man da gerade schon weg. Hm. Ich will's nicht beschreien. Ich glaube aber schon. Ähm, ja, also. Nee, aber ich glaube, CCD müsste damals echt schon, echt schon drin gewesen sein. Aber ja, äh, das war alles noch, alles noch ziemlich schwierig und, äh, energieintensiv. Und das brauchte man dann auch wirklich. Und in den Jahren danach, äh, hat das auch immer mehr, äh, andere Anwendungen gefunden. Halt insbesondere, äh, Handys und Laptops und so Kram. Und, äh, ja, äh, Anfang der 2000er Jahre hatte man dann halt schon ganze Fabriken da mitgehabt und eine gewisse Schwämme an Lithium-Ionen-Zellen gehabt, äh, dass dann so ein Typ, der reich geworden ist und in der IT gesagt hat, hey, damit kann man doch mal ein Auto bauen. Und, äh, ja, okay, das war Elon Musk und der hat dann halt, äh, den Tesla Roadster damals, äh, damit gebaut. Ja, wobei man da ja auch sehr vorsichtig sein muss, weil Elon Musk selber die Grundidee, soweit ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, gar nicht hatte, sondern er hat da sich, äh, in ein Unternehmen eingekauft, die diese Idee hatten und hat das dann nur weiterentwickelt. Und, äh, wurde dann nur rückwirkend als, als Gründer eingetragen. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, was da stimmt, ja. Es gab da, es gab eine, es gab eine Firma, die hatte ein Elektroauto gebaut, äh, das relativ sportlich unterwegs war, äh, allerdings mit Bleiakkus und von daher nicht allzu weit unterwegs. Und, äh, ja, die Idee, das Ganze mit, 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 Lithium-Ionen-Akkus zu machen, die kommt, glaube ich, von, von ihm. Okay, ja gut, dann hat er ja doch, ja gut, also er hat das ja auf jeden Fall weiterentwickelt, ja. Aber so, so, also, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass das immer so eher als der Grundidee Dann haben sie gedacht, so auf der Basis vom Lotus, vom Lotus in Diesel, könnten sie dann, haben sie den umgebaut und, äh, da haben sie dann auch schnell festgestellt, na, es ist eine scheiß Idee, so ein Verbrennerauto umzubauen und, äh, machen wir doch mal gleich was Richtiges. Ja. Jo, okay. Okay, genau, äh, ja, also, wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten von so einem Akku, es gibt eine Kathode und es gibt eine Anode. Und die erste Kathode für Lithium-Ionen-Akkus, die man entwickelt hat, die wirklich funktioniert hat, war halt, äh, Kobalt-Oxid, Lithium-Kobalt-Oxid. Und, äh, die erste Anode, die man gefunden hat, äh, wie gesagt, das muss irgendein komischer Kunststoff oder irgendwas anderes gewesen sein. Ich bin mir gar nicht so sicher, was in diesen allerersten Akkus drin war. Ähm, in der zweiten Generation war dann harter Kohlenstoff drin. Also einfach Kohlenstoff, den man, äh, nicht ganz bis zu Grafit erhitzt hat, aber so, dass halt größtenteils noch Kohlenstoff da ist, ähm, der nicht grafitisiert ist. Äh, sobald der Grafit draus geworden ist, äh, wir wissen ja, Grafit hat, besteht auch wieder so aus Schichten, die sich, äh, übereinander lagen, übereinander, äh, die übereinander liegen und sich gegeneinander verschieben lassen. Deswegen ist das so weich. Ähm, und harter Kohlenstoff, der ist nicht so schön geordnet. Und deswegen ist er hart. Der lässt sich nicht so leicht gegeneinander verschieben. Ähm, ist dafür nicht so ordentlich geordnet. Und, äh, gerade mit Lithium, äh, funktioniert das mit Grafit dann eigentlich echt super, nachdem man, äh, verstanden hat, wie das genau funktioniert. Ähm, kann man wirklich sehr gut Lithium-Ionen zwischen diesen Schichten einfach aufnehmen. Und, äh, ja, man speichert dann halt ein Lithium-Ionen pro sechs Kohlenstoffatome. Aber, äh, immerhin. Und das funktioniert vor allen Dingen, äh, sehr, sehr gut. Also man, sehr oft vor allen Dingen. Also man kann das wirklich tausende Male machen. Ähm, es geht nicht allzu viel davon verloren. Es bleibt nichts stecken. Äh, das, also nicht nichts, aber so, man kann halt sagen, äh, 95 Prozent von dem Lithium, was du da beim ersten Mal reinsteckst, kommt auch wieder raus. Und danach, äh, ist es fast 100 Prozent. Also fast genau 100 Prozent. Also wirklich so 99,99 und so. Ja. Ne, also richtig gut. Ähm, Und das war dann halt so der, der Punkt, wo es dann, äh, deutlich besser wurde. Also du kommst, du kommst dann halt sehr schnell von 90, äh, Wattstunden pro Kilogramm auf sowas wie 160 oder so. Ähm, und das entwickelte sich dann weiter, wenn man festgestellt hat, hey, äh, Wir können auch ein bisschen Nickel da reinbringen, weil das Problem mit Lithium-Cobalt-Oxid ist, dass du nur die Hälfte der Lithium-Ionen da eigentlich wieder rauskriegst, bevor, äh, das irgendwie kaputt geht. Und wenn du Nickel reinmachst, äh, Nickel kann ein paar mehr Elektronen abgeben und du kriegst dann ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Lithium raus. Nickel ist aber nicht sonderlich stabil. Also, äh, wenn du so eine, wenn du so ein Schicht-Oxid mit Nickel-Oxid hast, äh, das, äh, geht nicht lange gut, weil das Nickel bewegt sich relativ leicht und das bewegt sich dann vor allen Dingen zwischen diese Schichten, wo eigentlich das Lithium sein sollte, dazwischen. Und, äh, das ist natürlich schlecht. Also dann, dann verliert halt das ganze Ding seine Struktur, äh, kann nicht mehr so viel Lithium aufnehmen, äh, steht dem Lithium im Weg und, äh, alles Mögliche verliert halt sehr schnell Kapazität. Deswegen hat man dann erstmal gesagt, naja, gut, äh, wir machen mal, äh, ein Komposit aus Nickel, Mangan und Kobalt, jeweils zur gleichen Teil. Und, äh, das hat besser funktioniert. Also, äh, das, das Kobalt, äh, hat eine gewisse Struktur, die relativ stabil ist, äh, das Mangan hilft dabei zu verhindern, dass das Lithium, äh, von der Position, aus der Position rausgeht. Mhm. Und, äh, gleichzeitig helfen das Nickel und das, äh, also, ja, also, äh, äh, du hast zwei Möglichkeiten. Ähm, bei dem Mangan hast du immer das Problem, äh, dass, da können die Außenelektronen, ähm, äh, im Normalfall, wenn du so einen Mangan einfach bloß so hast, äh, gibt's immer so zwei Elektronen, die praktisch sich ein Orbit teilen, weil sie das gleiche Energieniveau haben und das ist eigentlich kein Problem, weil haben unterschiedlichen Spin und solange wie die unterschiedlichen Spinnen haben, ist das Quanten, äh, quantenphysikalisch alles kein Problem, dann können die so auf dem gleichen Orbit sein und, äh, ja, stört nicht. Ähm, sobald irgendwie Kraft, Kräfte von außen kommen, so Magnetfelder oder elektrische Felder, die du automatisch hast, wenn du irgendwie, äh, irgendwie eine Belastung in einem Kristallgitter hast, ähm, dann spielt der Spin plötzlich eine Rolle und, äh, je nachdem, was für einen Spin du hast, äh, hat das Elektronen dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Energie und sobald die ein bisschen mehr oder weniger Energie haben, sind sie nicht mehr auf dem gleichen Orbital und dann hast du ein quantenmechanisches Problem, weil dann, dann können die sich nicht mehr das gleiche Orbital teilen und dann hast du plötzlich zwei verschiedene Orbitale und das passiert halt, äh, bei den Lade- und Entladevorgängen, äh, dass das sich plötzlich aufteilt und dann hast du plötzlich ein bisschen Chaos in deinem, in deinem Schichtoxid drin, äh, dann kann sich, äh, dann kann sich halt, dann können sich die Schichten gegenseitig verschieben. Das ist immer so ein bisschen das Problem beim Organ. Ähm, aber es ist ein anderes Problem als bei Nickel und, äh, wenn du irgendwie so die, die drei verschiedenen, äh, Metalle da zusammenbringst, dann gleichen die sich ein bisschen aus gegenseitig. Ähm, also stabilisieren sich ein bisschen gegenseitig, äh, dem einen fällt der linke Fuß, dem anderen der rechte und die stützen sich halt gegenseitig, ne? So ungefähr. Ähm, und das Erste, was man gemacht hatte, war halt, dass man, äh, die drei zusammengenommen hat und dann in gleichen Teilen und das war dann NMC-111 oder 333, je nachdem, äh, jedenfalls, äh, alles zu gleichen Teilen. Und es war ein bisschen besser als, äh, reines, äh, Lithium-Cobalt-Oxid. Ähm, und dann hat man gesagt, na, wir hätten schon gerne ein bisschen mehr Nickel, äh, und hat dann so lange rumgespielt damit, äh, auch mit allem Möglichen, also auch, dass man äußere Beschichtungen hat und, äh, dass man genau schaut, was für, äh, was für Synthesebedingungen man hat und alles Mögliche. Also da ist, äh, äh, ich hab da tatsächlich gar nicht so viel Einblick, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die man da machen konnte und hat dann den Nickel-Anteil erhöht. Äh, auf, äh, 532 und 622 und zum Schluss dann 811. Und, äh, ja, wurde dann immer komplizierter, aber man hat immer mehr Nickel drin gehabt. Und je mehr Nickel, desto höher wurde die Kapazität. Also du hast dann, äh, jetzt mit 811 kommst du auf ungefähr so 200 bis 210 mAh pro Gramm. Und ich glaube, mit Kobalt waren es am Anfang so 140. Mit 111 so 150 und mit den Fünfern irgendwas um die 175. Äh, Fünfer wäre jetzt in dem Fall was? 532. Ah, 532, okay. Ja. Ähm, so in der Größenordnung, ne? So, so 160. Ich glaub, die 175 sind eher so 622. Ja. Jedenfalls was in der Größenordnung. Also wurde dann doch erheblich besser. Das Problem ist nur, wie gesagt, dieses Nickel ist nicht sonderlich, äh, stabil. Und das kann auch mal, äh, das kann auch noch ein paar, hat noch ein paar andere Tricks auf Lager. Zum Beispiel, wenn du das, äh, erhitzt, so auf so, hm, 200 Grad, also wenn du so 80% Nickelanteil hast und du erhitzt dieses Material auf so 200 Grad oder ein bisschen mehr als 200, aber jedenfalls so in dir, so Backofentemperatur halt, ne? Mhm. Ähm, dann fängt es an Sauerstoff freizusetzen. Mhm. Und, äh, wenn du Sauerstoff freisetzt, äh, in einem Material, in einem flüssigen Material, wo Kohlenwasserstoffe drin sind, die teilweise ziemlich stark flüchtig sind, da kommen wir auch noch dazu, ähm, dann kommt es zu chemischen Reaktionen. Es verbrennt. Und, äh, je heißer, je heißer du das machst, desto mehr Sauerstoff wird freigesetzt. Äh, soll heißen, umso heißer es wird, umso schneller wird es heißer. Und, äh, das ist, äh, das ist nicht gut. Das ist das sogenannte thermische Durchgehen. Äh, hat man auch gerne mal in der Chemie, in irgendwelchen chemischen Reaktionen, großen Chemie-Reaktoren, da gehört das, äh, so zum Standardwerk, äh, zur, äh, Reaktorsicherheit, äh, also chemischen Reaktorsicherheit, äh, dazu, dass man halt so was durchrechnet, ähm, wie viel Wärme da freigesetzt wird, äh, zu was für eine, zu was für eine, was für eine, äh, Reaktionsdynamik es da kommen kann und wie viel man kühlen muss, damit es dazu nicht kommt und was man alles tun muss, damit, äh, damit es da wirklich nicht dazu kommt und was man an Notsystemen drin haben muss für den Fall, dass es was ist und so weiter und so weiter. Ähm, das war so die Grundlage dafür, für die, äh, äh, Kernreaktortechnik dann aber auch, also, dass, daher kamen vieles davon und auch viele Begriffe, die man dann in der Kernreaktortechnik benutzt, ähm. Ist ja im Grunde auch nur ein anderer Reaktor, also es sind ja beides Reaktoren, sag ich mal, und, äh, nur weil das einen Kernreaktor ist, äh, ne, also, warum sollte man da jetzt was anderes machen? Ist, ist das Gleiche, ja. Ähm, jedenfalls, äh, in einer Batterie finden auch chemische Reaktionen statt, in dem Fall können dann auch mal sehr heftige Reaktionen stattfinden und, äh, eine der großen Aufgaben, wenn man, äh, sowas mit hohem Nickelanteil benutzen möchte, egal ob das jetzt, äh, NMC 811 ist, wo man, äh, Mangan und Kobalt noch ein bisschen drin hat, um es zu stabilisieren, oder NCA, äh, Nickel, Kobalt, Aluminium, ähm, ähm, was zum Beispiel von Tesla, also Panasonic, äh, benutzt wird, ähm, gehört zu den großen Aufgaben, dass man das irgendwie im Griff hat. Mindestens insofern, dass halt, äh, so eine Akkuzelle auch mal, äh, halt durchgehen kann und das Akkupack trotzdem nicht, äh, komplett anfängt durchzugehen. Also, äh, dass die eine Zelle sich zwar aufheizt, aber nicht die benachbarten Zellen mit aufheizt und die dann auch noch mitreißt. Ne, weil das ist ja eine große Gefahr, wenn du sagst, okay, äh, wenn, wenn du hier auf Backofentemperatur kommst, dann fängt das an, komplett durchzugehen, äh, und davor übrigens auch schon ein bisschen, aber nicht ganz so schnell, ne, ähm, äh, dann, äh, musst du halt deinen Akkupack irgendwie so bauen, dass da halt eine, eine Wärmeisolation ringsrum ist um jede Zelle, ähm, und halt, äh, die Zelle irgendwie die Wärme loswerden kann, ohne dass sie die restlichen Zellen irgendwie aufheizt. Und das ist ein großer Aufwand, äh, also wenn du dir so einen Tesla anguckst, äh, Tesla Long Range, ne, Tesla 3, ähm, dann hat der ein 500 Kilogramm schweres, äh, Akkupack und davon sind 300 Kilogramm, äh, die eigentlichen Zellen. Und die restlichen 200 Kilogramm sind so Kühlung und Isolation und hast du nicht gesehen. Und dann kann man sich vorstellen, okay, wenn ich jetzt ein anderes Material hätte, das nicht ganz so empfindlich ist, äh, vielleicht kann ich da ein bisschen Gewicht einsparen. Ähm, und das geht tatsächlich, also, ähm, und das ist jetzt halt das Ding gewesen, was in China sich jetzt verbreitet hat, ist, dass man gesagt hat, hey, äh, wir gucken uns, äh, mal andere Materialien an. Und unter anderem Lithium-Eisenphosphat, übrigens auch von Godenov, ähm, 97, glaube ich, hat er das zum ersten Mal entwickelt. Oder ich weiß nicht, äh, entweder hatte, hatte der das mit entdeckt oder er hatte die Idee gehabt, äh, dass, dass man das ordentlich benutzen kann, wenn man es mit Kohlenstoff, äh, praktisch umgibt. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es einer seiner Doktoranden und er hat das mit dem zusammen, äh, entdeckt, äh, Lithium-Eisenphosphat. Ja, ähm, okay, das sollte man bei Godenov auch noch dazu sagen. Ähm, klar, am Anfang hat er eine ganze Menge Arbeit, äh, wirklich auch fast schon im Alleingang oder halt mit einer kleinen Gruppe von Leuten gemacht. Ähm, aber, äh, natürlich, er leitet halt eine Forschungsgruppe und der Löwenanteil der Arbeit, äh, wird natürlich nicht von einer Person gemacht, sondern von der ganzen Gruppe. Ja. Ähm, wo dann natürlich auch, äh, auch wieder Einzelne, äh, die meiste Arbeit haben, wie das halt immer so ist, ne? Ähm, aber, äh, also es ist schon auffällig, dass, äh, in den meisten heutzutage wirklich wichtigen Kathodenmaterialien, äh, bei der Erstentdeckung irgendwie Godenov die, die Forschungsgruppe dabei war. Ja. Weiß gar nicht, wie viele, äh, wie viele, ähm, Veröffentlichungen er hat. Ich glaube, ja, doch, hier Wikipedia hilft. 800 wissenschaftliche Arbeiten hat er veröffentlicht, 85 Buchkapitel und Übersichtsarbeiten, also, das ist schon auch mal eine Ansage. Das habe ich alles selber geschrieben. Ja, ja, natürlich nicht, ne? Das, das meinte ich damit jetzt auch, ja, das ist schon, ähm, ja. Das, das geht dann nicht mehr ganz allein. Aber gut. So ist das. Ja, aber das muss man erst mal hinkriegen. Ich meine, der sitzt da trotzdem noch da und, äh, mit seiner Forschungsgruppe und sagt dann, hey, hier, das ist eine gute Idee, mach mal. Ja. Oder guck mal in die Richtung oder irgend sowas, äh, und, ähm, andere können das ganz genauso machen und der hat da sehr offensichtlich einen sehr guten Riecher. Auf jeden Fall, ja. Und, äh, ja. Okay, äh, Lithium-Eisenphosphat, äh, Lithium-Eisenphosphat ist eine Olivin-Struktur, äh, das ist so eine Tunnelstruktur. Also, da sind so, so, halt letzten Endes Tunnel drin, äh, wo sich die Lithium-Ionen drin bewegen können. Das Problem ist nur, diese Tunnel sind ziemlich eng und, äh, das Olivin, das leitet auch wieder sehr schlecht Strom, äh, wie schon vorhin beim Spefel, das gleiche Problem. Und, äh, damit der Strom da überhaupt ankommt, wo das Lithium letztendlich reagieren soll, weil, hm, Akku ohne Strom ist ein bisschen blöd, also da muss schon irgendwo Strom fließen, ähm, muss man, äh, alles machen, um den elektrischen Widerstand, äh, den absoluten elektrischen Widerstand zu reduzieren. Und, äh, das heißt, äh, möglichst kleine Partikel haben und, äh, möglichst nicht nur irgendwie ein kleines, äh, Kohlenstoffpartikelchen zu haben, das, äh, in Verbindung damit steht und dann mal ein Elektron da irgendwie reinschieben könnte, sondern, äh, das, das Ganze, den ganzen Partikel mit Kohlenstoff zu ummanteln, sodass praktisch eine stromleitende Schicht komplett ringsherum um diesen Partikel ist. Und das war lange Zeit ein Problem, weil diese Kohlenstoffschicht, die muss natürlich eine gewisse Dicke haben oder hat einfach eine gewisse Dicke, wenn du die, die Synthese machst. Und, äh, innen drin ist ein sehr kleines Stückchen, äh, äh, Lithium-Eisenphosphat. Ja. Und, äh, dann macht der Kohlenstoff mehr Volumen und Masse aus als das bisschen Lithium-Eisenphosphat. Ähm, und das muss man, das ist halt, äh, ich kenne da wirklich jetzt keine echten Details, aber, ähm, da gibt es eine ganze Menge Arbeit, äh, die da wohl gemacht wurde, um, äh, möglichst viel Lithium-Eisenphosphat zu haben und möglichst wenig Kohlenstoff. Ähm, also das war eine, äh, das war wirklich eine ganze Menge Arbeit, die da gemacht wurde und, äh, ja, das Resultat war dann halt irgendwann, dass man wirklich sehr praktische Akkus hatte. Ähm, dieses Oliven ist praktisch, äh, es ist ein Stein, also wäre das jetzt nicht irgendwie winzig kleines Pulver mit, äh, Größen von unter einem Mikrometer teilweise, so Mikrometer ungefähr, die Größenordnung, ähm, äh, dann würde man sagen, es ist ein Stein. Okay. So, ja. Ne, also praktisch auch die Oxide, also wenn du so ein, so ein Stück Oxid vor dir hättest, äh, was nur groß genug ist, dann würde sie sagen, es ist ein Stein. Ähm, äh, äh, ja, ähm, ja, wie gesagt, die haben halt den, den Nachteil, dass sie Strom relativ schlecht leiten, dass man dann halt so ein bisschen Aufwand treiben muss, ähm, haben auch den Nachteil, wenn es kalt wird, äh, dann, dann leiten die auch nicht mehr ganz so gut, dann hast du mehr Widerstand, äh, beim, äh, erstens elektrischen Widerstand und zweitens, äh, äh, auch für die Ionen, die kommen dann nicht mehr ganz so leicht rein und raus, ähm, deswegen sind die relativ temperaturanfällig. Ähm, ja, also Lithium-Eisenphosphat, äh, mag Kälte eigentlich gar nicht so richtig, ähm, und, äh, ja, hat gewisse Nachteile, hat natürlich den großen Vorteil, es ist Lithium, es ist Eisen, es ist Phosphor und es ist Sauerstoff. Äh, äh, du hast wirklich, abgesehen vom Lithium, keine selten, also wirklich knappen Rohstoffe, so von, von Mengen her und, also Phosphat ist durchaus knapp, aber bloß deswegen, wenn man so verdammt viel in der, in der, äh, für den Dünger braucht, äh, Akku spielt dann jetzt keine, keine große Rolle. Ähm, ja, ja, wie gesagt, und das kannst du machen, äh, umgekehrt, äh, setzt halt, äh, erst bei relativ hohen Temperaturen dann irgendwann mal, äh, Sauerstoff frei und das auch noch relativ langsam, ähm, ist halt nicht ganz so furchtbar empfindlich und, äh, entsprechend kann man da eine ganze Menge Sicherheitsmaßnahmen und Kühlung und, äh, und Isolation und sowas weglassen. Ja. Und, äh, jetzt mit den neuesten Konstruktionen, die Blade Battery von BYD und Cell to Pack, äh, nennt sowas ähnliches, äh, von CATL, CATL ist der größte Akkuhersteller der Welt, so ein Drittel Marktanteil weltweit, ähm, so die Größenordnung, das Ding ist riesig, ähm, die, äh, ja, die haben dann so Anteile von 80 Prozent, äh, Akkuzellen, 80 bis 85 Prozent Akkuzellen, also in deinem 500 Kilo Akku, hast du dann halt, äh, 400 bis 420, 25 Kilo Akkuzellen drin. Im Vergleich zu 300 vorher, ja. Im Vergleich zu den 300 davor und, äh, das ist natürlich ein großer Unterschied und das ist dann auch schon, äh, relativ praktikabel. Ähm, mit der neuesten Generation von Lithium-Eisenphosphat-Akkus, äh, wird das ziemlich identisch sein von der Gesamtenergiemenge. Zurzeit sind sie so bei 90 Prozent. Also, das ist schon, äh, ja, dafür, dass du dann sehr viel billigeres Material hast, das kein, kein, äh, kein Nickel mehr braucht und auch kein Kobalt mehr braucht, äh, ist das, äh, verdammt praktisch. Und genau deswegen hat das halt den gesamten Markt übernommen. Ähm, oder nicht den gesamten, aber hey, die Hälfte immerhin, äh, äh, 2020, äh, war es irgendwie so 20, 25 Prozent in China zumindest von der Produktion her, äh, das Jahr danach waren es 50 Prozent. Einfach, weil sich die, die Produktionsmängel, ich glaube, verdreifacht hat und, äh, ja, bei den anderen ist es nur ein bisschen mehr geworden. Ähm, ja. Und das, äh, ist jetzt halt das, womit, äh, Elektroautos in China im Wesentlichen angetrieben werden, ist halt auch, ist halt sehr viel billiger. Ähm, Anfang 2021, bevor die Lithiumpreise so extrem nach oben geschossen sind, äh, hattest du Akkus mit, äh, die verkauft wurden für, äh, 64, also umgerechnet 64 US-Dollar oder 55 Euro pro Kilowattstunde in China. Äh, was, was wahnsinnig billig ist. Ähm, die sind inzwischen etwas teurer geworden, halt wie gesagt, bei Rohstoffe, nicht nur Lithium tatsächlich, auch anderes ist teurer geworden. Äh, ist halt teurer geworden und geht dann nicht mehr ganz so billig. Ähm, zum Vergleich, das sind genau die Preise, so, so um die 60 Dollar pro Kilowattstunde, äh, waren das, was, äh, Elon Musk mit der, mit der neuen Akkuzelle, mit der, äh, 64, 80, äh, 46, äh, Zelle angekündigt hat, irgendwann zu erreichen, so 2025 oder so. Und die haben das halt schon, äh, ein paar Monate später, äh, einfach halt mit einer anderen Akkuchemie gezeigt, äh, dass das auch geht. Also, ja, wie gesagt, ne, kein, kein Nickel drin, kein Kobalt drin und schon kann, bist du viel billiger unterwegs. Und, äh, entsprechend kannst du dann auch viel mehr machen. Okay, aber können die dann gar nicht mehr durchgehen oder ist das dann einfach nur schwächer? Ähm, es ist schwächer, du hast, du hast noch andere chemische Reaktionen, also, ähm, äh, es bilden sich immer so, äh, um die, um die Anode, das Graphit, äh, bildet sich immer so eine Schicht, eine sogenannte SEI, äh, Solid Electrolyte Interface, also, äh, einfach bloß zwischen dem, zwischen der Flüssigkeit und dem Graphit bildet sich, äh, bilden sich Salze einfach, weil, äh, die, ähm, die, Das Lithium ist gelöst in einem Salz. Das ist, wie heißt das, Lithiumhexafluorphosphat und das, also Hexafluorphosphat, also du hast halt LIPF6. Und ja, das muss sich dann halt irgendwann trennen und dann hast du plötzlich nur noch dieses PF6 da oder ist sowieso und das ist ein bisschen instabil und reagiert dann teilweise mit dem Elektrolyt und bildet dann so Salze aus wie Lithiumfluorid oder Lithiumoxid und irgendwelche komischen Verbindungen mit den Kohlenwasserstoffen. Also so hundertprozentig charakterisiert ist das auch nicht. Das Wichtige ist, es ist zumindest stabil. Also es ist irgendwie eine, es ist eine stabile Schicht, die sich darauf bildet und da geht Lithium immer verloren und deswegen ist es so wichtig, dass das stabil ist, weil das heißt, es bildet sich dann nicht sofort wieder eine neue Schicht, wo dann noch mehr Lithium verloren geht. Ah, okay. Das war eine der großen Entdeckungen, dass sich sowas bilden kann, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass man so einen Akku bauen konnte, der lange, eine lange Lebenszeit auch hatte. Und diese Schicht kann, wenn es heiß wird, mit dem Kohlenstoff direkt reagieren, einfach weil dann noch ein bisschen, ja, also Lithiumfluorid kann sich halt aufspalten und dann hast du plötzlich Fluor als freies Radikal, das dann irgendwas reagieren kann und so. Ähm, und da wird dann natürlich auch wieder energiefrei und das heizt sich dann auch wieder langsam auf. Ähm, aber es kann halt, äh, es erreicht nicht diese, diese völlig fulminante Entwicklung, die du, äh, mit dem, mit dem Nickeloxid hättest. Okay, spannend, ja. Ja, ähm, ja, also nicht, nicht hundertprozentig, also, äh, alles kann brennen, wenn man nur will, äh, gerade mit Kurzschluss und so, äh, gerade auch mit Kurzschluss, äh, ich meine, die, die Bestandteile davon sind ziemlich brennbar und, äh, das ist ein Problem des Graphits tatsächlich, ähm, weil, äh, Graphit, äh, funktioniert praktisch nur mit Ethylen, äh, mit Ethylen, äh, mit Ethylen. Ein Karbonat, ähm, am liebsten würde man Propylen Karbonat benutzen als Elektrolyt, also, äh, genau genommen als Lösungsmittel für das Elektrolyt. Also, Elektrolyt ist halt immer irgendeine Flüssigkeit und du löst da drin Salz auf, äh, wie Wasser und, äh, Salz, hm, äh, ist ein einfaches Elektrolyt, ne? Mhm. Und, äh, dort hast du halt nicht Wasser, sondern, äh, sowas wie Ethylen Karbonat und Ethylen Karbonat ist als Elektrolyt eigentlich, also, als Grundlage für ein Elektrolyt eigentlich total beschissen, weil, ähm, das schmilzt erst bei 35 Grad oder so oder 34 oder 36, irgendwas in der Größenordnung. Und, äh, ja, also, du willst keine Sommerbatterie haben, du musst irgendwie den Schmelzpunkt runterbringen und dann musst du das mischen mit anderen Flüssigkeiten, die, äh, die wirklich sehr flüchtig sind, also, die einfach einen sehr, sehr niedrigen Schmelzpunkt haben, um den Schmelzpunkt dann als Mischung runterzusetzen. Mhm. Die haben aber dummerweise auch einen ziemlich niedrigen Siedepunkt oder zumindest einen ziemlich hohen Druck an der, also, äh, Partialdruck an der Luft, wenn du, wenn du, wenn du die einfach in die Luft bringst. So heißen, äh, die verdampfen sehr schnell, die bilden, äh, brennbare Dämpfe bei so Kohlenwasserstoffe, ne? Also, wenn du da irgendwie einen Dampf hast, dann fängt das, dann ist es auch sehr schnell brennbar und, äh, sobald so eine Zelle platzt, äh, dann, dann platzt die halt und dann hast du brennbares Zeug da draußen. Und, äh, wenn du, äh, wenn du halt Graphit nimmst, dann musst du halt dieses, äh, relativ viel, äh, von diesem Ethylenkarbonat benutzen, ähm, weil das Propylenkarbonat, das man viel lieber benutzen würde, weil es hat einen Schmelzpunkt, äh, von, äh, unter minus 40 Grad, also, es ist, äh, wirklich, äh, sehr gut winterresistent, ähm, äh, äh, das, äh, setzt sich dummerweise zwischen die Schichten vom Graphit und kann das damit zerstören. Ähm, und das willst du ja nicht, weil du willst ja in den Schichten nicht dein, dein Propylenkarbonat haben, sondern, äh, dein Lithium-Ionen. Und, äh, entsprechend, wenn du Graphit drin hast, kannst du das nicht benutzen. Das geht nur mit irgendwas anderem. Ähm, das Dumme ist, äh, mit hartem Kohlenstoff zum Beispiel würde es funktionieren. Das ist nicht so empfindlich, weil es hat halt nicht so eine, so eine feingeordnete Struktur. Ähm, das ist mit, äh, mit Lithium ist das ein bisschen weniger schön, äh, da geht ein bisschen Spannung verloren, ähm, es bleibt auch einfach mehr Lithium drin hängen. Und, äh, das, das will man nicht so gerne benutzen einfach, äh, das war am Anfang ganz gut, als es, als man angefangen hat damit, aber jetzt heutzutage sagt man, ach, nö, äh, hat doch Kohlenstoff, hat auch noch eine niedrigere Dichte, soll heißen, äh, nimmt einfach mehr Platz ein. Und, äh, will man nicht so richtig. Man nimmt es manchmal ganz gerne für, äh, für Hochleistungsanwendungen, weil, äh, es behält mehr, also die, die Lithium-Ionen kommen da schneller rein, weil es halt nicht so, nicht so fein geordnet ist, äh, sind da mehr Lücken drin sozusagen, kann man schneller Lithium reinkriegen und wieder rauskriegen. Deswegen macht das Sinn für richtige Hoch, Hochleistungsanwendungen, gerade auch, wenn es um niedrige Temperaturen gleichzeitig geht, weil du kannst halt, äh, Propylenkarbonat damit benutzen, und zwar in großen Mengen, und du brauchst dann auch nicht mehr ganz so viele flüchtige Bestandteile, so heißen, das Ganze wird auch ne, zumindest eine Ecke sicherer. Ja. Ähm, und, äh, wird dafür auch benutzt. Naja, okay, äh, das ist so ein bisschen der Stand, äh, was jetzt so der allergrößte Teil von, von, von Lithium-Ionen-Akkus ist. Es gibt noch ein paar andere Spezial-Chemie-Dinger, also, äh, Lithium-Manganspinel war zum Beispiel recht beliebt, äh, beim Nissan Leaf, äh, ist es ja bekannt und berüchtigt geworden, ähm, der Nissan Leaf hat halt, äh, Lithium- und Manganoxid gehabt, äh, und zwar nicht in so einer Schichtform, sondern in der Spinellform, was nochmal eine andere Form ist. Ähm, das Problem mit dieser Form ist, dass sie nicht völlig stabil ist, ähm. Man, also, wenn man längere Zeit höhere Temperaturen hat, äh, so, so 50, 60 Grad, was du in tropischen Ländern insbesondere im Sommer dann halt auch ganz locker mal im Auto erreichen kannst, äh, erst recht, wenn du fährst, ähm, geht das halt kaputt. Und, ähm, ja, seitdem gucken alle Leute etwas schief drauf, auch wenn die Chemie inzwischen etwas besser geworden ist, aber so, so richtig trauen tut, das tut dem niemand mehr. Äh, äh, was wirklich auch so ein, so ein Ding ist, ich meine, darfst du auch nicht vergessen, es ist eine riesengroße, also, es ist eine große Investition, so eine, so eine Akkuproduktion aufzubauen. Ja. Und du willst da keine Risiken eingehen, wenn's geht. Entsprechend ist das ein echtes Problem, äh, wenn, wenn so eine Akkuchemie erstmal irgendwie einen schlechten Läumund hat, weil dann will niemand irgendwie mal eine Milliarde in die Hand nehmen und eine große Fabrik aufbauen. Ja, oder auf der anderen Seite auch die Kunden dann, ne, also willst du jetzt auch kein Auto haben, dass dir nach zwei Jahren kaputt geht, oder, auch wenn das nur den Ruf hat, dann das willst du einfach nicht, ja. Genau, und, äh, ja, äh, übrigens, äh, Mangan Spinell, äh, du kannst dir vorstellen, wer da als erster Autor mit auftaucht, ne, ne? Ah, ja, okay, gut. Ähm, ja, ja. Mr. Goodenough wahrscheinlich, ja. Das war auch schon wieder Goodenough, ja. Ist wirklich Wahnsinn, also, das sind, der hat wirklich so, so, alles, was so richtig wichtig war, äh, äh, da hat der wirklich seine Marke gesetzt, das ist, äh, ja, also, der hat seinen, der hat seinen Nobelpreis wirklich verdient gehabt, äh, und hat ihn dann mit, äh, 97 Jahren gekriegt, äh, nachdem immer wieder alle gesagt haben, ey, Leute, es wird Zeit, der Typ ist alt, ähm, das wurde echt Zeit, ähm, 2019, ja, gut, ja, ähm, also, das war, das war so, äh, ja, das war so der, der Überblick über das, was heutzutage benutzt wird, ähm, ich vergesse sicherlich noch ein paar kleine andere Details, aber, ja. Ja, aber im Groben ist das ja, oder, was heißt im Groben, du bist ja schon auch zum Teil ins Detail gegangen, ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, ähm, ja, ähm. Wir haben ja hier eine Liste. Es gibt jetzt so, es gibt noch so ein paar Entwicklungen, äh, dass man doch wieder Spefel benutzen möchte, äh, ohne jetzt das Ganze bei 450 Grad betreiben zu müssen, sondern bei, bei Zimmertemperaturen, ähm, da macht man Fortschritte, aber sie sind noch nicht so toll, ähm, weil, äh, das, das Problem bei den Lithium-Ionen-Akkus ist, eins der Probleme ist jetzt nicht mehr so sehr die Kathode. Die Kathode ist erst mal, funktioniert zumindest erst mal, äh, die Anode funktioniert natürlich auch, äh, von daher ist es schon mal super, aber wenn du jetzt mehr Energie speichern möchtest, ähm, dann ist einer der, der Dinge, die man gerne tun möchte, ähm, auf der Anode, auf dieses Graphit zu verzichten, weil, wie gesagt, du brauchst sechs Kohlenstoffatome, um ein Lithium-Ionen zu speichern. Das ist ein bisschen schlechtes Verhältnis, ähm, wiegt halt zehnmal so viel, und, äh, gibt jetzt Ansätze, das zu verbessern, äh, das eine ist, dass man kleine Mengen an, an Silizium reinbringt, weil Silizium, äh, da ist das Verhältnis ungefähr eins zu eins. Ah, okay. Von der Masse her. Ähm, das bildet, äh, du brauchst, ich glaub, vier Silizium-Atome für 15 Lithium-Atome. Und vom Masseverhältnis kommt das dann ungefähr auf eins zu eins raus. Okay. Ähm, das Dumme ist, äh, nur Silizium zu benutzen ist schwierig, weil, äh, das spielt echt heftig an. Ich glaub, das wird drei- oder viermal so groß, wenn's, wenn's voll beladen ist. Und dann hast du ja das gleiche Problem wie beim Aluminium vorhin, äh, das zerbröselt dann. Und, äh, man versucht jetzt mit allen möglichen Techniken, äh, dieses Zerbröseln zu verhindern. Ähm, man benutzt kein Aluminium, weil Aluminium ist da nicht ganz so gut, deswegen nimmt man einfach gleich das Beste. Und wenn man sich schon den Kopf zerbricht, dann nimmt man lieber gleich das Beste, ne? Ja, klar. Ähm, und, äh, man ist jetzt so weit, dass man zumindest ein paar Prozent Silizium, äh, zu dem Grafit dazu mischt. Ähm, so, puh, zwei, drei Prozent, äh, ist dann halt schon mal ein bisschen besser. Ähm, man versucht die Anteile jetzt zu erhöhen. Äh, es gibt noch andere Möglichkeiten. Äh, also, es gibt, äh, eine, eine Firma namens, äh, Solid Power, die, ähm, ähm, Silizium mit Festkörper, in der Festkörperakku drin hat. Und, äh, ja, ähm, das Problem, wenn dieses Silizium zerfällt, ist halt, du hast dann auch wieder diese SEI, dieses Solid Electrolyte Interface, also diese, diese Schicht, äh, zwischen dem flüssigen Elektrolyt und dem eigentlichen Silizium. Und, äh, das Problem ist einfach, äh, je kleiner die Partikel sind, desto größer ist die Oberfläche von dem Partikel. Kann man sich leicht vorstellen, nimm dir irgendwas, äh, irgendein Brötchen, nimm dir ein Brötchen und teile es in die Hälfte. Was hast du gemacht? Du hast außen immer noch die gleiche Oberfläche, aber dort, wo du durchgeschnitten hast, hast du jetzt auf der einen Hälfte eine zusätzliche Oberfläche und auf der anderen Hälfte auch nochmal eine zusätzliche Oberfläche. Und auf dieser Oberfläche bildet sich jetzt halt schon wieder so eine Schicht. Und in dieser Schicht ist jetzt wieder irgendwie Lithiumfluorid drin, da ist irgendwie das Lithiumoxid drin, irgendwelche anderen komischen Verbindungen, wo auch ein bisschen Lithium drin ist. Und dann geht deinem Akku einfach mehr Lithium verloren. Und, äh, wenn dein Stück, äh, Silizium jetzt nicht nur geteilt wird, sondern in kleine Teile zerbröselt, ähm, dann entsteht halt eine ganze Menge davon. Und plötzlich geht dir eine ganze Menge Lithium verloren und dein Akku geht halt, kann halt nicht mehr sich ordentlich entladen. Ne, beim Entladen, äh, geht ja das Lithium von der Anode wieder zurück in die Kathode. Und wenn das jetzt in der Anode stecken bleibt, äh, dann, dann ist halt irgendwann Schluss und es kommt keine Energie mehr raus. Bisschen blöd. Ähm, und, äh, wenn du jetzt eine, äh, ein festes Elektrolyt hast, also keine, keine Flüssigkeit, ja, dann entsteht diese Schicht nicht mehr. Und dann kannst du das machen. Ist zumindest nicht mehr ein ganz so großes Problem. Ähm, deswegen wird das dort benutzt und, äh, man hat einen gewissen Vorteil an Energiedichte daran, weil man halt nicht den, äh, nicht das schwere Graphit drin hat. Ähm, aber das ist ja trotzdem die mechanische Belastung dann noch, oder? Äh, eine gewisse mechanische Belastung hat man ja. Ähm, eine gewisse mechanische Belastung, äh, hilft manchmal sogar, ähm, weil wenn du so ein, so ein, äh, festes Elektrolyt hast, kannst du das auch gleich als Separator benutzen. Mhm, ja. Und, äh, der nächste Trick ist dann sozusagen, dass du sagst, äh, ich nehme kein Silizium mehr, sondern ich nehme es nur noch als Siliziummetall. Und, äh, wir haben ja schon gesagt, das Problem dort ist, äh, wenn sich das, äh, wenn sich das Lithium irgendwie auf dem Metall ablagert, dann bildet das gerne mal so Spitzen, wo sich dann noch mehr Metall ablagert und so weiter. Okay, ja. Und, äh, wenn du ein festes Elektrolyt hast, hast du die Chance, dass du dieses Wachstum dieser Spitzen einfach, äh, abstoppt, also bevor die noch, bevor die durchkommen. Das ist zumindest der Plan, äh, manchmal kommen sie doch, doch noch durch, aber, äh, man hat zumindest deutlich bessere Chancen, als wenn du da so eine löchrige Plastiktüte dazwischen hast. Ja, ja, verstehe, ja, hm. Ne? Und das ist jetzt halt das ganze Ding mit diesen Festkörperakkus. Ähm, Festkörperakkus haben natürlich das Problem, äh, du hast ein festes Elektrolyt, das sind Oxide, das sind relativ schwere Dinger, das ist nicht mehr so eine leichte Flüssigkeit. Ähm, und du hast dann halt, äh, den Vorteil, dass du die Anode nicht mehr hast, also das Anodenmaterial nicht mehr hast, dass du das einsprachst vom Gewicht her. Ja, aber umgekehrt hast du halt ein schweres Elektrolyt da drin, das ein gewisses Gewicht hat, äh, dann brauchst du einen Separator, also du brauchst eine Stück Strecke, wo dann wirklich bloß dieses Elektrolyt ist, was dann auch nochmal ziemlich viel wiegt. Und dazu kommt noch, dieses Elektrolyt ist natürlich, das ist ein, äh, ja, irgendein Sulfid mit ziemlich viel Lithium drin oder irgendein Oxid mit ziemlich viel Lithium drin, weil du brauchst eine ganze Menge Lithium da drin, äh, damit sich da drin überhaupt irgendwelche Lithiumatome bewegen können oder Lithiumionen, besser gesagt, bewegen können. Äh, weil die bewegen sich da drin nicht, sondern, äh, du hast praktisch so eine Kette, also, äh, du schiebst eins rein, auf der, auf der einen Seite schiebst du ein Lithiumion rein und auf der anderen Seite kommt ein anderes raus, ne? Und dafür brauchst du einfach eine ganze Menge Lithium da drin und, äh, das ist noch so ein Problem, so heißen, immer wenn du so einen Festkörperakku hast, dann hast du eine deutliche größere Menge an Lithium da drin, die du, die du zusätzlich noch brauchst. Hm. Die, mit der eigentlichen Reaktion überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, äh, aber dafür hast du halt die Chance, äh, jetzt einfach bloß so, so, äh, Lithium als Anode zu haben und eine ganze Menge Gewicht einzusparen. Äh, und dann, äh, ja, hast du halt eine höhere Energiedichte. Und damit kommst du jetzt auf Energiedichten, also, so mit, mit die herkömmlichen Zeugs, was man jetzt so hat, äh, so mit Grafit und, und Silizium da drin und, äh, so, ähm, NMC 811, also irgendwas stark Nickelhaltigen, da kommst du auf so, naja, knapp 300 Wattstunden pro Kilogramm. Äh, äh, Tesla sagt, sie können es ein bisschen besser, weil sie ein bisschen mehr Silizium in der Anode drin haben. Ähm, ähm, ja, aber so um die 300. Und, äh, wenn du das Ganze mit, äh, mit Lithium-Metall machst und den ganzen Scheiß wegdest, dann kommst du ungefähr auf 400. Hm. Oder anstatt von 3,3 Kilogramm pro Kilowattstunde hast du dann nur noch zweieinhalb. Ähm, eigentlich sind vier auch schon ziemlich gut, aber naja. Auf jeden Fall, ja. Man will halt immer mehr haben. Ja, klar. Ähm, äh, das andere, was man macht, ist, dass man, äh, in der Kathode dann halt, äh, lieber doch was Flüssiges nimmt, weil in flüssigen Elektrolyt ist nicht ganz so schwer und, äh, es bewegen sich auch die Ionen da drin natürlich viel freier und leichter und schneller. Äh, äh, hat gewisse Vorteile. Dafür hat man den Vorteil nicht mehr, dass das feste Elektrolyt natürlich nicht anfangen kann zu brennen. Also es ist dann immer so ein bisschen hin und her. Hm, was ist uns jetzt wichtiger? Ähm, und, äh, was funktioniert vor allen Dingen besser? Und, äh, Flüssigkeiten funktionieren deutlich besser, weil du hast einfach besseren Kontakt überall. Also, ähm, deswegen sind die Leute, die das machen, zurzeit deutlich weiter als alle, alle, die sagen, äh, wir machen hier nur noch Festkörper. Und, äh, ja, das ist so die, die Entwicklung, in die es geht bei Lithium-Ionen-Akkus, um irgendwie möglichst viel Energie aus dem Akku rauszuholen. Ähm, da gibt's dann, halt, du hast dann so Idrium und so Zeugs mit drin, äh, halt auch so ein bisschen seltene Erden, was damit so zukommt, wo ich jetzt nicht ganz den Überblick habe, wie viel genau man dafür braucht, äh, ob das, ob das eventuell ein Ressourcenproblem werden könnte. Ein Ressourcenproblem ist auf jeden Fall, dass man halt mehr Lithium braucht, also brauchst dann halt, äh, anderthalbmal so viel ungefähr, also anstatt von so 120 Gramm Lithium-Metall, äh, brauchst du dann halt so, hm, 180 oder so. Ähm, Lithium wird meistens gerechnet in Lithium-Karbonat-Äquivalent. Ähm, und das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 5. Also, äh, wird meistens so zitiert als, äh, also genau genauer. Ähm, ist, äh, in einem Kilo Lithium-Karbonat sind 188 Gramm, äh, 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 Lithium drin. Und, äh, ja, also anstatt von 700 Gramm ungefähr hast du halt ein Kilo, das du brauchst. Und, äh, bei den Preisen, die wir aktuell haben oder auf die es hingehen wird, auch, auch so in den Vertrag, die, in den, äh, Lieferverträgen, ähm, ist das dann schon ein echter Kostenfaktor. Ja, klar. Und umso günstiger natürlich die Produktion wird, ja, umso höher schlagen dann natürlich auch die Rohstoffkosten durch. Und wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass wir, äh, mittlerweile in etablierte, äh, oder in einen etablierten Markt einsteigen, wo jetzt, äh, Effizienzsteigerungen ja auch schon zum, zum Teil zumindest umgesetzt wurden, ja. Und dann schlägt natürlich die Rohstoffkosten immer höher durch. Nee, nee, ganz erheblich. Du, ganz erheblich. Also, ähm, früher war es immer so, äh, Lithium, ach, geh mir weg, das, 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 das macht doch überhaupt nichts aus. Ähm, ähm, einfach weil, äh, ja, ich meine, äh, 2011 oder so hat eine Kilowattstunde noch 1.000 Euro gekostet. Äh, also. Wie schnell das ging, ja. Ja, ja, ne, also das war nicht lange her, äh, der, der Tesla Roadster, das waren über 100.000 irgendwie am Akku alleine. Mmh, ja. Wahnsinn. Äh, und das war ein kleiner Akku, so ein bisschen mehr als 50 Kilowattstunden. Ja. Also, es war wirklich so, so Wahnsinn, also so 2.000, 3.000, äh, Dollar pro Kilowattstunde ging da halt mal weg Anfang der 2000er Jahre. Das war richtig teuer. Ähm, und jetzt sind, sind wir so bei irgendwas um die 100 plus minus. Ähm, zur Zeit eher Richtung Plus als Minus, aber naja. Gibt's ja viele Stimmen, die sagen, dass jetzt, äh, dieser, dieser Abwärtstrend, erst mal, wenn überhaupt stabil gehalten wird, beziehungsweise einfach durch diese massive Nachfrage, die jetzt auch absehbar einfach erst mal noch da bleibt und in dem, äh, nicht schnell genug steigenden Angebot, dass sich die Preise da jetzt, also dass man sich erst mal davon abschieden kann, dass es jetzt weiterhin bergab geht, was die Preise angeht. Das ist auch so, ähm, ich mein, du musst dir vorstellen, äh, Nickel und Kobalt war immer so ein Anteil von, oh, ich glaub, 25, 30 Euro pro Kilowattstunde oder so. Mhm. Ähm, Lithium war irgendwas um die, äh, sieben oder so, hat, hat keinen interessiert, oder fünf, oder, also, war halt, war halt völlig unwichtig, erst recht, wenn du so tausend oder sowas hattest. Ein paar Leute haben's ab, haben's damals schon gesehen, so um 2010 rum, dass sie gesagt haben, ha, Lithium könnte irgendwann mal echt knapp werden, ne, es wird dann irgendwann auch richtig teuer, wenn, wenn die Produktionskosten runtergehen, ne, also wenn der ganze Rest irgendwie nicht mehr so teuer ist, irgendwann, äh, spielt's dann echt eine Rolle, woraus du die Dinger baust. Und, äh, also auch damals irgendwie so, als Kobalt plötzlich mal kurz knapp wurde, so um 2007, 2008 oder sowas rum, ne. Ja. Äh, hat eigentlich niemanden interessiert, das große Problem war, war mehr, äh, kommen wir jetzt noch an Kobalt ran und nicht, wie viel kostet das? Ja, oder auch an, an, äh, die ganzen sozialen Problematiken, ne, mit, äh, mit, äh, Kinderarbeit und Co, beim Kobalt hast du das ja immer, ja. Ja, halt, das, das war das eigentliche Problem damals, äh, kommen wir noch ran und nicht, wie viel kostet das jetzt? Ähm, heutzutage ist, äh, also Lithium-Kobalt-Oxid, äh, ist so das Teuerste, was du machen kannst. Ähm, das macht ja auch, macht auch keiner mehr außerhalb von irgendwie Spezialanwendungen, äh, wenn man irgendwie, also gerade so in den Raumfahrt oder so, wird gerne mal das benutzt, wenn man sagt, ah, damit haben wir am meisten Erfahrung. Keine Experimente. Ähm. Ähm, hat auch, hat ja auch den Vorteil, ähm, du hast nicht so viel Nickel drin, dadurch ist es insgesamt ein bisschen temperaturstabiler, ähm, das hat schon seine Vorteile. So ist dann doch, ähm, im Gegensatz zu Lithium-Eisenphosphat, das natürlich, äh, nach, nach oben hin stabiler ist, aber nach unten hin nicht so sehr und im Weltraum wird es halt gerne mal recht kalt, ähm, da ist es halt, äh, da hast du dann andere Prioritäten. Und, äh, Preis gehört nicht dazu. Ja. Ja, fand ich, äh, interessant, du hattest, glaube ich, in den, in den Show-Notes noch reingeschrieben, ich weiß nicht, ob du nachher noch drauf, äh, hinkommen wolltest, so was in der Raumfahrt früher eingesetzt wurde, zum Beispiel beim Mondrover, fand ich sehr, äh, lustiger, da habe ich Gedanken drüber gemacht, ja. Ja, äh, da hatte man, äh, Zink-Silber-Akkus drin gehabt, die waren so fast schon so auf dem Niveau von, äh, von, von Lithium-Eisenphosphat, aber man kann sich nicht, oder so, so, den frühen Lithium-Ionen-Akkus, aber man kann sich recht schnell vorstellen, warum das nicht so beliebt war. Ja, äh, gut vorstellbar, haben wir noch ein bisschen Silber auf dem Mond, falls wir es brauchen irgendwann mal, ja. Ja, ja, so ungefähr, ne, also, wie gesagt, das, äh, es, es gab auch in den 60er und 70er-Jahren, da gab es halt, äh, eine Menge Entwicklungen, halt nicht nur Natrium-Schwefel, äh, es gab da auch Eisen-Luft-Akkus zum Beispiel, das war auch in, in Deutschland irgendwie mal, äh, von der NASA, glaube ich, sogar entwickelt, äh, das ist praktisch so ein, so ein bisschen ein Hybrid aus Brennstoffzelle und, äh, äh, Nickel, äh, ne, Nickel-Metallhydrid oder, äh, Nickel-Cadmium-Akku, sagen wir mal. Ähm, man lässt praktisch, ähm, äh, äh, okay, Schritt zurück. Ähm, 1899, äh, wurde der Nickel-Cadmium-Akku entwickelt, okay, äh, halt Nickel auf der einen Seite oder besser gesagt Nickelhydroxid auf der einen Seite und Cadmium auf der anderen Seite und, äh, praktisch schaufelst du da ein, äh, Wasserstoff-Ion, äh, von deinem Nickelhydroxid rüber zum Cadmium, das sich dort irgendwie zu Cadmiumhydroxid verbindet und dort, äh, gespeichert wird und beim Entladen kommt's wieder zurück. Okay? Ja. Gut. Ähm, Edison, Thomas Edison, der mit der Glühbirne, äh, hat, äh, oder zumindest jemand von ihm hat, äh, daraus, äh, den Nickel-Eisen-Akku entwickelt, äh, wo man das gleiche macht, bloß nicht mit Cadmium, sondern mit Eisen und Eisenhoxid oder Eisenhydroxid. Und, äh, ja, okay, wie gesagt, äh, eigentlich geht's bloß darum, irgendwie, äh, ein, ein Wasserstoff-Ion, äh, rüberzuschaufeln zu dem Eisen in dem Fall, anstatt von Cadmium, äh, was schon mal ein Vorteil war, weil, äh, statt Cadmium, weil Cadmium ist halt selten und teuer und Eisen nicht. Ähm, dann hat's immer noch das Nickel-Problem. Ähm, in den 60er-Jahren ist man drauf gekommen, hey, Moment, wir können doch Wasserstoff auch woanders herkommen, zum Beispiel in, äh, alkalischer Elektrolyse und so Kram und Brennstoffzellen. Ähm, und hat dann gesagt, hey, äh, wir, wir benutzen praktisch den, den einen Teil von der, von der Brennstoffzelle anstatt von dem Nickel und kriegen da unser, unser Wasserstoff, äh, Ion her und, äh, speichern das in der Anode mit dem Eisen und hat daraus einen Lufteisen-Akku gebaut. Ähm, der hat dann immer so halb funktioniert, also, äh, hat, insbesondere war er nicht sonderlich effizient, ähm, und hatte noch so ein paar andere Probleme mit zu bröseln und Zeugs und so, äh, also war nicht ganz so praktisch, äh, hatte man in den 70er-Jahren gehofft, ähm, dass man daraus was bauen kann. Hatte vor allen Dingen immer das Problem, dass, dass die Akkus sich nur sehr langsam entladen können. Ähm, aber so potenziell halt vom, äh, vom Materialaufwand halt, hm, ne? Ja, Eisen. Eisen und, ja, das und, hm, äh, ist irgendein Katalysator und der kann dann doch schon mal teuer werden, äh, das war dann halt, äh, sehr, sehr oft mal so Platin-Gruppe und so. Ähm, man hat dann aber, man hat Besseres entwickelt oder zumindest Billigeres, das dann aber von der Effizienz her nicht mehr ganz so toll ist und, also, es läuft immer so auf 50 Prozent ungefähr hinaus. Ähm, und du hast dann auch so Probleme wie, naja, ein bisschen Elektrolyse findet dann halt doch statt und dann kommt, äh, Wasserstoffgas raus und so Kram. Also, du hast, und, äh, du musst, äh, CO2 raushalten, also, einfach nur Luft ist nicht, sondern, sondern du brauchst noch irgendein, irgendein System davor, dass das CO2 rausholt. Ähm, das kann man regenerieren, also, man kann dann, äh, praktisch das aufheizen und dann hast du wieder den Ursprungsstoff, äh, ich glaub, Lithiumhydroxid oder sowas nimmt man dann, äh, um, dann macht man praktisch aus Lithiumhydroxid macht man, äh, Lithiumcarbonat oder Lithiumhydrogencarbonat, äh, und, ähm, ja, äh, fängt damit praktisch das CO2 ab. Äh, ist in der Raumfahrt recht beliebt, um, äh, die ausgeatmete Luft, äh, wieder zu reinigen, damit man da oben nicht erstickt, äh, an CO2 und so. Ähm, CO2-Vergiftung ist ja doch ein Thema da oben. Ja, hatte gerade überlegt, ähm, ob das auch bei diesen Rebreezing, ähm, Tauchgeräten eingesetzt wird, aber ich glaub, da geht man eher auf, äh, da geht man, glaub ich, eher auf das, äh, wie heißt das, äh, nicht Kalk? Äh, irgendwie so ein Kalkbedienst. Äh, kann sein, Pantkark oder sowas. Ja, kann durchaus sein. Aber könnte man, oder weiß ich nicht, vielleicht jetzt noch das auch, äh, ja. Oder kann ich nicht, was man da benutzt, genau. Ähm, jedenfalls irgendwas, das halt mit CO2 reagiert und, äh, das abfängt. Naja, ist jedenfalls eine ganze Menge Aufwand und es gab, es gab jetzt eine Firma, äh, die nennt sich Form Energy, die gesagt hat, hey, wir bauen die Dinger einfach richtig groß und, äh, wir lassen uns richtig viel Zeit bei der Entladung, so 100 Stunden. Und das wird ganz bestimmt ganz billig und, äh, 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 bitte gebt uns Geld. Wie das halt immer so ist. Und Bill Gates hat natürlich Geld gegeben und das, das fällt dann immer sofort wieder auf. Ähm, hat natürlich den Nachteil, du verlierst ungefähr 50 Prozent, äh, der, äh, des gespeicherten Stroms. Ähm, und es ist eine ganze Menge Aufwand und so. Ähm, soll trotzdem billig sein, aber, äh, so richtig. Also, äh, das, was ich gelesen hatte, da haben sie in ihrem White Paper geschrieben, ähm, ja, bei der genauen Entwicklung der Konstruktion und so, da sind wir noch dabei. Äh, aber gebt uns schon mal Geld. Ja. Äh, äh, was, äh, du hast ja auch einen Artikel bei Golem dazu geschrieben und da hat sie geschrieben, dass das 4 US-Dollar pro Kilowattstunde an Akkukosten im White Paper zwar versprochen werden, aber auch dann auch wieder direkt wieder, äh, zurückgerudert wird mit hier, äh, kann aber nicht als gegeben angenommen werden, weil es ist nur ein Teilsystem darstellt, ja. Genau. Ja, warum schreibt das dann auch? Aber, naja, ist ja mal eine Größenordnung vielleicht. Ja, ähm, ähnliches Thema, auch, äh, Zink-Luft-Akkus, ähm, das funktioniert auch, aber, naja, die kommen so auf 60, 65 Prozent oder so, sagen sie. Ähm, das ist aber letzten Endes, letzten Endes ist das sowas ähnliches wie eine Hörgerätebatterie, äh, das sind Zink-Luft-Batterien, also werden einfach zusammengebaut, ähm, hat eine ziemlich hohe Energiedichte, weil man halt als Kathode, äh, Sauerstoff benutzt aus der Luft, äh, das ist immer recht hilfreich, weil das wiegt wenig. Ja. Also, zumindest so lange, wie die Luft noch nicht drin ist und, äh, brauchst halt nicht irgendwie Nickel oder so einen Scheiß, ähm, als Reaktionspartner, ähm, kann man nur nicht so leicht wieder aufladen, da gibt's dann immer so, äh, komische Leute, die dann sagen, hey, wir haben's geschafft, wir haben eine Batterie gebaut, die kann man auch gleich wieder aufladen, also, dass du halt ein festes Ding hast, wo du einfach wieder Spannung anlegst und, äh, dann lädt sich das wieder auf, ähm, und wenn man dann etwas genauer hinguckt, merkt man, ähm, ja, aber nur so ein kleines bisschen. Okay. Ähm, das wird dann irgendwie verpackt, so, dass man's nicht sofort mitkriegt und dann, äh, kommen die trotz allem nochmal durchs Peer-Review durch, weil Peer-Review ist ein Witz. Das hab ich gelernt, äh, in, in jahrelangen, in jahrelangen Kopfschütteln, hab ich irgendwann gelernt, äh, okay, Peer-Review kann wichtig und gut sein, es kann auch richtig schlecht sein, also richtig schlecht gemacht sein im Sinne von wird einfach durchgewunken. Also Peer-Review ist wirklich so eine Sache, äh, äh, hm, ob's gerade gut ist oder nicht, ist eine Frage, äh, die wirklich vom Einzelfall abhängt und du kannst von außen nicht immer beurteilen. Ist halt auch, also, es ist halt in vielen Fällen besser als nix, aber ist halt immer die Frage, was ist die Alternative dazu, ne? Und ich mein, was viele ja nicht wissen oder was viele nicht verstehen, die Peer-Reviews. Öffentliches Review. Äh, ja, gut, klar, aber das ist dann halt auch, ähm, im Endeffekt ist ja eine Veröffentlichung auch ein öffentliches Review, ne? Also, ähm, könnte man ja so ansehen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Steht nur nicht daneben. Genau. Steht nur nicht daneben. Also, es wäre irgendwie gut, wenn man wirklich eine Kommentarspalte zu jedem Paper hätte, dass man weiß, äh, wenn jemand was dazu sagt, ey, Leute, das ist scheiße, was soll der Mist, ähm, dass man das dann auch gleich lesen kann, äh, oder wo die Probleme liegen, weil ich hab jetzt schon so viele Paper gesehen, wo offensichtlicher Mist drinsteht. Äh, mal ganz kurz auf Topic zu dem Thema, ganz interessant, ich hab ja eine Meta-Regressionsanalyse in meiner Masterarbeit geschrieben und da war natürlich die Qualität von solchen Paper, ähm, auch ein Thema. Äh, ein Qualitätsfaktor ist natürlich, wie oft wird's zitiert und umso länger das halt draußen ist, umso öfters wird ja sowas dann schon auch mal gerne zitiert und dann kannst du dir praktisch auch einen Faktor zurückrechnen über wie lang ist dieses, äh, diese wissenschaftliche Publikation draußen im Verhältnis zu den Zitaten. Und insgesamt umso länger jetzt eine, äh, eine wissenschaftliche Publikation draußen ist und, und zitiert wurde, umso stabiler kann man auch davon, also ist auch nicht immer richtig, ne? Also ich mein, hier gibt's ja immer nur diese Thematik mit, äh, Spinat hat viel Eisen, was dann irgendwie auch über Jahre hinweg keiner mehr überprüft hat und irgendwie jeder als gegeben angenommen hat. Aber, ähm, insgesamt ist das schon ein Qualitätsfaktor, ja. Marshmallow-Studie? Äh, ja, kleine Kinder, denen man, äh, irgendwie einem Marshmallow vorsetzt und sagt, hey, du kannst zwei kriegen, aber fünf Minuten lang darfst du's nicht essen. Ja. Das ist das Ding, äh, was sich auch irgendwie als Mist erwiesen hat und so. Was dann auch nicht stimmt, das war diese lang angelegte Studie eigentlich, ne? Wo sie dann da, ähm, schauen wollten, wie erfolgreich sind diese Kinder dann, ja. Ich glaub, Methodisch Incorrect hat dazu was gemacht mal und hat das sich angeschaut, fand ich sehr interessant. Sehr gut möglich, sehr gut möglich. Ähm, also ich hab auch eine ganze Menge richtig miese Paper auch, äh, das fing irgendwie so 2010 an mit den Akkus bei mir, äh, als ich zum ersten mal so geguckt habe, was gibt's denn so alles und Alternativen zu Lithium und wie kann man auf 200 Dollar pro Kilogramm kommen, äh, was damals so als eine Schallgrenze, äh, galt, die schon, äh, wahnsinnig, äh, schwierig zu erreichen ist. Ähm, äh, damals hat man gedacht, naja, so vielleicht 400 mit Lithium, aber 200, nee, 200 ist nix. Ähm, äh, wie das halt so war, äh, wenn man halt einfach auch richtig schlechte Annahmen hatte und, äh, ja, da konnte sich auch keiner vorstellen, sag ich mal, ja. Also das ist halt, ähm, es gab eine Menge Leute, die sich's vorstellen konnten, aber es wurde halt sehr schlecht gerechnet und, äh, ich meine, du hast halt auch noch Paper aus der Zeit, wo, äh, teilweise halt, äh, Rohstoffkosten und Materialkosten in einen Topf geschmissen wurden, was halt, äh, idiotisch ist, weil Materialkosten heißt, du hast deine Rohstoffe genommen und die weiterverarbeitet in irgendeinem Prozess, der was kostet. Ja. Und ist natürlich immer mehr als reine Rohstoffkosten. Klar. Und, äh, wenn du jetzt sagst, ja, Materialkosten sind so und so und darunter geht's ja wohl nicht, ähm, ähm, dann hast du das Problem, dass der ganze Prozess, äh, in dem du aus deinen, aus deinen Rohstoffen, äh, das Material gemacht hast, äh, natürlich auch irgendwie einer gewissen Entwicklung unterliegt und deutlich besser gemacht werden könnte, wenn es mal wichtig wird oder wenn es skaliert wird oder wenn sich überhaupt mal jemand dafür interessiert, wie man das machen könnte, weil es bis dahin niemanden interessiert hat, ähm, und, äh, plötzlich, äh, kommt's da zu Innovationen und es wird alles billiger, ähm, äh, und entsprechend kommt dann halt, äh, entweder raus, äh, ja, unter 400 geht auf gar keinen Fall und die anderen sagen, naja, also guck dir mal an, also Lithium kostet das, Nickel kostet das und, ne, äh, du rechnest einfach bloß die Rohstoffkosten hoch und sagst dann, okay, die, die Rohstoffkosten sind das unterste, also sind meine unterste Grenze, die dann halt so abhängig davon sind, wie viel die Rohstoff halt gerade kosten. Ja, die ist ja auch nicht, äh, auch nicht fixiert, ja, die können sich auch verändern. Auch nicht fixiert, äh, hängt dann auch immer von, von Nachfrage und, und Angebot ab und außerdem auch natürlich von, von, von der technischen Entwicklung, da kann ich ja auch immer noch was tun, ähm, aber es ist zumindest schon mal eine Untergrenze, wo man sagen kann, okay, darunter geht's da nicht, äh, und der Rest hängt dann so von äußeren Faktoren ab, ähm, aber das ist dann, äh, zumindest in der, in der seriösere Rechnung, als wenn man sagt, ja, die Materialkosten können nicht billiger werden, ähm, und da muss man sich dann halt den Rest der, äh, der, der Produktionskette anschauen, was da an Kosten dazukommen könnte, ähm, und, äh, ja, muss man gucken, was an Skaleneffekten da alles auftaucht und was da noch alles runtergehen kann. Meistens ist es so, dass Verarbeitung von Materialien, ähm, mal abgesehen von Energiekosten, äh, die man natürlich auch reinrechnen kann, äh, gegen Null tendieren. Also du kannst halt jeden Scheiß richtig billig machen, indem du es richtig groß aufziehst, ähm, halt von Energie, von Energie, so Prozessenergie und sowas abgesehen. Also kommen halt sehr, sehr stark drauf an, was du machst, also wenn du jetzt, ähm, da nochmal irgendwelche chemischen Prozesse zwischendrin hast, da hast du dann halt auch eine, eine Untergrenze, wo du halt einfach eine physikalische Grenze hast, ja, 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 genau. Gewisse Prozesse brauchen halt einen gewissen Inputenergie und das, das kann man dann nochmal irgendwie Tricks außenrum finden oder was, oder irgendwie irgendwelchen, nochmal den super duper Katalysator oder sonst irgendwie was, aber, ähm, da gibt's schon auch nochmal, ähm, härtere Grenzen. Ja, sag ich, also Energie ist, Energie ist halt wichtig, ähm, aber so, so reine Verarbeitungsschritte, äh, da kann man wahnsinnige Einschwarungen machen, wenn du von, äh, sagen wir mal, wenn du sagst, äh, 500 Tonnen pro Jahr, äh, denkst du schon, hey, da hab ich echt was geleistet und, äh, gehst dann hin zu 50.000 Tonnen im Jahr und denkst dir, naja, so richtig viele ist ja nicht, äh, wie es heutzutage ist, also mit irgendwelchen, äh, Akkumaterialien, das, das ist halt wirklich so, also, ähm, äh, in Schweden gibt's eine Firma, die nennt sich Altriss und da werden wir jetzt noch dazu kommen, was die machen, äh, die machen eine Kathode für Natrium-Ionen-Akkus und die bauen jetzt gerade eine Produktion auf für 2000 Tonnen im Jahr, das ist eine Gigawattstunde äquivalent, so nominell zumindest, aber eine Gigawattstunde, das war früher, boah, richtig, richtig geil viel, ähm, das ist heutzutage nichts mehr, äh, das ist so, so, naja, bisschen, also es ist schon, es ist schon viel im Sinne von, es ist, äh, deutlich mehr als Labor, ähm, und du kannst dann halt so, naja, mal tausend Autos oder 2000 damit bauen, was halt so für die Industrie ist das halt echt nicht viel, aber naja. Du kannst mal nachweisen, dass du theoretisch in der Lage bist, das, äh, auch hochzufahren. Dass du, ja, also das ist halt so, so wirklich so, ähm, industriell echt relevant. Genau. Äh, wenn du jetzt nicht damit nachgewiesen hast, dass alles viel zu teuer und viel zu aufwendig ist. Genau. Das kann natürlich immer noch passieren, ähm, aber wenn du, wenn du zeigst, hey, hier, äh, wir haben das gemacht und es ist billig, äh, äh, schaut mal her, das geht, ähm, dann ist das schon mal, dann ist das schon mal richtig gut und wenn du das dann halt von, von tausend Tonnen im Jahr auf, äh, zehntausend oder hunderttausend hochskalierst, wird das natürlich alles nochmal viel, viel billiger und wenn man früher so irgendwie mal 50 Tonnen oder 100 Tonnen, äh, äh, gemacht hat und dachte, hey, man ist wer, ähm, dann, dann sind das natürlich völlig andere Verhältnisse, ne, und dann kannst du deine Materialkosten, äh, quasi, halt die Verarbeitungskosten quasi auf null senken im Vergleich zu früher, ne, und, äh, das ist halt das, was passiert ist, ähm, weshalb man halt nicht mehr irgendwie so, äh, ein paar tausend Dollar, sondern irgendwie auf 100 oder so runterkommt und die Verarbeitungskosten nicht mehr den Löwenanteil ausmachen, sondern halt nur noch ein Bruchteil, ähm, und, äh, äh, ja, das ist halt so, das ist halt so das Ding und wenn man jetzt, äh, sich überlegt, okay, wie will ich jetzt einen billigeren Akku machen, äh, dann geht's nur noch über Substitution von Rohmaterialien und, äh, äh, deswegen ist LFP halt auch, also Lithium-Eisenphosphat, äh, so erfolgreich geworden, weil kein Nickel und kein Kobalt drin ist, äh, du hast halt, äh, die, die teuren Teile erst mal ersetzt, was so der, das erste Ding ist, was du machen willst, äh, um, um, äh, Kosten zu senken, sobald du an diesen Punkt gelangt bist, wo die Verarbeitungskosten halt so auf zwar nicht null, aber doch ziemlich wenig gesunken sind, weil, äh, du bist jetzt halt komplett determiniert von den, von den, äh, Rohstoffkosten, wie weit du überhaupt noch runtergehen kannst. Und, äh, ja, wie gesagt, Lithium-Eisenphosphat ist jetzt halt wichtig geworden und es ist so wichtig geworden und so viel geworden, äh, dass das einzig Knappe da drin halt das ist, was jetzt knapp geworden ist. Ähm, äh, wie gesagt, Lithium, das ist richtig, richtig knapp geworden und halt so eine Verzehnfachung von einem Preis, äh, ist doch schon recht deutlich. Ähm, also Nickel und Kobalt, wo man gedacht hat, Nickel, Nickel, das, das wird das Ding sein, was, was sofort ausgeht, wenn man halt immer noch gedacht hat, ja, nickelreiche Kathodenmaterialien, das ist jetzt das große Ding. Ähm, äh, ja, das wird zuerst ausgehen und ist der einzige Kostenfaktor, der irgendwie eine Rolle spielt, äh, ist halt nicht gekommen. Ähm, aber ist halt so um, ich weiß nicht, 60 Prozent gestiegen, ähm, anstatt von, ja, halt irgendwie tausend. Kobalt ist um 100 Prozent gestiegen. Ja. Ja, also das sind völlig andere Verhältnisse, ähm, aber es lohnt sich halt, dass Nickel und Kobalt trotzdem loszuwerden, weil du sparst halt irgendwas um die 30 Dollar pro Kilowattstunde ein. Mhm, klar, ja. Ja, gut, das, ähm, das macht natürlich schon auch Sinn, insbesondere beim Kobalt gab's ja da viel Gespräche drüber. Ich hab ja auch immer wieder gehört, oh ja, das Kobalt und, dass die Akkus deswegen ja so, so schlecht für die Menschen sind. Und hab mich da immer gefragt, so, hä, was, wieso, das Problem ist doch schon lange gelöst. Da haben wir doch Lösungen dafür, das Kobalt rauszukriegen und so. Ähm, und dann ging's ja jetzt weiter mit dem Lithium. Das Lithium ist schlecht für die Umwelt, weil da irgendwie Wasser und so, wo ich da auch immer das noch nicht so ganz kaufe. Das Wasser ist es nicht. Ja, gut, da gibt's ja schon. Das Wasser ist nicht so das ganz große Problem, aber der Punkt ist einfach, ähm, typische Konzentrationen sind so 1000 ppm, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, äh, du brauchst wahnwitzige Mengen von, von, von Erz, das da abbauen und verarbeiten musst, um, äh, Lithium da rauszukriegen. Ja. Ja, und, und, und da bei der Aufreinigung hast du ja dann, zumindest bei den Sohlen hast du halt einen Wasserverbrauch, ja. Ja, unter anderem, äh, und halt Chemieindustrie noch ein bisschen, je nachdem, was für einen Prozess du auch drin hast, äh, irgendwie Stäfel mit drin und bla. Ja, aber gut, ich mein, äh, wo gehobelt wird, fallen Spände, sag ich da immer, ne, ich mein, kannst halt nicht irgendwie eine Hightech-Industrie aufbauen und erwarten, dass halt alles irgendwie komplett ohne irgendwelche Emissionen passiert. Das passiert halt einfach. Und da muss man halt nur gucken, ähm, was du wo, wie haben willst und was kannst du halt machen, um die Umwelt zu schützen. Und da denke ich mir halt immer so, ja. Ja, und das Ding ist halt Substitution. Genau. Substitution ist immer, äh, ist immer etwas, äh, das man, äh, sich anschauen sollte. Ja. Äh, äh, gerade wenn's, also sowohl wenn's um Umweltschutz geht, als auch wenn's einfach nur um Verfügbarkeit geht, äh, ja, ne, also, ähm, wenn du sagst, ich hab nicht mehr genug Kupfer, äh, ich will aber Kabel haben, was machst du? Du nimmst Aluminium, weil Aluminium ist, äh, tatsächlich ein besserer Stromleiter als Kupfer, ähm, im Tafelwerk steht was anderes, aber, äh, im Tafelwerk steht die, steht die Leitfähigkeit, ähm, nach Querschnitts, äh, Fläche drin. Also, wenn du da, wenn du da reinguckst, äh, steht da immer so irgendwie, äh, pro Meter und dann pro, äh, äh, pro Quadratmillimeter oder sowas. Mhm. Und, äh, da ist, äh, Kupfer doppelt so gut wie Aluminium, aber wenn du dann mal auf die Dichte von Kupfer guckst, dann bist du bei 9 Gramm pro Quadrat-, pro Kubikzentimeter und bei Aluminium, äh, bist du bei 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter, logisch, Leichtmetall. Mhm. Und, äh, da verkehren sich dann die Verhältnisse genau um. Also, wenn du nach Gewicht gehst, ist Aluminium besser als, als Kupfer. Ja, gut, Aluminium wird ja auch, äh, viel eingesetzt hier für die, ähm, für die richtig großen Kabel dann, ja. Ja, ähm, Aluminium benutzt man auch eigentlich sehr gerne in Akkus, zumindest überall, wo es geht, so für Stromleiter und so. Ja. Und in der Kathode ist das alles nicht das Ding. Ähm, da hast du praktisch, also die Kathode in so einem Lithium-Ionen-Akku besteht praktisch aus einer Alufolie. Ja. Ähm, und die wird dann beschichtet mit der, mit dem Kathodenpulver. Mhm. Und, äh, man kann sich jetzt bildlich vorstellen, wenn du jetzt so eine Alufolie hast und du machst da ein Pulver drauf, ähm, okay, das ist jetzt noch nicht tauglich für einen Akku. Ja. Weil fällt runter, ist blöd. Ähm, ähm, und, äh, das Pulver, äh, wie gesagt, das ist praktisch ein Stein, äh, das leitet ein bisschen Strom, also gerade so diese, diese einfachen Oxide, die leiten doch, doch noch ein bisschen Strom, ähm, aber irgendwie der Strom muss schon noch hin. Ähm, ähm, so heißen, das muss erst mal gemischt werden mit ein bisschen Kohlenstoffpulver, so Kohlenstoffpulver, das halt den, den, den elektrischen Kontakt sicherstellt. Ähm, und du brauchst noch irgendwas, äh, dass das Zeug nicht runterfällt, dass das zusammenpappt. Dann brauchst du ein Bindemittel, äh, das ist so ein gummiartiges Zeug. Ähm, ähm, äh, und das hältst dann zusammen. Und, äh, wenn du richtig gut bist, sind das so jeweils zwei Prozent Kohlenstoff, zwei Prozent Bindemittel. Äh, im Labor sind es gerne mal jeweils zehn Prozent, ähm, weil es einfacher ist, aber in industriellen Prozessen willst du natürlich die, die Mengen möglichst reduzieren, damit du, äh, möglichst viel Kathodenmaterial da drin hast in deiner, in deiner eigentlichen Kathode. Ähm, klar. Und der Rest ist dann so flüssiges Zeug, ne? Ähm, ähm, also du beschichtest halt diese Aluminiumfolie mit deinem Kathodenmaterial und, äh, ja, dann hast du halt deine Kathode und dann kommt dann, äh, halt diese Plastikfolie oben drauf. Ähm, und, äh, da drauf kommt dann, äh, eine andere Folie, die dann mit deiner Anode beschichtet ist. Ähm, und da ist dann auch wieder ein Bindemittel dabei, äh, bei Graphit brauchst du jetzt keinen Kohlenstoff, weil es leitet genug und die Graphitpartikel, äh, äh, berühren sich gegenseitig. Also dann hast du deinen elektrischen Kontakt auch da. Ähm, ähm, du hast aber das Problem, äh, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, äh, Lithium und Aluminium bilden recht leicht eine Legierung, gerade wenn, äh, wenn du, äh, den Akku auflädst. Und, ähm, ja, äh, du kannst also in der Anode kein Aluminium benutzen, weil, äh, ja, dann zerbröselt dir das Aluminium, wenn das Lithium da eingelagert wird und das wieder rauskommt, weil das war ja schon das Problem, weshalb man das Aluminium nicht als Anode benutzen kann, ne? Ja. Deswegen benutzt man dort Kupfer. Ah, okay. Ähm, mögliche Alternative ist Nickel. Okay, ja. Das wird gern im Labor benutzt, ähm, äh, okay, aber nicht so toll. Äh, man könnte jetzt noch überlegen, äh, du nimmst Edelstahl mit so ein bisschen Nickelanteil, so zehn Prozent oder so. Mhm. Leitet aber deutlich weniger gut Strom und, äh, du benutzt das Aluminium und Kupfer auch sehr gern, äh, weil es, äh, gut Wärme leitet. Ja. Und Wärmeleitung und Stromleitungsfähigkeit, äh, ist miteinander gekoppelt, äh, weil Wärmeleitung ist, das ist Elektronenbewegung und, ähm, ja, äh, wenn, wenn irgendwas schlecht Strom leitet, dann leitet es auch schlecht die Wärme im Allgemeinen. Ja. Also nicht immer, aber so, äh, so Daumenregel ist das. Ähm, und, äh, Lebensfolge ist schlecht. Und die, äh, die eigentlich Beschichtung von der Anode und Kathode, äh, das ist auch eher so von der Wärme her mehr so Isolator als Leiter. Okay. Also, ah, nicht so doll. Und irgendwie willst du die Wärme ja aus deinem Akku rauskriegen und wenn du da ein bisschen, ein bisschen irgendwie so Alufolie und sowas hast, äh, und Kupferfolie hast, macht die Sache doch deutlich besser. Hm. Interessant. Ähm, und Strom möchtest du halt auch, äh, gerne gut leiten haben, weil, äh, du ziehst eine ganze Menge Strom da raus und wenn du dort elektrischen Widerstand hast, dann erzeugst du noch mehr Wärme. Genau. Und, äh, wenn du dann sowieso schon schlechte Wärmeleitfähigkeit da drin hast, macht es das noch schlimmer. Ähm, willst du auch nicht haben. Und du verlierst natürlich Energie. Äh, und, äh, du hast eine, eine Spannung, einen Spannungsabfall, den du dort produzierst. Und wenn du einen Spannungsabfall hast, dann gibt's, hast du auch wieder mit Elektrochemie ein paar Probleme. Und, ähm, also macht's alles nicht gut, aber du willst nur wirklich gute Stromleitung haben. Ähm, ansonsten musst du deinen Akku sehr langsam laden und entladen. Und das willst du dann auch wieder nicht, weil du willst ja fahren. Ähm, ähm, und, und nicht 100 Stunden fahren, sondern irgendwie, also deinen Akku möchtest du dann schon etwas schneller leer kriegen können. Also, äh, du willst ja nicht nur rollen, sondern du willst durchaus fahren. Ähm, also du willst ja auch richtige Leistung haben. Ähm, ja, deswegen ist Edelstahl, äh, 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 keine gute Lösung. Ähm, deswegen bleibt's dann am Ende trotzdem bei Kupfer hängen. Ähm, also, wenn du Lithium-Ionen-Akkus hast, hast du fast immer auch Kupfer. Es sei denn, du hast eine Anode, die zufällig, äh, zuverlässig alles abfängt, was an Lithium ankommt, sowas wie, äh, Lithium-Titanat. Was, äh, erstens auch schon mal wieder eine Lithium-Verbindung ist, also auch schon wieder noch mehr Lithium drin. Ähm, und, äh, zweitens, äh, eine gewisse Spannung selbst hat. Äh, deswegen fängt's auch die Lithium-Ionen ab. Also, das ist, du könntest das praktisch auch schon als Kathode wieder benutzen, aber, mh, äh, hat eine gewisse Gegenspannung. Äh, von so anderthalb Volt. Also 1,2, 1,4 oder irgendwas in den Dreh. Ähm, deswegen reagiert da auch nichts mit, deswegen kannst du dann eine Alufolie nehmen, weil, äh, reagiert damit nicht, äh, hat was Besseres. Ähm, aber wenn du die Spannung verlierst, äh, verlierst du auch wieder Energiedichte. Okay. Zumindest pro Lithium-Atom. Und, äh, dadurch verliert der ganze Akku dann auch wieder eine Energiedichte. Dazu kommt noch, dass nicht ganz so viel Lithium speichern kann wie Grafit. Ähm, aber, äh, du benutzt das manchmal ganz gerne für richtige Hochleistungsanwendungen, weil einfach richtig viel und richtig schnell Lithium da reingehen kann und wieder rausgehen kann. In sehr kurzer Zeit. Also es wird dann auch gerne mal benutzt für sowas wie, äh, Elektro-Loks. Mhm. Ähm, es gibt jetzt so Elektro-Hybrid-Loks, die man sehr schnell aufladen und entladen kann. Und, äh, das ist auch sehr, sehr stabil. Also solche Akkus, die halten dann auch mal ein paar zigtausend, äh, Ladezyklen aus. Also es hat schon, hat schon so seine Vorteile. Wird auch in der Formel 1 benutzt. Oder wurde zumindest mal, ähm, Anfang zumindest, als so die, die Hybrid-Batterien, äh, in Mode kamen. Da war das so Konstruktion der Wahl. Ich weiß nicht, was heutzutage, äh, genau benutzt wird. Jo. Ähm, ja, also im Allgemeinen hast du trotzdem, also Lithium-Akku, so was du an, an Massenproduktion hast, äh, hat auch Kupfer und wirst dir nicht los. Okay. Ja. Je nachdem, wie dick die Beschichtung ist, ist das dann mehr oder weniger Kupfer, weil logisch, wenn du eine dünne Beschichtung hast, äh, hast du einfach mehr Kupferanteil in deinem Akku drin. Ähm, das hast du dann auch wieder in Hochleistungs-Akkus drin, weil umso dünner die Beschichtung ist, umso gering, umso schneller können die Ionen von der Anode zur Kathode und umgekehrt wandern und dann kannst du richtig Leistung rausholen. Also, äh, es ist ein Gerücht, dass man Akkus nicht innerhalb von zwei Minuten aufladen könnte. Das geht. Du brauchst bloß eine richtig schöne, dünne Beschichtung und dann geht das. Ja, kommt halt auf den Akku drauf an, ja. Ja, genau. Und das ist halt auch die Frage, wie, wie, ähm, also du hast ja immer, wenn das eine besser macht, kann halt sein, dass das andere dadurch schlechter wird, ne? Also, ja, äh, das große, der große Nachteil ist halt, äh, du hast eine Menge Kupfer drin, du hast eine Menge Aluminium da drin, äh, so heißen, du hast eine Menge, äh, Material drin und meistens hast du auch, äh, deutlich mehr Graphit da drin, als du normalerweise hättest, weil, äh, Graphit nimmt bei hoher Leistung nicht ganz so viel Lithium auf und dann möchtest du einfach einen großen Überschuss haben, damit du nicht in die Verlegenheit kommst, dass du, äh, wieder Lithium-Metal hast, weil, äh, wenn das, äh, wenn das Graphit sagt, hey, du, ich kann nicht mehr, äh, dann, äh, dann staut sich's da und, äh, alles, was passieren kann, ist, äh, das Lithium, äh, das Lithium, äh, setzt sich halt außen wieder ab und bildet wieder Lithium-Metal und, äh, die Konsequenzen kennen wir und wenn du das Ganze in einem Hochleistungs-Akku machen möchtest, dann geht das dann auch recht schnell. Also, äh, willst du nicht, dass die kaputt gehen und, äh, ja. Naja, äh, Nachteil ist dann halt immer, die Energiedichte geht dann runter, wenn du die Dinger recht schnell, äh, laden möchtest und du hast mehr Produktionsaufwand, du hast mehr von diesen ganzen Folien auch mehr Separator-Material, also diese löchrige Einkaufstüte, was ich immer sage, ne, der Separator, ähm, der kostet dann halt auch nochmal richtig Geld. Also, das wird dann halt teurer einfach in der Produktion, wenn du so einen Akku haben möchtest und dann hat er auch noch, dann speichert er auch noch wenig Energie, äh, dann, äh, hat er noch höhere Anforderungen so an Kühlung und so und, äh, ja, es ist halt immer ein Kompromiss und wenn du einen Akku haben möchtest, den du schneller laden möchtest, ähm, dann, äh, im Auto haben möchtest, dann ist halt immer die Frage, was für ein Kompromiss aus, äh, Kühlung und, äh, äh, Kosten und allem Möglichen, äh, kannst du noch am ehesten vertreten. Ich habe jetzt mal ein bisschen eine komische Frage, ich könnte mir jetzt verschiedene Akkutypen in mein Auto einbauen und dann im Batteriemanagement immer das ansprechen, was ich gerade brauche, also zum Beispiel bei Schnellladefähigkeit, wenn ich jetzt sage, ja, ich stehe jetzt gerade irgendwie in der Ampel und will jetzt irgendwie vier Minuten wieder schnell irgendwie über Induktionsspule oder keine Ahnung, was auch immer, äh, laden, ähm, dann habe ich da irgendwie so einen Pufferakku, über den das dann schnell reingeschoben wird und dann lädt der, irgendwie das weiter, also ich meine, du hast überall wieder Verluste und sowas, klar, aber, ähm. Ja, brauchst du dann, brauchst du das passende, äh, Batteriemanagement dafür, äh, irgendwie, sonst haben wir das eigene Werte und so einen Scheiß. Aber wird das schon gemacht? Ähm, ja, kommen wir gleich zu. Ah, okay. Ähm, so, weil ich, äh, ich, ich rede jetzt die ganze Zeit von, von Kupfer und Lithium und bla, ähm, und, äh, ich hatte ja mit, mit, äh, Substitution angeteasert und jetzt kommen wir da mal hin, endlich, äh, ähm, wie gesagt, also, äh, ich habe jede Menge über Natrium-Ionen-Akkus schon gesprochen, ähm, und habe dadurch ja auch den, den Spitznamen in der Sea-Base gekriegt, ähm, äh, aber ich wollte jetzt, äh, wirklich sicherstellen, dass ich, dass ich, äh, den Lithium-Ionen-Akkus dann auch, äh, äh, praktisch die Ehre gebe, ähm, äh, damit auch klar ist, äh, ich, ich weiß die Dinger echt zu schätzen, das ist eine echt, wahnsinnig gute Entwicklung. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ähm, die, die durchgemacht haben, die ist auch wichtig und, äh, ja, überhaupt keine Frage, aber, äh, ich rede deswegen so viel über Natrium-Ionen-Akkus, weil die jetzt das nächste Ding werden, das echt wichtig ist, weil, äh, ja, ähm, erstens, äh, die sind in der Entwicklung schon ziemlich weit, ähm, im Sinne von, äh, kann man jetzt benutzen, ähm, ähm, und, äh, sie sind auch einfach notwendig, weil, äh, äh, sie sind die zweitbeste, äh, die zweitbeste Akkutechnologie nach Lithium, ähm, das nächstbeste ist dann, äh, auf was gesehen, auf was, äh, geblickt? Äh, auf Energiedichte. Okay. Ähm, so, äh, zumindest so was, äh, alltagstauglich ist, also, äh, äh, Natrium-Schwefel-Akku möchtest du nicht im Auto haben. Der ist, äh, also, zumindest die, diese Hochtemperatur-Akkus, die möchtest du da nicht drin haben, ja, ne, also, so Feuergefahr und einfach viel zu heiß und bla, will man nicht. Ähm, äh, äh, und die Lithium-Produktion ist halt absehbar auf Jahre, äh, so weit begrenzt, also, die wächst natürlich, aber sie wächst bei weitem nicht so stark, wie man die Akku-Produktion gerne wachsen möchte. Ja. Also, man sagt jetzt, äh, aktuelle Produktion war sowas um eine Million Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent. Mhm. Ähm, äh, äh, es gibt Lithium-Karbonat, äh, was für das meiste benutzt wird und alles, was so sehr hohen Nickelanteil hat, äh, da benutzt man Lithium-Hydroxid. Ja. Äh, äh, deswegen sagt man immer so, äh, äh, Lithium-Karbonat-Äquivalent. Genau. Und, äh, wenn Lithium-Hydroxid gehandelt wird, dann handelt man das immer so fiktional in einer Lösung. Äh, äh, mit 55 Prozent Wasseranteil, äh, damit das Gewicht genau so ist, äh, dass man, äh, dass es, äh, dem, dem Lithium-Karbonat entspricht. Deswegen sagt man immer Lithium-Karbonat-Äquivalent von der Mengen her, damit man, damit man das immer schön vergleichen kann. Okay. Ähm, du brauchst das Lithium, das Lithium-Hydroxid brauchst du praktisch deswegen, weil es bei etwas niedrigeren Temperaturen schmilzt. Und, äh, du stellst ja praktisch eine Keramik her. Ja. Und, äh, das, äh, wenn du einen hohen Nickel-Anteil hast, wie gesagt, Nickel, äh, ist irgendwie nicht ganz so stabil. Äh, wenn du das bei sehr hohen Temperaturen, äh, äh, synthetisieren willst, dann, äh, wandert das Nickel in die falschen Schichten rein. Also, da, wo du eigentlich dein Lithium speichern willst, dann, äh, hast du dort Nickel und das willst du nicht haben und deswegen kannst du nicht bei so niedrigen, nicht bei so hohen Temperaturen arbeiten. Deswegen brauchst du dann halt einen Stoff, der schon bei etwas niedrigeren Temperaturen schmilzt und, äh, du die, die Synthese machen kannst. Deswegen, äh, deswegen hast du halt einen gewissen Anteil in der, äh, Industrie, die halt Lithium-Hydroxid, äh, wirklich brauchen. Und lange Zeit war es so, dass Lithium-Hydroxid, äh, weil es halt mehr Aufwand ist, dann auch teurer war und jetzt zwischendurch, einfach durch Verknappung, einfach weil, weil, äh, Lithium-Eisenphosphat stellt es dann natürlich wieder mit Karbonat her, ähm, wurde das Karbonat dann so knapp, dass es ausnahmsweise mal teurer war, als das, als das Hydroxid. Du, du, äh, legst dich ja auch auf einen Prozess fest bei deiner, äh, Fertigung. Du brauchst entweder das eine oder das andere. Ich glaube, man kann es auch ineinander umwandeln, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendjemand im großen Stil macht, also. Hm. Ja, also zumindest bei den, äh, bei den Schichtoxiden kannst du es ungekehrt natürlich machen, äh, wenn du nicht so viel Nickel drin hast, kannst du trotzdem Hydroxid benutzen, also ein bisschen Flexibilität hast du da schon. Ja, kommt auf die Technologie drauf an, ja. Ja, und auf die Synthese-Schritte und bla. Ähm, jedenfalls wir sehen jetzt bei ungefähr einer Million Tonnen Lithium-Karbonat-Äquivalent, äh, was so an Förderung da ist. Man schätzt so 25 oder so rum, äh, kommt man noch auf zwei Millionen Tonnen, äh, ich glaube, es hieß in fünf, in, in, ja, in paar Jahren halt. Und so um 30 rum dann, äh, die dritte Million. Und, äh, da ist man dann schon so relativ, ja, also viel mehr kann es nicht werden, da ist man schon ziemlich optimistisch dabei. Mhm. Also, äh, da kann sich auch noch einiges verzögern, einfach, weil, äh, ist halt Bergbau. Bergbau ist manchmal schwierig. Da gibt's manchmal unerwartete Probleme, dann auch mit der Aufarbeitung, weil du holst halt irgendwo Dreck raus, wo ein paar Spuren Lithium drin sind und, äh, willst die irgendwie sauber rausholen. Und je nachdem, was für Dreck das ist und was für kleine Spuren in dem Dreck noch drin sind, die müssen halt irgendwie raus. Und, äh, ja, es ist alles ein schwierig, eine schwierige Sache. Ähm, du musst halt für jedes, für jede, äh, für jedes Erz, das du da hast, einen eigenen chemischen Prozess entwickeln. Und, ähm, das braucht halt ein Zeug, der muss dann halt auch laufen. Und, äh, du kannst das nicht, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich hab hier schon mal ein Bergwerk aufgebaut, jetzt geh ich woanders hin. Ja. Und, äh, auch wenn du, äh, Spodomäne oder sowas, äh, halt da rausholst und beide mal Spodomäne sind, ähm, ja, die sind, die einen sind in dem einen Vulkan entstanden und die anderen sind in dem anderen Vulkan entstanden. Ja. Und, äh, da sind dann auch schon wieder andere Stoffe und da war das Magma irgendwie ein bisschen länger abgekühlt, bis es so entstanden ist und bla und da sind dann wieder andere Stoffe zuvor ausgefallen und so weiter und so weiter. So heißen, du kannst das nicht von dem einen zum anderen übertragen. Ja. Also musst halt vorher aufreinigen und hast halt auch noch andere, also du, du kannst die Prozessschritte ja schon, äh, für die gleichen Materialien, die du zum Beispiel abtrennen willst oder sowas kannst, sind die schon vergleichbar, aber du musst es halt jeweils auf das Erz anpassen und, ähm, die entsprechenden Schritte dann auch auswählen, ja. Und deswegen hast du ja dann auch dieses, ähm, Lithium-Karbonat-Äquivalent, weil das halt eine standardisierte, fungible Einheit ist, dass es dir dann wurscht, welche Tonne du davon hast, weil die halt, äh, festgelegte Qualitätskriterien haben, ja. Genau, so irgendwie über 99,5 Prozent oder so ein Scheiß-Reinheit. Ja. Irgend so in Größenordnung. Ja. Ähm. Gut, da gibt es ja auch nochmal ganz viele Untereinheiten, ne? Also da gibt es ja ganz viele, äh, ähnlich wie beim Rohrödel, gibt es da ja ganz viele unterschiedliche Einheiten. Also dieses, äh, Lithium-Karbonat-Äquivalent ist ja dann auch eher eine, äh, ich sag mal, ein fiktiver Standard, um das Ganze halt auch vergleichbar und handelbar zu machen, ja. Genau, ähm, und es gibt dann auch noch verschiedene Qualitätsstufen halt, äh, wenn du bloß irgendwie ein bisschen Kerat, warmig machen willst, die schön bunt ist, dann hast du natürlich nicht den gleichen, äh, den gleichen Anspruch, ne? Ähm, oder wenn du einen Schmierstoff daraus machen willst, ja, da ist dir auch scheißegal, ob da ein bisschen Magnesium mit drin ist. Gut, das weiß ich jetzt nicht, das kommt dann wieder sehr stark drauf an, wo du es einsetzt, aber ja, im Prinzip, ja. Ja, aber es kommt nicht auf ein Prozent an, ne? Also ob du da ein halbes Prozent Magnesium irgendwie mit drin hast, das ist jetzt nicht so wahnwitzig wichtig, äh, wenn es bloß darum geht, dass irgendwie ein Kolben geschmiert wird oder so. Gut, im Einzelfall, frage mich nicht, also, äh, irgendwer wird aufschreien und sagen, oh, bei meinem Motor, wenn da ein bisschen Magnesium, was weiß ich, keine, keine Ahnung. Also, kann schon sein, aber so im Allgemeinen, ne? Ähm, ist die, ist die Erwartungshaltung da nicht ganz so schlimm wie in einem Akku. Gut. Ähm, ja. Kommen wir jetzt wirklich zum Natrium. Ähm, äh, wie gesagt, die, die Produktionsmenge ist begrenzt und du musst jetzt irgendwas anderes haben als Lithium, wenn du, äh, wenn du über diese Grenzen hinauskommen willst. Also, da, da ist halt wirklich so ein Deckel jetzt einfach drauf, äh, und egal, wie viele Fabriken du baust, wenn du das Lithium nicht hast, kannst du keine Lithium-Ion-Nakos mehr bauen. Das geht nicht. Also zum aktuellen Preis halt auch, ne? Ich meine, es gibt ja immer dieses, äh, aus Meerwasser und Co. Ja, noch nicht mal, noch nicht mal, noch nicht mal dann, noch nicht mal dann, weil du musst das ja erst mal aufbauen. Genau, genau. Du kommst ja mit dem Bauen noch nicht mal hinterher. Ja, gut, musst du ja jetzt bei Natrium ja auch, also du musst ja immer irgendwie was aufbauen. So ist es ja jetzt nicht. Bei Natrium, nö, weil Natrium wird hergestellt, also, äh. Ach so, ja, okay, aber die Fertigung dann musst du ja trotzdem aufbauen. Geht vielleicht dann schneller? Ja, aber das, das geht, das geht viel, viel schneller, weil du brauchst halt keinen extra Bergbau oder so. Du hast eine Natriumindustrie da draußen, also, wie gesagt, wir haben jetzt gerade so von einer Million Tonnen, die aktuell sind, äh. äh, gesprochen. Also Natriumcarbonat, äh, wird, äh, abgebaut, äh, draußen für so, zu zwölf Millionen Tonnen im Jahr. Mhm. Ähm, dann chemisch hergestellt 40 Millionen Tonnen im Jahr. Okay. Und, äh, Natriumhydroxid irgendwie, ich glaube, 70 Millionen Tonnen oder 50 Millionen. Hm, okay. Also, ähm, nennen wir es mal, äh, auch so von, von der Energiemenge her. Äh, 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 äh nicht, das ist jetzt nicht welterschütternd. Also so ein paar Millionen Tonnen unter Freunden, was ist das schon? Also mit Natrium ist das nicht das Ding. Du musst dann natürlich aufpassen, was du sonst noch brauchst. Was du nicht brauchst, ist Kupfer, weil Natrium bildet mit Aluminium keine ordentliche Legierung. Zumindest nicht, wenn es irgendwie elektrolytisch gelöst ist und dann halt abgeschieden wird. Also es geht da nicht rein. Und du kannst dann einfach als Anode statt Kupferfolie Aluminium benutzen. Und wieder ein wichtiger und teurer Stoff weg, also noch eine Grenze weniger. Du brauchst auch kein Graphit, beziehungsweise Graphit, das ist wieder das gleiche Problem. Also Natriumatome sind ein Stückchen größer als Silizium. Deswegen kommen die auch in das Aluminium nicht rein. Also kommen auch in das Graphit nicht richtig rein, also nicht zwischen diese Schichten. Und da musst du wieder zurück zum harten Kohlenstoff gehen, der halt nicht ganz so fest geordnet ist. Da sind größere Lücken da drin. Also es gibt da so ein Modell, wie das aussieht und die sagen dann immer so ein Stapel Karten, die man wild hingelegt hat. Also so Spielkarten, die man einfach so irgendwie nicht ordentlich gestapelt hat, sondern einfach so wild hingehauen. Mit halt so ein paar Lücken drin und so und Zwischenräumen. Und da gehen die Natriumionen dann rein und können gespeichert werden. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist erstens, die Dichte ist niedriger. Also du hast nicht mehr so 2,2 Gramm wie bei Graphit, sondern eher so anderthalb Gramm. So 1,5. Warum ist das schlecht? Das ist ja eigentlich gut, oder? Ist ja leichter dann. Nee. Ja, ja, ist leichter, aber die Kapazität wird immer so pro Gramm gerechnet. Ah, ja, ja. Okay, ja, klar. Das soll heißen, bei der gleichen Kapazität ist das Ding dann halt einfach auf 50 Prozent größer. Ja. Das ist schon ein Nachteil. Und wenn es 50 Prozent größer ist, heißt das auch, du hast mehr Lücken zwischen den Partikeln und die müssen halt gefüllt werden mit einer Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit wiegt halt auch wieder was. Und dann wird der Akku wieder nicht nur größer, sondern auch noch ein Stückchen schwerer. Und dazu kommt noch, in dem Kohlenstoff bleibt dann auch ein bisschen mehr Natrium hängen. Es bildet sich auch eine größere Schicht. Also hast halt wieder mehr Oberfläche, weil größere Partikel. Und dann bleibt wieder ein bisschen mehr Natrium hängen draußen. Und das Ganze ist ein bisschen weniger effizient. Und man hat wirklich lange daran arbeiten müssen, dass man es hingekriegt hat, dass man so auf zumindest, naja, 90 Prozent von dem Natrium, das man beim ersten Zyklus reingelagert hat, auch wieder zurückbekommt. So um die 90 Prozent. Also früher waren es eher so 80. Und man kommt jetzt in Bereiche, wo man, wo die Menge an Natrium, also Natriumatomen, also die Speicherdichte geht immer so in Milliampere Stunden pro Gramm. Ja. Was ist eine Milliampere Stunde? Das ist halt eine Ladungsmenge. Also letzten Endes, wie viele Ionen mit jeweils einer Ladung kannst du da drin unterbringen. Also praktisch ist das ein Maß für wirklich wie viele Atome abgezählt kannst du pro Gramm Kohlenstoff da drin lagern. Okay. Und das sind, also halt mit einem Umrechnungsfaktor, der ziemlich groß ist, logischerweise. Und bei Graphit mit Lithium kannst du so um die, also das theoretische Maximum sind 370 Milliampere Stunden pro Gramm und zurückkommen 350. Also 370 rein, 350 raus. Okay. Irgendwie sowas, um die 96 Prozent oder so. Wie gesagt, harter Kohlenstoff hast du sowas um die 90 Prozent und du kannst so reversibel 350 rein und raus wieder bekommen. Aber am Anfang musst du halt irgendwie nicht 370 reinstecken, sondern 390 oder sowas. Okay. Und das Nachteil muss von irgendwo herkommen. Aber das ist nur bei den ersten Malen, wenn du das Ding betreibst. Das ist beim ersten Mal, genau. Stabilisiert sich das, ja. Okay. Genau. Und danach ist es ziemlich stabil. Aber das ist ein Nachteil. Das überhaupt so weit zu bringen, das war eine große Leistung. Also so über, deutlich über 300 zu kommen und die Verluste so klein zu halten, das war schon eine echte Leistung. Ja. Und ja, also so vor zehn Jahren war man noch so bei, da sagen wir 80 Prozent, ein paar und 80 Prozent, 85 oder so. Und das ist ein großes Thema, also so ein paar Prozent mehr oder weniger, weil das Natrium oder die Natrium-Ionen oder Lithium kommt ja aus der Kathode. Also du stellst, das ist jetzt umgekehrt wie vorhin bei dem Natrium-Schwefel-Akku, wo man praktisch den Akku baut und du hast halt praktisch den im geladenen Zustand da. Du hast das Natrium auf der einen Seite und du hast die Kathode, wo du irgendwie die chemischen Reaktionen hast auf der anderen Seite. Nee, bei Lithium-Ionen-Akkus und auch bei Natrium-Ionen-Akkus ist es primär erst mal so, dass du auf der Kathode praktisch alles hast. Es ist im entladenden Zustand. Also die chemische Verbindung ist halt schon da mit der vollen Menge an Natrium oder an Lithium, wenn es geht, mit der vollen Menge an Natrium oder Lithium, die du im entladenden Zustand dann hast, wenn der Akku dann leer ist. Und dann, wenn der Akku zusammengebaut ist, wird er zum ersten Mal geladen. Das nennt sich Formationszyklus. Und beim allerersten Ladevorgang, da entsteht dann halt diese Schicht auf dem Anodenmaterial, wo dann immer ein bisschen Natrium oder Lithium einfach hängen bleibt und immer nur ein Teil davon wieder zurückkommt. Dieser Teil ist dann halt so, wenn du Pech hast, nur so 85 Prozent oder halt 90 oder 95 Prozent dann beim Grafit. Umso mehr, umso besser, weil logischerweise alles, was nicht zurückkommt, heißt, dass du ein ziemlich schweres Kathodenmaterial da drüben reingebracht hast, das jetzt gar nicht so richtig ausgenutzt wird. Ja. Ja. Doof. Ja, blöd, ne? Und ja, deswegen sinkt dann halt auch ganz schnell die Energiedichte dann, wenn die Effizienz der Anode irgendwie schlecht ist. Ja, aber nur noch, um das richtig zu verstehen, ist das wieder nur am Anfang oder ist es über die gesamte Laufzeit? Das ist am Anfang. Nur am Anfang, genau. Das ist jetzt wirklich nur so am Anfang. Klar, logisch. Im Lauf der Zeit irgendwie, es gibt gewisse Zersetzungsprozesse, durch die dann halt irgendwie nicht mehr ganz so viel Lithium oder Natrium zurückkommt. Wie gesagt, ich benutze beides gleichzeitig. Früher hießen die Dinge einfach Alkali-Ionen-Akkus. Ja. Und irgendwann hat man halt festgestellt, so nachdem 91 Sony die Lithium-Ionen-Akkus halt vermarktet hat, haben sich alle nur noch auf Lithium konzentriert und seitdem heißen die Dinge einfach nur noch Lithium-Ionen-Akkus. Und wenn jetzt jemand wie ich ankommt und sagt, hey, wir könnten dann mal Natrium-Ionen-Akkus machen, dann denken alle, das ist eine total andere Technologie. Ist es nicht. Also es ist wirklich so, chemisch ist es doch sehr, sehr ähnlich. Das große Problem ist halt, die Ionen sind etwas größer. Und das hatten wir ja vorhin schon bei dem Aluminium gehabt. Da ist es ein Vorteil, weil es zu groß, um reinzukommen. Beim Graphit, was wieder ein Nachteil, weil zu groß, um reinzukommen. Also taugt halt nicht als Speicher, braucht man halt was anderes. Und in der Kathode ist es auch wieder ein Problem ein bisschen, ist halt ein Stückchen größer. Und da gibt es in manchen Kathoden-Materialien, wenn man es einfach bloß eins zu eins ersetzt, gibt es da ein echtes Problem. Also wenn man statt Lithium-Eisenphosphat Natrium-Eisenphosphat versucht zu benutzen, hat man damit sehr wenig Glück. Einfach, weil die großen, wie gesagt, es ist so eine Tunnelstruktur, wo bei Lithium-Eisenphosphat die Lithium-Ionen rein und raus gehen können und das bei kalten Temperaturen schon ein Problem wird. Aber ist schon noch okay. Mit Natrium, keine Chance. Da kommt kaum was rein und raus. Also da geht das nicht. Da braucht man was anderes. Man braucht halt irgendwie ein bisschen mehr Platz für die etwas größeren Ionen. Und was nimmt man da? Was man da nimmt, du ahnst schon, wer dafür ... Okay. 2011 kam von der Forschungsgruppe von John Goddenham. Zumindest das, was jetzt ... Also einer der Stoffe, wo ich auch sage, okay, das Ding wird uns die nächsten 100 Jahre noch begleiten, höchstwahrscheinlich, ist Preußisch-Blau. Preußisch-Blau ist auch bekannt als Eisenhexazianophorat. Einer der ältesten Chemikalien, einer der ältesten synthetischen Farbstoffe, die es gibt. Der erste synthetisch hergestellte Farbpigment. Ja, sogar der erste, ja. Also die Blausäure heißt so, weil das die Säure ist, die man braucht, um das herzustellen, die blaue Farbe. Ist jedenfalls eine relativ einfache Synthese, funktioniert bei Zimmertemperatur. Und man kann da Natrium reinbringen. Hat man zum ersten Mal als Akku demonstriert, 2011. Und das lief schon ziemlich gut. Es ist vor allen Dingen von Anfang an aufgefallen, hey, das ist auch sehr stabil. Also das kann man ein paar hundert Mal machen, ohne dass das, ohne dass die, die Kapazität zu stark einbricht. Und das konnte man dann auch noch deutlich mehr verbessern. Also das ist halt so, für den ersten Versuch war das wahnsinnig gut. Und ja, das ist halt das, was Kackel, CATL, Contemporary, M-PREX, Technologies Limited, glaube ich, die chinesische Firma, größte Akkuhersteller der Welt, die wollen damit Akkus herstellen. Weil da können Natriumionen reingehen, mit dem Eisen reagieren und auch wieder rausgehen. Und die Abstände dazwischen sind groß genug, dass das Natrium damit kein Problem hat. Es ist vor allen Dingen so groß, dass sich bei dem Prozess die ganze Kristallstruktur nicht sehr stark verändert. Das heißt, das bleibt dann auch sehr stabil, auch wenn man sehr oft rein und raus geht. Und das ist, ja, es geht auch relativ schnell, also man hat eine relativ hohe Rate. Das Problem ist wieder, so ähnlich wie beim Kohlenstoff, die Dichte ist relativ niedrig. Also wenn du so Lithium-Cobalt-Oxid hast oder so diese NMCs, dann bist du so bei viereinhalb, fünf Gramm pro Kubikzentimeter, also deutlich über vier. Und da bist du halt eher so bei zwei. 2,1. So die Größenordnung. Da hängt es dann, also Natrium ist dann so von der Masse her schon so groß, dass es durchaus eine Rolle spielt, ob die, ob die Kattode gerade geladen ist oder nicht, wie viel sie wiegt. Also das schwankt dann zwischen 1,8 und 2,1. Aber es ist halt, das ist halt jetzt, ob man es jetzt als Problem bezeichnen möchte, aber es ist halt eine Eigenschaft, die Akkus sind halt größer. Und brauchst ein bisschen mehr Elektrolyt. Dadurch wiegt es auch nochmal ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht überdimensional viel mehr. Also Kattel sagt, die sind auf 160 Wattstunden pro Kilogramm gekommen. Solche Werte hat man für Lithium-Eisenphosphat auch schon öfters gehabt. Also bis vor kurzem. Also aktuell ist man so bei 180 und hat angekündigt, jetzt demnächst so auf 200 zu kommen. Und da ist man mit dem Preußisch Blau mit 160 Wattstunden pro Kilogramm, insbesondere in Anbetracht der Anode, die man benutzt, eigentlich schon ziemlich gut dabei. Die Speicherdichte, also einfach so von Ladung her, von der Ladung her, ist 160 Milliampere Stunden pro Gramm, was das gleiche ist, was man auch mit LFP hat. Und die Spannung ist auch ganz ähnlich. Also so von den Materialeigenschaften her ist es ganz gut vergleichbar. Bei LFP kommt natürlich noch dazu, du hast diese kleinen Partikel mit der Kohlenstoffflichtung drumherum. Das wiegt dann natürlich noch ein bisschen mehr. Umgekehrt hast du ein bisschen mehr Spannung, also irgendwie so 0,3 Volt, was so die typische, was typisch ist. Also wenn du eine chemische Reaktion hast zwischen Natrium und Eisen und die gleiche Reaktion zwischen Lithium und Eisen, hast du mit Lithium ungefähr 0,3 Volt mehr. Ja, okay, das ist aber auch ... Das ist der Potenzialunterschied. Ja. Jedenfalls, das ist so der Unterschied und hängt dann immer noch so ein bisschen ab von der Struktur des Materials, wie viel Spannung man dann tatsächlich hat. Aber in dem Fall ist es halt so, die Größenordnung ist wirklich sehr gut vergleichbar. Er braucht ein bisschen mehr Platz halt. Okay, aber da gibt es ja auch Anwendungen, wo das okay ist, sage ich mal, ja. Ja. Und du kommst halt auf, ich glaube, 200, 270 Wattstunden pro Liter schätze ich. Die haben tatsächlich keine, keine Angabe gemacht zum genauen Volumen. Also zur volumetrischen Energiedichte haben die keine Zahlenangabe gemacht. Okay. Nur zur gravimetrischen, also halt wie viel pro Kilogramm. Aber man kann das abschätzen. Also die Dichte liegt halt irgendwo zwischen 1, von der gesamten Zelle, von der gesamten Akkuzelle, liegt halt irgendwo bei 1,6, wenn man sehr pessimistisch ist, bis 1,7 Gramm pro Wiegzentimeter. Oder zumindest bei dort, wo es, dort wo es Zahlen gibt, da liegt das so in der Größenordnung so irgendwo bei 1,7 rum. Und dann kommt man halt so auf 270 Wattstunden pro Liter, 260, 270 oder bis in der Größenordnung. Hat man alles auch schon bei LFP gesehen. Heutzutage ist man besser. Eher so bei 380. Okay. Also nicht überdimensional. Also es ist halt ein Stückchen größer. Ja, okay. Wird dadurch kompensiert, dass man halt heutzutage Akkupacks deutlich kompakter bauen kann. Ja, und ich sage mal so, also ich meine, du meintest, ja, okay, es ist jetzt keine neue Technologie, so wirklich, ja. Aber trotzdem, also ich kann mir schon noch vorstellen, dass es da nochmal Potenzial gibt. Weil bei Lithium ist man ja schon echt weit, sage ich mal. Ja, das ist ja schon relativ weit geforscht. Und beim Einsatz von Natrium kann ich ja schon noch vorstellen, dass man da auch nochmal, ja, das einfach noch ein bisschen optimiert und dann kann das ja nochmal besser werden. Ja, ja, klar. Ja, also nur um kurz den Gedanken zu Ende zu machen mit dem Akkupack. Also wenn du einen Tesla 3 hast, so hier Standard Range Plus, dann hast du, also jetzt das ganz aktuelle Modell hat glaube ich 60 Kilowattstunden Kapazität. Aber das letzte Modell hatte 54. Und die 54, die kriegst du hin damit. Also wenn du einfach das Akkupack so nimmst, wie es ist und das wirklich optimal ausnutzt, dann kommst du auf deine 54, 55, was in der Größenordnung. Wenn du wirklich pessimistisch bist, dann kommst du nur auf 50. Aber dann bist du wirklich pessimistisch gewesen. Mit so Packdichte und so. Also in der Größenordnung kommst du raus. Du kannst damit einfach ein ganz normales Auto bauen und du hast damit, wenn du zumindest so effizient bist wie Tesla, dann kommst du auf die Größenordnungen von irgendwas zwischen 300 und 400 Kilometer Reichweite. Also absolut für Elektromobilität absolut relevante Energiedichte, sag ich mal. Und wenn du sagst, ich hätte ein bisschen mehr, na ja, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und sagen, mein Gott, das Akkupack muss mal anderthalb Zentimeter dicker werden. Oder zwei. Mein Gott. Also was ich an Diskussionen geführt habe mit Leuten. Man kann es nicht beschreiben. Also irgendwie. Ich sehe es ja ein, bei so einem Handy oder so. Okay, da sehe ich das ja ein, dass es einen Unterschied macht. Also wobei, selbst da sage ich noch so, ja komm, die werden so klein mittlerweile. Aber da sehe ich es ja noch ein. Aber bei einem Auto oder bei einem LKW, so denke ich mir so, ja. Ja. Okay. Also die Argumentation, die dahinter steckt, ist letzten Endes, die Autobauer haben halt eine feste Produktion. Ja. Insbesondere, wenn sie irgendwie ein oldes Verbrenner-Auto konvertieren zu Elektro, dann haben sie halt wenig Platz. Intelligentes, ja. Ja, ja. Dann haben sie halt wenig Platz und dann sagen sie, das Wichtigste von allem ist, dass es möglichst klein ist, damit wir mehr reinstecken können. Ja, ja. Oder wenn sie halt schon ein Elektro-Auto haben und dann sagen, ja, das Elektro, wir haben, wir haben unseren Akkufach, ist halt jetzt, ist jetzt die Größe und wenn du jetzt einen größeren Akku hast, dann passt der halt nicht mehr rein. Ja, oder halt ein kleinerer Akku, der dann halt nicht so leistungsfähig ist, ja. Genau. Der Witz ist natürlich, was die irgendwie nie dazu sagen ist, die haben halt immer zwei Automodelle mindestens, ne? Lange Reichweite und Standard oder Kurz oder wie auch immer, ne? und diese kurze Reichweite, was halt so 70 Prozent von der Langreichweite immer ist, ne? So die Pi mal Daumen, 80, 70, irgendwas in der Größenordnung, ja, das kriegst du damit hin. Also du brauchst nicht für jede Anwendung maximale Energiedichte. Ja. Was du aber von der Industrie irgendwie nie hörst und das überträgt sich dann immer von der Automobilindustrie, so durch das Hörensagen, dass die verlangen, oh, wir brauchen maximale Energiedichte, sagt dann die Akkuindustrie das Gleiche und sagt, also wenn wir nicht maximale Energiedichte haben, dann ist die Technologie ja gar nicht wettbewerbsfähig, dann kann das ja niemand kaufen. Ne? Und, also, ich, ich kann mir das, also, das sind CEOs, das sind Analysten, das sind, das sind wirklich Leute, die, die wirklich Entscheidungsträger sind, mit denen ich mich da unterhalten habe. Und, 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 die, 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 die kriegen das nicht hin, irgendwie zu parsen, zu sagen, okay, gut, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Und wenn jemand ein neues Auto baut, dann können die die natürlich einfach einplanen, diese zwei, drei Zentimeter oder was weiß ich, diese, diese, das Akkupack mal dicker bauen müssen, um irgendwie 25, 30 Prozent mehr Volumen zu haben. Das ist ja nicht das Ding. Also, es will mir nicht in den Kopf, was ich da an Diskussionen geführt habe um drei Zentimeter. Also, andere Leute haben das mit anatomischen Teilen, dass sie da drüber reden, aber, wegen drei Zentimetern, aber doch nicht wegen Akkupackdicke. Und ich meine, guckt ihr, guckt ihr die SUVs an, wie sie fahren. Also, es ist jetzt nicht so, dass die drei Zentimeter jetzt irgendwie in den Stirn würden. Also, man muss das ja auch sehen, oder was ich mir halt, also, ich weiß ja jetzt nicht, mit wem du gesprochen hast, aber es ist halt, was du jetzt gesagt hast, es gibt ja auch Hersteller, es gibt ja auch Unternehmen, die das gesehen haben. Du hast, ich nenn's ja immer Kattel. Ja, ich weiß es selber nicht, wie ich die aussprechen soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Kattel sag ich auch gerne, ja. Das ist hier mit Namen in dem Podcast immer so eine Sache, da gibt's ein paar Leute, die jetzt schon schmunzeln, ja. Also, es gibt ja Unternehmen, es gibt ja auch, ja, CEOs, die darauf reagiert haben und die das auch ernst nehmen. Und das ist halt das Interessante. Also, erst mal würde mich total interessieren, was derjenige sagt, der immer noch weiterhin die Blei-Akkus baut, ja, das ist so von Energiedichte und so. Die werden ja auch noch gebaut. Man baut ja auch nicht, also, es gibt ja auch irgendwie diese Notstrom-Aggregate mit Lithium-Ionen-Akkus, wo du dir auch so denkst, hm, warum, ja, kannst du den Raum doppelt so groß machen und packst da Blei-Akkus rein und fertig, ja, aber okay, jedem das seine. Ja, es kostet mehr, es kostet mehr. Du darfst nicht vergessen, Blei, wenn es nicht recycelt, ist verdammt teuer. Ja, wenn du es nicht recycelst, aber du kannst halt diese Akkus zu 100 Prozent recyceln. Kannst ja sogar die selber recyceln zum Teil. Also gut, der Wasserstoff, der Ausgas nicht, okay, ja. Ja, aber wenn du, wenn du, ähm, in der Autoflott aufbauen möchtest, oder. Nicht in der Autoflott, meine ich jetzt für stationäre Anwendung. Ja, nee, nee, ist ja egal was. Wenn du irgendwie einfach mehr haben möchtest, dann hilft dir das ja nichts. Du musst dann ja, du musst dann ja irgendwo hier, irgendwo hier muss das Blei ja kommen. Ja gut, aber ist das so viel teurer? Und aus den alten Batterien kommt es nicht, wenn du mehr haben willst. aber ist das so viel, ist das so viel mehr als jetzt, äh, bei dem Lidzium? Ja, ich glaube irgendwie, das sind wirklich dann so 400, 500, äh, Euro pro Kilowattstunde oder so, die du dann bezahlst. Okay, hätte ich vielleicht mal besser recherchieren sollen, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber okay. Ähm, gut, aber bei dem Lidzium hättest du dann ja auch wieder, das Problem nicht. Bleiproduktion, die ganzen Zahlen, die du zur Bleiproduktion siehst, äh, ist alles inklusive Recycling. Ja, ja, nicht alles, aber ich weiß, was du meinst. Nicht alles, aber die, die, die meisten Zahlen, ähm, die dann auch ziemlich groß sind, äh, das ist, äh, immer so, so inklusive Recycling. Und, ähm, ja, also die, die Autobatterien wären nicht so billig, wenn sie wirklich, äh, aus frischem Blei kommen würden. Ja, klar. Ja, gut, aber also, ich sehe da schon ein großes Potenzial und ich meine, äh, es könnte jetzt natürlich halt sein, wir haben ja in Deutschland vor allen Dingen, ähm, Automarken, die sich selber als Premium-Anbieter verstehen, also hier jetzt so Daimler, BMW und Co., äh, die dann natürlich immer das Beste vom Besten haben wollen, nicht immer haben, aber haben wollen. Und, äh, da kann ich da schon ein Stück weit nachvollziehen, aber das sind natürlich auch, äh, einige dabei, die jetzt halt weinen, weil sie halt ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, was den Chipmangel angeht. Und ich sehe halt die gleichen Probleme, zum Teil zumindest, beim Lithium-Bereich. Wobei es da ja auch einige Stimmen gibt, die sagen, ja, ja, nee, die haben sich alle ganz gut abgesichert und sind gut aufgestellt. Aber langfristig oder mittelfristig sehe ich das halt nicht. Da bin ich mal gespannt, Also, wenn ich mir angucke, die, äh, was, was aus den, aus den Bergwerken rauskommt und wie viele Leute und wie, wie viele Fabriken aufgebaut wurden, oder auf, oder Pläne dafür existieren und wie viele Leute sagen, dass sie ganz bestimmt garantiert einen sicheren, äh, ganz, also einen sicheren Lithium, ach, scheiße, äh, zu viel Englisch im Kopf, ähm, dass sie, äh, wirklich garantiert einen, einen sicheren Vertrag haben für die Lithium-Versorgung, ähm, dann gibt es da erhebliche Diskrepanzen. Also, irgendwer lügt dort. Und es sind höchstwahrscheinlich nicht die Leute, die das Lithium fördern. Also, ich, ich hab's nicht zusammengerechnet, ich hatte das, die gleiche Diskussion ja mit dem Justin auch schon und der meinte so, hm, nee, das könnte schon auch irgendwie passen. Ähm, es ist halt ein bisschen die Frage, ja, ob die Verträge erfüllt werden und, äh, dann halt auch, ähm, äh, also, ne, wenn ich jetzt in der Batteriefabrik bin und ich, äh, garantiere jetzt meinem Automobilbauer, ja, ja, ich baue dir die Zellen, ne, dann ist das ja der eine, eine Punkt. Äh, die Batteriefabrik macht dann wieder einen Deal irgendwie mit dem Lieferanten davor und, äh, der macht wieder einen Deal mit der, ähm, mit der Bergbaugesellschaft, ja, und wenn die jetzt alle irgendwie da mit Annahmen drin arbeiten und sich nicht 100% absichern über Terminmarktkontrakte, was ja gerne auch mal gemacht wird, weil Risikoübernahme ist ja natürlich auch mal Profit, den ich mitnehmen kann, ähm, und dann, äh, hat man dann natürlich halt viel mehr verkauft, als man am Ende des Tages hat und vor allen Dingen gibt's da ja auch einige, die dann auch, äh, auf Recycling tippen und sowas, wo es dann auch wieder heißt, so, ja, da kann man, da kann man ja auch gewiss einen Teil daraus decken, also, da gibt's auch Stimmen, die sagen, so 15 bis 30% aus Recycling deckbar ist schon vorstellbar, ja, ähm, Ja, irgendwann mal, aber zur Zeit nicht. Ah, ja, nee, zur Zeit nicht, aber das ist schon auch in, bis 2025 war das, glaube ich, dass man das dann schon auch relativ schnell hochrampen könnte, nur das einzige Problem daran ist, dass jetzt ja, äh, teilweise die Lithium-Ionen-Akkus, die ausgebaut werden, eine Zeitnutzung bekommen, was ja per se erstmal gut ist, aber die fehlen dann halt beim Recycling und fehlen dann halt wieder bei der, ähm, Neuproduktion, ja, und da gibt's ja ganz viele Rückkopplungseffekte aktuell, weil das ist ja ein Markt, der sich jetzt erst im Entstehen ist, auch insbesondere in dem Recycling-Bereich hast du ja das Problem, da hast du ja ein gutes, kommen wir später nochmal drauf zurück, das mach ich jetzt mal noch nicht, überrasche ich euch mal wieder, ja, weil das ist ja nachher noch eine gute Quelle, ähm, was ich auch sehr interessant fand, was da dann drin stand, ja. Ja. Ja, aber erstmal sehr, sehr interessante Entwicklung mit dem Natrium, ähm, und das Schöne an Natrium ist ja, man kann es aus dem Meerwasser theoretisch, äh, also nicht unbegrenzt, aber theoretisch sehr, 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 sehr viel. Ach, das brauchst du gar nicht. Ja. Das brauchst du überhaupt nicht. Äh, Kalium-Abbau funktioniert, indem du in einen Salzstock reingehst und guckst, wo, äh, wo sind die, äh, wo es praktisch das Kaliumchlorid ausgefällt wurden. Mhm. Und bis du dort ankommst, äh, gräbst du dich durch Natriumchlorid durch. Mhm. Und das häufst du dann draußen auf, in, in riesengroßen weißen Haufen. Ja. Und, äh, ich wohne nun mal in der Gegend, wo so noch Haufen, äh, durchaus sind. Äh, auch immer, wenn ich, immer, wenn ich nach Westdeutschland fahre, äh, auf der A4, äh, dann ist an der Grenze, und zwar direkt hinter der Grenze der ehemaligen DDR-Grenze, äh, äh, ist, ist praktisch markiert durch, äh, riesengroße weiße Haufen, äh, von, von Natriumchlorid. Okay. Was passiert eigentlich, wenn es da drauf regnet? Die laufen doch dann weg, oder? Äh, ja, das ist ein bisschen einkalkuliert, so viel ist es nicht. Ähm, aber, äh, äh, also, und, äh, in die andere Richtung ist es natürlich genauso. Also, wir haben hier oben in Norddeutschland, ich meine, wir sehen ja hier in der norddeutschen Tiefebene, äh, haben wir ja, ja, jede Menge Salz unter, unterirdisch. Also, wir haben ja, äh, Salzstöcke in Größenordnungen, äh, von, von, äh, Gebirgen unterirdisch. Also, äh, so zwei, drei Kilometer groß. Also, du kannst da Löcher reinmachen, und das macht man ja auch als Erdgasspeicher, wo man ganz locker den, den, äh, Eiffelturm reinbauen kann. So eine Löcher existieren. Also, wir haben das bei uns so im Land unten sind, haben wir im Boden Löcher, wo du ganz bequem Eiffelturm reinmachen kannst. Mhm. Man muss da aussehen, also, die sind da möglich. Deutschland hat ja nicht viele, ähm, Rohstoffe, sag ich jetzt mal, ja, wir sind ja eigentlich eher ein, ein, ähm, rohstoffarmes Land. das ist das Gerücht, ja. Äh, je nachdem auch, was du guckst, ja, aber wenn man jetzt mal so vergleicht, ähm, ne, also, was da aber halt oftmals dann nicht berücksichtigt, ist eben das, was du sagst hier, äh, Steinsalz, beziehungsweise, ähm, ja, einfach, äh, Salzbergwerk. Und da sind wir halt, äh, auch was Kaliabbau und sowas angeht, schon in der, in der, in der oberen, ich weiß gar nicht, sind wir die Größten, glaube ich nicht, aber wir sind schon sehr, sehr weit mit oben, ähm, was die globale Produktion von, von Kalisalz angeht. Kann durchaus sein. Also, wir haben eine ganze Menge davon. Und von daher, wäre ja auch eine schöne Sache, das mal so zu machen, dass wir die Rohstoffe dafür machen. Wir haben eine Milliarde Tonnen oder sowas auf Halde. Mehr als eine Milliarde Tonnen Natriumchlorid. Also, das, das geht uns nicht aus, keine Sorge. Ja. Da braucht man gar nicht erst ans Meer fahren. Ja. Gut, Meer ist halt ein riesengroßer Speicher. Ich bin da immer irgendwie ein Fan davon, äh, Sachen aus dem Meer rauszuholen. Aber ja, hast natürlich recht, ist halt immer teuer. Und dann muss man sich ja auch nochmal sehen, man hat ja jetzt in vielen Ländern auch vielleicht jetzt nicht das, was wir jetzt hier haben, aber da hast du ja oftmals in Salzungsanlagen stehen. Und was da halt rauskommt, sind dann halt einfach auch mal Sohlen, die dann normalerweise ins Meer zurückgekippt werden. Die kannst du natürlich auch anderweitig nutzen. Ja. Fun Fact an der Stelle, also wir haben genug davon, aber Fun Fact an der Stelle, neben Deutschland, große Produzenten von so Steinsalz sind Ukraine und Russland. Russland. Und Belarus und Kanada und die USA. Aber ja, da gibt es noch ein paar, glaube ich. Uralkadi. Genau. Ich sage nur Uralkadi. Ja, Formel 1 Team Haas hat sich gerade, von dem Hauptsponsor Uralkadi getrennt. Ah, okay. Und werden wohl auch, werden wohl auch Muzzlepin ihren Fahrer rausschmeißen, der einfach bloß Milliardärssohn ist und viel Geld in die Teamkasse bringt. Ja, okay. Der ist so, naja, also für einen Rennfahrer eigentlich gut, wenn man so alle Rennfahrer der Welt nimmt, dann ist er ziemlich gut, aber für Formel 1 Fahrer ist er eher so mäßig begabt. Okay, ja, ja, gut. Und die hatten auch immer ein Auto gehabt, das so in den, in der Russland-Flagge von Farben her war. Das ist jetzt auch nicht mehr. Ja, gut. Also, immerhin, sie haben reagiert und zwar schnell. Das war sehr gut. Ja, gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, Große. Da kommen wir dann. Also, da ist ja gerade sehr, sehr viel Pathos auch in der Diskussion insgesamt. Ich meine, ich finde es nicht gut, was Russland gemacht hat. Das kann man da schon mal positionstechnisch sagen. Aber ich glaube, da ist auch gerade, also, ich weiß es immer nicht, was da jetzt, was da an Nachrichten draußen wirklich der Wahrheit entspricht und was nicht. Und reagieren wäre schon schön. Ich finde da die deutsche Politik auch überdenkenswürdig. Aber was richtig und was falsch ist, sieht man halt immer erst im Nachgang dann. Gut, wir waren ja bei der Natrium-Batterie. jedenfalls, apropos Kalium, ja, übrigens mit Kalium geht es auch. Ah, schön. Aber, ist aber insofern problematisch, weil es halt nochmal schwerer. Ja. Nochmal größer. Hat paar andere Eigenschaften. Wird dran gearbeitet, ist aber nicht ganz so weit fortgeschritten, sage ich mal. Okay. Also schon näher dran als alle anderen Alternativen, aber nicht so weit wie Natrium. Okay. Ja, Natrium hat ein paar echte Vorteile gegenüber Lithium. Hat den Nachteil, okay, Natrium-Ionen ist halt dreimal so schwer. Ja. Und im Durchmesser irgendwie 50 Prozent dicker oder so. Okay, ja. Das ist halt immer so ein Problem, wenn es darum geht, das Ganze in eine chemische Verbindung einzulagern oder so. Da ist es halt die Größe ein Problem. Das Gewicht ist, ach na ja, äh, wenn man bedenkt, äh, du hast pro Kilowattstunde, äh, Lithium-Eisenphosphat, also wenn du jetzt nur das Lithium-Eisenphosphat selbst hast, ähm, knapp 100 Gramm, ich glaube 90 Gramm Lithium drin. Und Natrium ist jetzt halt, na ja, ein bisschen mehr als dreimal so schwer, ne, 7 zu 23. Ähm, die Spannung ist ein bisschen niedriger, also ungefähr 10 Prozent niedriger. Naja, gut, okay, sagen wir mal, du brauchst 400 Gramm, ähm, Natrium. Oh, ja, 90 zu 400, vielleicht ein bisschen mehr als 400, 430 oder so. Ja, aber ist ja auch okay. Ne, ne, Blödsinn, äh, ne, Blödsinn, äh, äh, also so um die 400, sagen wir mal, ja, irgendwas um die 400 Gramm Natrium. Okay, dann hast du 300 Gramm Natrium, äh, 300 Gramm mehr Masse als mit Lithium. In einem Akku, der 6 Kilo wiegt oder so. Oder 5,5. Das macht jetzt keinen so riesengroßen Unterschied aus. Rechnen habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, aber ja, okay, ne, also, ähm, ist ganz, ne, ist ganz einfach. Du hast, einfach einen Akku, ähm, einen Akku, der wiegt normalerweise, sagen wir mal, 5,5 Kilogramm. Und, äh, da kommen jetzt an Natrium, sagen wir mal, 300, 400 Gramm drauf. Ja. Was wiegt er dann? Dann wiegt er nicht mehr 5,5, sondern 5,9 Kilogramm. Mein Gott. Ja. Ähm, umgekehrt, äh, dadurch, dass du keinen Kupfer mehr brauchst, in der Folie da hinten, äh, in der Anode, ähm, sparst du halt nochmal so 1, 200 Gramm ein. Okay. Also bist dann schon wieder ein Stückchen näher dran. Ja. Also, so riesengroß sind die Unterschiede nicht. Ähm, die du, äh, durch den, durch die höhere Masse von Natrium hast. Klar, äh, das ist jetzt so ähnlich wie bei den Rohstoffkosten. Ähm, je effizienter der Akku wird, äh, desto mehr spielt das eine Rolle. Also, äh, umso mehr du an Masse, an, an, was nicht Natrium oder Lithium ist, weglassen kannst, ähm, umso wichtiger wird die Sache. Ähm, aber, ja, auf dem Niveau, wo wir sind, äh, ist es relativ bescheiden. Also, es sind immer so ein Unterschied von ungefähr 20 Prozent, wenn du auf, ähm, wenn wir von ähnlichen Materialien auf ähnlichen Entwicklungsstand sprechen, so grob gesagt. Also, ich, 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 ich formuliere es mit Absicht ein bisschen nebulös, ähm, aber so ungefähr so 80 bis 70 Prozent oder so, wenn man in, in halbwegs vergleichbare Akkutechnik benutzt. Okay, ja, gut. Also, ist ja alles annehmbar, finde ich. Ähm, mich, mich wundert es wirklich, dass das halt nicht auch, also, ich habe nicht das Gefühl, dass das zumindest in Deutschland oder, ähm, ja, bei den Automobilbahnen überhaupt erprobt wird. Weißt du da was, ob die das zumindestens mal, ich meine, die bauen ja immer so Versuchsautos. Also, Kattel sagt ganz klar, ja, also, Kattel sagt ganz klar, das ist für Autos da. Ja. Ähm. Gut, aber dann bauen die Chinesen das in ihre Autos ein, oder was? Die Europäer wieder nicht? Oder wie schaut es da die Situation aus? Ähm, also, in Europa ist es so, äh, in Europa hattest du eine Firma gehabt, äh, die ist auch nach wie vor, also, sie ist in England. Ja. Ähm, das ist insofern, also ein Problem so von wegen Europa, Europa ja, EU nicht mehr, ähm, und, äh, im Besitz ist es jetzt aber in Indien. Ah, okay. Weil, äh, am 31. Dezember haben die gesagt, äh, wir wurden aufgekauft, beziehungsweise haben halt von langer Hand irgendwie so ein Deal, äh, endlich gefunden, äh, jemanden gefunden, der sie aufkauft, die Firma. Ja. und das ist Reliant Industries in Indien und Reliant Industries ist die größte privatwirtschaftliche Firma von Indien. Irgendwie so ein riesengroßes Energieunternehmen. Okay. Ähm, und die haben die gekauft für, ich glaube, 100 Millionen Pfund oder so. Ja. Und haben gesagt, hier, äh, habt ihr erst mal 25 Millionen Pfund, äh, um die Entwicklung von eurem Akku noch ein Stückchen weiter zu treiben, äh, weil die sind fertig, also die, die benutzen auch anderen Stoff dafür. Mhm. Nicht preußisch blau. Ähm, aber haben natürlich noch andere Pläne. Oder ist das geheim? Äh, ja, 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 ich komm gleich drauf. Aber, ähm, aber, äh, was an öffentlichen Finanzen einsehbar ist, äh, hatten die halt irgendwann mal, wurden sie gegründet und hatten da auch Geld gekriegt von irgendwem, von wem, ähm, aber nach vier Jahren mussten sie halt irgendwie gucken, dass sie nochmal eine Finanzrunde kriegen, also dass sie nochmal irgendwoher Geld kriegen. Und das waren ungefähr zwei Millionen US-Dollar umgerechnet. Mhm. Und, äh, drei Jahre später, 97, äh, ähm, wieso komm ich jetzt aus, ja, 97 ist irgendwie so, die letzte sieben, war immer noch 97 bei mir so, so vom Gefühl her. Also, 2017, ähm, äh, haben sie nochmal so viel gekriegt. Mhm. Und das war's. Also, seitdem hatten die dann halt keine größere Finanzrunden mehr. Also, so heißen, die haben irgendwie mal, äh, während zwölf, elf, zwölf Jahren, äh, äh, Bestand, haben die vier Millionen irgendwie mal gekriegt nochmal. Plus das, was am Anfang reinkommt. Also, so heißen, die haben in der ganzen Existenz dieses Unternehmens, äh, nicht mal zehn Millionen gehabt. Garantiert nicht. Aber, also, wie viele Leute sind das denn? Und vor allen Dingen haben die irgendwie schon was verkauft? Weil ansonsten haben die ja entweder extremst viel privat reingebottet, oder, also, wie? Also, ähm, die haben Industriepartner. Also, äh, okay. So heißen, das ist eine Technologie, also, ein bisschen kommt von außen, aber so unendlich viel ist das nicht. Letztendlich, was die gemacht haben ist, okay, die haben das entwickelt, ähm, und haben gesagt, äh, liebe dänische Firma, frag mich nicht. Irgendwas mit, äh, ich hab's ja vor kurzem nochmal, aussprechen kann ich sie sowieso nicht. Ähm, naja, jedenfalls in, in Dänemark gibt's ne, gibt's ne Firma, die, äh, äh, so Kathodenmaterialien herstellt. Mhm. Und, äh, ja, die haben halt Erfahrung mit, äh, Produktion von Schichtoxiden, auch mit Lithium, und die können das halt auch mit Natrium machen. Und in dem Fall, äh, haben die gesagt, okay, äh, Faradion, so heißt die Firma, äh, äh, die ist, ähm, die haben gesagt, okay, aus, äh, Mangan, Nickel, Titan und Magnesium kann man Schichtoxid machen, äh, das ziemlich stabil ist, das ziemlich gut funktioniert. Und die haben dann halt so ein paar Tonnen von denen gekriegt. Mhm. Also es ist jetzt nicht riesig, das heißt einfach bloß, die brauchten nicht eine eigene Anlage, um, äh, zumindest die, also noch nicht mal das Oxid, ist noch nicht mal so, dass sie das Oxid von denen kriegen würden, sondern einfach nur, äh, die, die Vorläuferstoffe, Mhm. die sie dann in ihren eigenen, also Proben, äh, ja, halt mal feuern können und daraus dann entwickeln können. Und dann haben sie noch einen, äh, britischen Akkuhersteller gehabt. Es gibt einen britischen Akkuhersteller, der, äh, zwei Gigawattstunden pro Jahr ungefähr einen Akkus herstellt, äh, relativ spezialisiert. Zwei Gigawattstunden ist heutzutage nicht mehr viel, war früher mal richtig groß, aber hey, äh, wir sind nicht mehr im Jahr 2012. Ähm, und mit denen, ja, ja, und die haben auch noch so eine kleine Entwicklungs, äh, Entwicklungsfabrik, äh, in Schottland rumstehen. Und, äh, äh, da werden jetzt auch tatsächlich Natrium-Ion-Akkus von denen hergestellt. Also auch so palettenweise, aber da kommen halt Megawattstunden raus. Also, so, äh, 30 oder so pro Jahr. Ähm, das ist dann, das reicht dann schon, ums palettenweise zu haben. Also es sind dann schon signifikante Mengen. Die hatten auch schon 2014, hatten so, so eine Größenordnung gehabt, dass halt mal eine Kilowattstunde oder so hatten. Also so, so irgendwie so für ein, für einen Mofa oder ein Fahrrad oder sowas. Das, dafür hat es schon gereicht. Also die konnten schon ein bisschen was vorweisen. Also, äh, weit mehr als nur Laborzellen. Und die konnten auch zeigen, okay, man kann das nicht nur bauen, man kann das auch mit industriellen, äh, Equipment einfach bauen. Also, äh, die konnten halt wirklich nachweisen, okay, äh, das ist jetzt nicht nur ein Akku und das ist nicht nur, äh, wir haben hier im Labor irgendwas zusammengepanscht, sondern, äh, das ist ein echter Akku und das, und wir, wir haben, äh, die Standardtests durchgemacht, wir haben Sicherheitstests gemacht, wir haben die, die Lebensdauer gemacht, äh, die ganzen Lebenszyklen, Zyklen, äh, durchgenommen. Äh, wir haben auf, auf Sicherheit halt hier Brandschutz und so weiter, das alles getestet. Ähm, man kann es ordentlich herstellen, also, die haben wirklich nachgewiesen, okay, gut, wir, schaut es euch an. Ja. Das ist, das funktioniert so gut wie ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku ungefähr, von der Energiedichte her, ne, auch so um die 160 Wattstunden pro Kilogramm, und, äh, wenn man es größer baut, kann man dann sagen, ja, okay, hat dann mehr. Einfach, weil mehr Verpackung weggeht und so, also, äh, ist dann halt effizienter einfach verpackt. Dadurch wird es dann auch nochmal leichter. Ähm, also, das konnten die auch, wäre schon lange irgendwie machbar gewesen, aber, ähm, ja, wenn du mal eben so, so, so zwei Millionen hast, mit denen du dann drei Jahre, drei Jahre auskommen musst, äh, in der kleinen Klitsche mit auch deutlich mehr als ein halbes Dutzend Leute, das ist echt nicht viel Geld. Und das sind so die Größenordnungen, wo die, die am weitesten fortgeschrittenen Technologieunternehmen, äh, mit rumgearbeitet haben, mit Natrium. Ja gut, also Kattel ist ja nochmal ein bisschen größer, Bei Lithium kannst du dir angucken. Aber, ja, also ich weiß, das ist halt, äh, nicht vergleichbar, ja. Naja, vergleichbar ist aber eine andere Technologiefirma, die einfach auch sagt, ja, hey, wir, wir bauen hier, äh, supertolle Lithium-Ionen-Akkus, äh, sowas wie QuantumScape. Mhm. Und QuantumScape, äh, was, die ich echt shady finde, weil die, äh, zwar immer sagen, ja, unsere Akkus sind supertoll und die haben echt extrem hohe Energiedichte und sonst irgendwas, was veröffentlichen sie nicht? Die Energiedichte. Mhm. Äh, das, das ist echt, also, ich finde diese Firma ist sehr in der Nähe von, von Schlangenölverkäufern irgendwie mit ihren Methoden zumindest. Achtung, keinerlei Handelsempfehlung für Aktien. Sorry. Keine Handelsempfehlung. Keine Handelsempfehlung. Keine Handelsempfehlung, aber, äh, ja, nur eine Meinung. Und ich, ich hab auch schon dann, ich hab eine Reihe von Artikeln geschrieben und ich sage immer, äh, Moment, wie sag ich das immer? Ähm, es ist eine Firma, äh, die den, äh, die auf eine Art und Weise handelt, wie man sie von betrügerischen Firmen kennt. Ja. Ja, und VW ist da mit dabei. Ja, und wie viel haben die Reihen gegeben? Ähm, einmal 100 Millionen und dann nochmal 200 Millionen. ja, also das schon. Ne, 300, also insgesamt 300. Ja, ja, genau. So, und jetzt überleg dir, was das heißt, was für Diskrepanzen, was für Schluchten sich da auftun, äh, einfach in, in, in Geldmöglichkeiten, äh, Lithium-Ionen-Akkus versus Natrium-Ionen-Akkus. Und deswegen, äh, ist die Entwicklung einfach nicht ganz so weit. Ne, also es ist, und, und, und Faradion ist so die, die am weitesten Fortgeschrittene. Gut, wahrscheinlich hat Kattel eine ganze Menge mehr Geld reingesteckt. Ähm, die haben auch schon 2018, haben sie das Patent angemeldet für, äh, Preußisch-Blau-Kathoden. Ähm, also ist nicht das einzige Patent, was es da gibt, aber halt auf ihr, ihre Konstruktion, die sie da haben. Ähm, äh, und ich bin auch kein Patentsanwalt, also frage mich nicht. Aber die haben auf jeden Fall 2018 ein Patent angemeldet, wo es genau um die Technik ging. Also, äh, seitdem, äh, arbeiten die da sicherlich schon dran. Haben mit Sicherheit auch mehr Geld zur Verfügung gehabt, als irgendwie die paar Kröten. Ja. Und, äh, werden da sicherlich auch deutlich weiter sein. Ähm, und, äh, ja, es ist halt wirklich so eine, eine Sache, dadurch, dass alle Leute immer nur geguckt haben, wie viel Energie dich da hast du. Ähm, und wenn es weniger ist, dann bist du automatisch nicht konkurrenzfähig. Demzufolge hast du kein Geld gegebenen, die kriegt. Demzufolge konntest du auch nicht mehr besser werden. Ja. und so weiter, ne, äh, ist Natrium halt immer ziemlich weit hinten drin geblieben. Okay. Umgekehrt hast du den Vorteil, es ist halt letzten Endes trotzdem die gleiche Technologie. Ne, und es ist halt Alkali-Ionen-Akkus. Ähm, so heißen alle, alle Fortschritte, die du mit Lithium machst, kannst du zumindest zu einem Teil auch auf Natrium anwenden. Also die, also gerade was so, was so, äh, ja, Tests angeht, ähm, was so allgemeines Verständnis angeht. Äh, in der Wissenschaft wird deutlich mehr gemacht. Also da ist man etwas näher dran. Ähm, da hat man teilweise, äh, Effekte mit Natrium untersucht, ähm, anionische Redoxreaktionen und so weiter, woher die kommen, wenn man nicht verstanden hat, wie funktionieren die eigentlich? Also man wusste irgendwie, irgendwie passiert da in der Kathode was zwischen Lithium und dem, und dem Sauerstoff und den Oxiden und so. Und man hat es nicht verstanden, was da eigentlich los ist. Und dann hat man mit Natrium einen Stoff gefunden, äh, wo man das praktisch in Reihenform hinkriegen konnte. Also wo nur diese Reaktion mit, mit Sauerstoff, äh, äh, passierte. Und hat dann festgestellt, aha, okay, da entsteht irgendwie so ein, so eine Art molekulare Sauerstoff, aber nicht ganz. Aber man, man hat ja den, den Mechanismus verstanden, aber halt mit Natrium und nicht mit Lithium. Ja, und konnte das dann auf Lithium übertragen. Also in der, in der Forschung ist man da deutlich weiter und näher dran. Äh, in der Industrie ist es halt einfach durch die, äh, durch das fehlende Geld, ist man da ein Stück weiter weg. Ähm, umgekehrt, also ich sag mal, was die Anode angeht, dieser harte Kohlenstoff, der ist, äh, zwar aus der Mode geraten, aber nicht weg gewesen. Ja. Also seit den 90er Jahren, ähm, weil, wie gesagt, so für Hochleistungsakkus und so weiter, ist der ganz gut. Und weil halt harte Kohlenstoff kein Graphit ist, kannst du da auch das Propylencarbonat als, äh, als Elektrolyt benutzen. Ähm, dass du halt auch bei niedrigen Temperaturen noch flüssig halten kannst. Ja. Läuft dann halt auch besser bei niedrigen Temperaturen. Ähm, und, äh, ja, hat halt gewisse Vorteile und ist halt einfach verfügbar. Also, äh, das ist auch industriell verfügbar. Und, äh, der Kohlenstoff jetzt, oder das, äh, Elektrolyt. Der Kohlenstoff, genau, die Anode. Aber kann man den nicht auch noch optimieren? Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ja, Den kann man dann optimieren, genau. Soll ich jetzt auch sagen. Den kann man dann auch noch für, für Natrium optimieren. Das wird auch gemacht. Mhm. Und, äh, ja, die haben halt erst mal das genommen, was sie hatten. und dann haben sie gesagt, ja, ja, da, da, da kannst du da noch ein bisschen was machen. Und, äh, da gibt's so eine japanische Firma, die nennt sich Kuranot, glaube ich. Nee, Kuranot ist das, oh, fragen wir nicht, wie die Firma heißt. Äh, Kuranot ist das Material. Ähm, auch irgendwas mit Kur, fragen wir nicht. Ähm, also, es gibt jedenfalls Firmen, die sowas herstellen und auch industriell. Und, äh, das ist jetzt kein völlig neuer Prozess, den man dann erst neu entwickeln muss oder so. Ähm, und, äh, die Oxide, diese Schichtoxide, wie gesagt, prinzipiell funktioniert das von der Prozestechnik her genauso, wie auch mit Lithium, ist halt mit Natrium. Mhm. Also, da braucht man auch nicht das Rad neu erfinden. Für sowas. Okay. Ähm, was halt ein großer Vorteil ist. Also, es ist nicht völlig, dass man eins zu eins alles übertragen kann, aber es ist die grundlegend identische, also, grundlegend die gleiche Technik. Was ein riesengroßer Vorteil ist. Also, weil, du kannst halt wirklich, äh, dann auch industriell relativ schnell aufbauen, sobald du sagst, äh, ja, okay, jetzt machen wir das. Äh, du hast nicht einen völlig neuen Prozess, den du irgendwo neu anfangen musst. Du hast Vorteile. Da gibt's ja auch schon jetzt die Bestrebungen, ne? Also, Kattel hat ja, glaube ich, mit, äh, wie hießen die, AMTE oder sowas, ähm, hatten die ja irgendwie was angekündigt, dass sie da Serienfertigung machen wollen, dachte ich. AT, nee, umgekehrt, äh, ATME, das ist halt, äh, das ist diese britische Firma. Ah, okay, okay. Die mit Faradion. Die mit Faradion den, äh, den Vertrag hat, äh, dass sie für die ein bisschen was herstellen. Okay. Und hatten sie auch schon, bevor Faradion von, von Reliant Industries aufgekauft wurde. Und die haben durchaus vor, das in Gigawattstunden, äh, Maßstab, aufzubauen. Also, das, das wird jetzt in den nächsten paar Jahren kommen. Also, die haben da richtig Geld und wollen das auch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ja. Und einer der großen Vorteile von Natrium, die du hast, ist, äh, Natrium hat eine allgemein höhere Beweglichkeit in, äh, in Elektrolyten. Ähm, wenn du Lithium-Ionen hast, ähm, die haben eine starke, ähm, äh, die ziehen halt die Moleküle von dem Elektrolytstark an. Und die haben eine sehr feste Schale. Also, jedes, jedes Ion, das du hast, äh, hat halt immer so eine, so eine Schale. Ja. Ringsrum sozusagen, äh, wenn es gelöst ist. Und die ist relativ fest und starr bei, bei Lithium. Okay. Und, ähm, was einfach daran liegt, das relativ hohe, äh, die relativ stark anzieht und relativ klein ist. Und dadurch, bildet sich so eine, also, bei Wasser wäre es eine Hydrathülle. Äh, in dem Fall ist es halt so eine Elektrolythülle, ne? Und die ist, die bildet sich halt und die ist sehr starr und sehr stark. Und bei Natrium ist die nicht ganz so stark. Zumindest nicht so starr. Also, die, äh, die Moleküle darum, um dieses, um dieses gelöste Natrium-Ion können sich ein bisschen bewegen. Und, äh, das macht das ganze Ding, dieses ganze Konstrukt von, von, äh, dem gelösten Natrium-Ionen und dem Zeug ringsherum sehr viel beweglicher. Und dadurch können sich halt Natrium-Ionen einfach in Elektrolyth sehr viel besser bewegen, äh, sehr viel schneller bewegen. Und, äh, dadurch können, dadurch können, äh, Natrium-Ionen-Akkus, äh, allgemein schneller geladen werden. Und haben höhere Leistungsfähigkeit, können mehr Leistung abgeben. Ähm, und vor allen Dingen auch bei niedrigeren Temperaturen, äh, weil, also erstens, weil, ähm, ja, was bei hohen Temperaturen funktioniert, funktioniert auch noch bei, also besser funktioniert, funktioniert auch noch bei niedrigen Temperaturen besser. Und zweitens, äh, du hast halt ein anderes Elektrolyt. Du hast halt, äh, nicht mehr Ethylen-Karbonat, äh, dominiertes, äh, Elektrolyt, sondern Propylen-dominiertes, äh, Elektrolyt, was halt einen niedrigeren Schmerzpunkt hat. Und, äh, allgemein halt bei, bei niedrigeren Temperaturen besser funktioniert. Und dann hast du halt einen Akku, der nicht mehr irgendwie nur 70% Kapazität bei minus 20 Grad hat oder minus 10 Grad hat, sondern 90%. Also funktioniert bei kalten Temperaturen ziemlich gut und, äh, lässt sich halt auch schnell aufladen. Nicht, weil jetzt irgendwie das ein super, mega toller Akku ist, sondern einfach, weil das Elektrolyt hat, weil Natrium halt ein paar Vorteile hat. Und, ähm, einfach von, von physikalischen Eigenschaften her. Also, nur weil es jetzt ein bisschen schwerer ist und ein bisschen weniger Spannung hat, heißt das nicht, dass jetzt alles schlecht ist an Natrium. Äh, ein paar Dinge sind halt auch einfach gut. Und, ähm, eins davon ist das. Und das heißt, dass, äh, wenn Kattel sagt, ja, mh, wir können das in einer Viertelstunde aufladen von 0 auf 80%, dann ist das ernst gemeint. Und dann braucht man das nicht zu bezweifeln. Die können das einfach so und brauchen dafür noch nicht mehr irgendeine exotische, äh, Akkukonstruktion. Ähm, das könnt ihr einfach mit einer ganz normalen Schichtdicke und so weiter machen, ohne dass es da zu großen Problemen kommen wird. Ähm, und gerade mit, äh, mit Preußisch Blau ist es halt auch, äh, temperaturresistent. So heißen, die kommen da jetzt auch nicht in, in große Probleme mit, äh, Temperatur, also mit, mit starken Aufheizen des, des Akkus oder so, wenn die schnell, wenn die es schnell laden. Wie ist das? Also, ähm, weil ich hatte, ich hatte mir jetzt gerade gefragt, weil das Elektrolyt ja jetzt bei niedrigeren Temperaturen gut arbeitet, bei hohen Temperaturen ja dann aber auch Probleme kriegt, oder? Weil es ja dann ab einem gewissen Punkt ist. Bei sehr, sehr hohen dann, ja. Okay. Aber so allgemein, also bis, bis so 60, 70 Grad. Ja, okay, gut, das ist ja dann. Alles kein Thema. Okay. Okay. Also Lithium-Eisenphosphat-Akkus, äh, von, von BYD, die haben gesagt, ja, wir wollen die auf 60 Grad betreiben. Vorzugsweise. Weil, wie gesagt, Lithium-Eisenphosphat hat diese, hat diese engen Tunnel, wo die Lithium-Eisen, äh, die Lithium-Ionen rein und raus müssen, äh, was so ein bisschen begrenzt, wie schnell die geladen und entladen werden können. Und, äh, wenn du die bei 60 Grad, äh, betreibst, dann ist das ganz gemütlich und geht alles viel schneller. Und, äh, ja. Interessant. Machen die ganz gerne. Ähm. Wie ist das denn eigentlich, wenn so ein Teil Feuer fängt? Weil das ist ja immer so einer der großen Kritikpunkte an Elektroautos, was ich auch immer nur so begrenzt nachvollziehe, weil ich meine, man hat irgendwie, äh, auch kein Problem mit Benzinern, die halt irgendwie mit Explosionen in ihrem Motor fahren, ja. Ähm. Ähm. Brandstatistiken von, oh, frage mich nicht, ob das jetzt pro 100.000 oder pro Millionen Autos oder sowas war, ähm, von Elektroauto, äh, normalen Verbrenner und Hybrid hatten. Und, äh, ist, ich weiß nicht mehr, worauf sich's bezog, aber es war irgendwie so von Zahlenverhältnissen her, ähm, 60 Brände für Elektroautos, ähm, also irgendwie normiert halt so pro Million oder sowas, frage mich nicht. Tausend wäre viel, aber. oder hunderttausend, hunderttausend oder Millionen oder was auch immer. Ähm, und bei Elektroautos waren es 60 Brände, bei Verbrennern waren es 1200 Brände und bei Hybriden, äh, waren es 1400. Weil, es stellt sich raus, das Problem beim Verbrenner ist, das Benzin und das Motoröl und so ein Scheiß, der halt, was halt brennen kann. Das, das brennende, das leicht brennbare Zeug brennt halt leicht. Wer hätte es gedacht? Und wenn ein leicht brennbares Zeug mit, äh, in der Hochleistungsbatterie, äh, wirklich echten Hochleistungsakku, weil Dinger sind klein, müssen schnell geladen werden, müssen schnell entladen werden. Wenn du das kombinierst, äh, dann hast du halt noch mehr Feuergefahr, als wenn du es nur mit einer einfachen Starterbatterie kombinierst. Ja. Also, ja. Also, die Verhältnisse sind der Wahnsinn, also wirklich so 1 zu 20 oder so. Also, naja. Ähm, ist mit Natrium-Ionen-Akkus auch tatsächlich auch nochmal eine Ecke besser, weil, wie gesagt, äh, du brauchst diese flüchtigen Bestandteile nicht mehr, um die, um den, den Schmelzpunkt zu, äh, abzusenken. Also, äh, ja, du hast dann halt Bestandteile drin, die insgesamt, ähm, nicht so leicht flüchtig sind, nicht so schnell brembare Dämpfe bilden und deswegen auch nicht so schnell Feuer fangen. Ja. Ähm, und ein bisschen eher dazu neigen, naja, wenn sie ein bisschen heiß sind, dann zerlegen die sich eher von selbst, als dass sie Feuer fangen. Ja. Also, okay. Ja. Boah. Also, äh, äh, insgesamt deutlich besser als das, was du so von Natrium-Ionen, äh, von Lithium-Ionen-Akkus kennst. Spannend. Ja, ist jetzt die, also, wenn das wirklich nur daran hängt, dass es nicht verbaut wird, äh, dass hier die, die ein bisschen größer sind, das ist ja echt eigentlich fast nicht verständlich, oder nicht nachvollziehbar. Ja. ähm, ähm, ja, wie gesagt, also, man ist jetzt auf dem Niveau, wie gesagt, so 160 Wattstunden pro Kilogramm, äh, geht alles noch deutlich besser, aber das ist jetzt das Niveau, wo man, wo man jetzt so fertige Technik hat. Ähm, und wie gesagt, da ist man halt so bei, äh, Standard Range Plus, also so 300, ein bisschen mehr als 300 Kilometer Reichweite, was man schafft. je nachdem, wie, wie effizient auch das Auto ist, also gerade, wenn man ein großes Auto hat, dann, äh, ist es wieder aerodynamisch scheiße und, äh, auch schwer und so, und, äh, hast wieder höheren Verbrauch und dann kommst du vielleicht nicht mal mehr auf die 300, wenn du irgendwie so ein riesen SUV-Dingens hast. ähm, wie gesagt, so Tesla 3 würde dann schaffen, ähm, äh, ja, äh, es ist auch ein bisschen kompakter, wenn du jetzt, äh, wie bei Faradion diese, äh, Schichtoxid nimmst. Da wird es ein bisschen kompakter, weil die haben dann wieder diese Dichte von so 4 bis 5 Gramm pro Kubikzentimeter anstatt von 2. Äh, ja, wird halt ein Stück kompakter. Mhm. Und, ähm, ja, äh, was Kattel auch sagt, naja, hey, äh, eigentlich hatten Natrium-Ionen-Akkus echte Vorteile. Und die machen halt genau das, was du vorhin schon erwähnt hast, ähm, ja, hey, wie wäre es, wenn wir einfach beides verbauen? Also sowohl Natrium- als auch Lithium-Ionen-Akkus, also LFP ganz bestimmt. Ähm, dann ist die Energiedichte praktisch eine Mischung aus beiden. Mhm. Na, kannst du dann sagen, okay, gut, äh, das eine hat 270 Wattstunden pro Liter, äh, also die, die Akkuzelle. Die andere Akkuzelle hat, äh, eher so 380. Wenn du dann sagst, naja, 50-50, ähm, dann bist du halt bei 330. Oder wenn du sagst, ja, ich will hier ein Viertel, ich, ich will irgendwie, äh, ein Viertel Natrium-Ionen-Akkus haben, die dann halt schon mal ein bisschen Energie bei kalten Temperaturen liefern können. Mhm. Naja, dann bist du halt, äh, nicht mehr bei 330, sondern bei, sagen wir mal, 350 oder sowas. Ja. Ähm, anstatt von 380. Naja, gut, dann hast du einen kleineren Verlust. Ähm, also die, durch die Kombination von beiden, äh, kannst du halt jeden beliebigen Zwischenwert erreichen. Mhm. Und kannst dann halt einfach sagen, naja, ich hab halt ein, ich hab halt zumindest irgendwie mal 20 Prozent von meinem Lithium ersetzt. Ähm, und es ist scheißegal, was für eine Lithium-Akku-Technologie du nimmst, äh, du wirst, äh, 20 Prozent Lithium, äh, sehr schwer einsparen können. Ja. Und wenn du stattdessen einfach, äh, ein paar Natrium-Ionen-Akkus mit reinnimmst, und sagst, okay, gut, ich brauch ein anderes Batterie-Management-System, ich muss das schon irgendwie noch. Das ist die Frage, ja. Also ein bisschen Aufwand ist da schon noch mit drin, ne? Ähm, aber du kannst dann halt sagen, erstens, ich hab, äh, ich hab Lithium eingespart, ich kann noch ein paar mehr Akkus bauen. Ähm, ein paar mehr Autos bauen vor allen Dingen, ähm, mit höherer Kapazität, ne? Ähm, zweitens, äh, ich kann die Natrium-Akkus schneller aufladen. Und drittens, äh, die funktionieren dann auch noch bei niedrigen Temperaturen ganz gut. Ähm, dann ist das eigentlich schon eine verdammt gute Idee. Auch wenn sie ein bisschen weniger Energie speichern. Ähm, und wie gesagt, lässt sich alles noch verbessern. Also, äh, wie gesagt, Faradion, die haben halt, äh, sind ein bisschen von der Größe her limitiert. Und, äh, das Annoten-Material, was die benutzen, der Kohlenstoff, ist nicht ganz so optimiert, wie das, was Kattel benutzt. Wie gesagt, die hatten nicht ganz so viel Geld, die mussten das einkaufen von außen. Ähm, und, äh, Kattel sagt, ja, wenn wir sowas ähnliches benutzen wie Faradion, weil die benutzen diese Schichtoxide, dann kommen wir auf ungefähr 200 Wattstunden pro Kilogramm. Also praktisch genauso viel, wie jetzt die, die modernsten Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Und, äh, wenn du die dann in ein Auto einbaust, äh, in ordentlichen, äh, Akkupack, dann kommst du auf einen Durchschnitt von 160 Wattstunden pro Kilogramm. Also nicht pro Zelle, sondern pro Akkupack. Mhm. Der Rest ist dann halt so Restmaterial. Also, ähm, um zu unserem 500 Kilo Akku zurückzukommen, ne? Dann hast du halt, äh, wirklich so 400 Kilo Akkuzellen und, äh, 100 Kilo, ja, Zeug, Struktur, Kühlung, sowas. Genau. Ne? Und, äh, so ähnlich ist das, halt auch mit Lithium-Eisenphosphat. Ja, ich glaube, da waren es fünf, also das ist schon nochmal ein Faktor von zwei, glaube ich, oder? Bei Tesla, ja. Also, wir hatten vorhin mal das irgendwie gesagt, bei einem, ähm, 500 Kilogramm Akkupack sind, glaube ich, Ja, ja. Also, 50, äh, bei einem 500 Kilo Akku, hast du normalerweise so 300 Kilo, 300 Kilo Akkuzellen drin, kommst aber auf eine Energiedichte von auch plus so um die 160 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und bei Eisen, also das gleicht sich alles ziemlich gut aus. Bei Lithium-Eisen-Verfahrt, wie viel ist da für Kühlung und Isolation ungefähr? Ähm, du hast ungefähr 80 bis 85 Prozent Akkuzellen. Ah, okay, okay. Okay. Und ungefähr 60, also die neuesten Akkupacks, äh, mit, mit, äh, mit Nickelzellen, sind dann auch nochmal besser. Aber das, was halt so mit, in normalen Autos bisher verbaut wurde, das war immer so um die 60 Prozent. Und mit diesen Blade-Batteries und Cell-to-Pack-Technik und so weiter, kommst mit Lithium-Eisenphosphat und auch mit, äh, Natrium-Ionen-Akkus, die halt auch nochmal temperaturresistenter sind, ähm, kommst dann halt wirklich so auf 80, 85 Prozent. Schlecht. Und dann bist du halt praktisch gleich auf. Ja. Was ja genau der Grund ist, weshalb jetzt irgendwie 50 Prozent der Akkus, die zum Eisenphosphat sind, wenn man gesagt hat, na ja, so groß ist der Vorteil jetzt auch nicht, aber das Nickel und das Kuba, das kostet so viel. Und mit Natrium läuft's dann halt auch so. Ähm, äh, was ein Problem ist und weshalb, äh, du hast jetzt so ein Schichtoxid, so ähnlich wie du bei Lithium hast und kommst trotzdem nicht in die Nähe der, äh, der eigentlichen Energiedichte, ähm, ist, äh, folgendes. Natrium, Natrium-Ionen, wie gesagt, sind ein Stückchen größer und du hast dann immer mal so ein paar Probleme und besondere Eigenschaften, äh, in diesen Schichtoxiden und so. Und wenn du jetzt dieses Schichtoxid herstellst, mit, äh, so wie du das mit Lithium machen würdest und hast dann, äh, praktisch, ja, komplette Menge an, ähm, Natrium in deinem Schichtoxid drin. Aber wie gesagt, dieses Schichtoxid besteht aus, äh, 60 Prozent, äh, die haben zwei. Wir kommen gleich dazu, warum. Aber ich sag mal, das eine hat, äh, 60 Prozent Mangan, 30 Prozent Nickel und, äh, der Rest ist, äh, ein bisschen Titanen und ein bisschen Magnesium. Ich weiß nicht, was davon jetzt mehr war, aber spielt keine Rolle, ist beides billig. Ähm, ja, ist so. Ähm, wenn du das machst, äh, dann hast du so fast die maximale Menge an Natrium da drin. Mhm. Aber weil die halt so groß sind und wenn du die alle rausziehst durch, äh, durchs Aufladen, ähm, dann verändert sich die Kristallstruktur. Also dann verschieben sich beim, wenn die, wenn die Natriumionen rauskommen, dann verschieben sich die Schichten gegeneinander ein bisschen. Und das ist schlecht, weil dadurch, äh, diese, dieses Schichtoxid ein bisschen die Struktur verliert. Und dann beim nächsten Ladezyklus hast du dann wieder kleine Probleme, dass du wieder alles reinbekommst und wieder alles rausbekommst und so weiter und so weiter. Ähm, und dann kriegst du halt ein paar hundert Ladezyklen hin und danach ist es nicht mehr so toll. Ähm, das ist eine, eine dreischichtige Struktur, die da entsteht. Also, ist eine orthorhombische, dreischichtige Struktur, eine O3-Struktur. Ähm, die hast du bei allen Schichtoxiden, die du, äh, praktisch, äh, vollstopfst mit Natrium. Ähm, was du machen kannst, ist, äh, du machst ungefähr 70% Natrium nur rein. Oder so zwei Drittel. So 66, die 70% fassen der Größenordnung. Okay. Dann entsteht eine P2-Struktur. Ähm, das ist die gleiche, die du auch mit Dezium hast. Mhm. Und die ist wieder sehr stabil. Ähm, heißt das Problem, du hast nur zwei Drittel der Menge an Natrium drin. Ja. Ähm, soll heißen, äh, ja, okay, das Ding ist sehr stabil und du kannst tatsächlich, dadurch, dass es jetzt einmal in dieser, äh, P2-Struktur ist, also diese, diese Strukturen, die entstehen bei der Synthese, also wenn du die richtig heiß machst, ähm, das ist ja eine Keramik, also es muss dann im Brennofen rein und wird dann richtig heiß gemacht und dann entsteht diese Struktur, diese keramische Struktur, entweder so ein zweischichtige oder dreischichtige und dann kürzt das Ding ab und dann bleibt das so mehr oder weniger in der Struktur, wenn du jetzt nicht die Struktur irgendwie kaputt machst durch sein, durchs Laden und Entladen und so weiter, ne? Ähm, also insofern die jetzt, insofern jetzt keine Schäden an der Struktur entstehen, äh, bleibt diese Struktur so weit erhalten. Und wenn du jetzt eine P2-Struktur hast, ähm, dann musst du die synthetisieren, damit du überhaupt dahin kommst, äh, so auf, mit 70% Natriumgehalt. Aber, äh, wenn du die wieder zurückgekühlt hast auf, auf Zimmertemperatur, dann kannst du auch wieder ein bisschen Natrium noch zusätzlich reinbringen, insofern das denn hast. Also, wenn du irgendwo in deiner Batterie noch ein bisschen Natrium versteckst, ähm, dann kannst du deine Kathode auch noch ein bisschen entladen, nachdem du das Ding, äh, äh, ja, ähm, zusammengebaut hast. Und dann kannst du mehr Natrium reinbringen in die, in dieses Kathodenmaterial. Und kannst auch wieder rausholen und auch wieder reinstecken und das funktioniert auch alles relativ stabil, äh, nicht nur ein paar 100 Zyklen, sondern auch ein paar tausend. Ähm, das ist eigentlich super, das ist das, was du haben willst, aber du musst halt irgendwie dieses Natrium erst mal da reinbringen, weil du hast jetzt einen Natriummangel in deinem Akku. Und das ist immer so das ganz große Thema jetzt bei Natrium mit diesen Schichtoxiden, ähm, du musst irgendwie mehr Natrium reinkriegen, damit du so eine P2-Struktur benutzen kannst. Ähm, und Faradion hat da so einen Trick gefunden und haben gesagt, hä, wir mischen das einfach. Wir mischen, äh, O3-Material, wo viel Natrium drin ist, mit P2-Material und, äh, dann gleicht sich das zumindest ein bisschen aus. So sind die Verluste nicht ganz so hoch. Und dann hat man gesagt, naja, wir können noch was draufsetzen und man nimmt eine, äh, eine Struktur, also, wenn du so dieses P2-Material hast, da hast du dann auch bloß noch 30 Prozent, äh, Nickel, äh, wieder 30 Prozent Nickel, aber 30 Prozent Mangan und der Rest ist dann halt so Magnesium und Titan. Ähm, und, äh, die nehmen praktisch einfach so das gewichtete Mittel davon, von den beiden anderen, äh, von diesen beiden, ähm, Materialien, ne, so dass dann halt, äh, ja, bei der Synthese, wenn du das Ganze im keramischen Ofen da, äh, feuerst, ähm, kommt dann hinterher nicht raus ein Material mit 70 Prozent Natrium, sondern mit 80 oder 85 oder irgend sowas. Und das hat dann praktisch so einen Zwischenschritt an, an Eigenschaften. Also es ist nicht ganz so stabil wie ein reines P2-Material, also es entstehen dann wirklich beide, beide, äh, beide Phasen, also beide Aggregatzustände sozusagen. Also es ist dann eine Mischung aus P2-Schichten und O3-Schichten, die dabei entsteht. Und die, und die Eigenschaften sind dann auch eine Mischung. Aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass es so gut gemischt ist in dem Material, äh, stabilisiert sich das ein bisschen besser als sonst. Mhm. Und, äh, die Leitfähigkeit ist ein bisschen besser als sonst, weil O3-Materialien sind auch nicht ganz so leitfähig von Elektro und so her. Ähm, und mit mehr P2 da drin, äh, wird das besser. Und die kriegen dann halt so eine ganz nette Mischung aus Eigenschaften. Nicht optimal, also am liebsten hat man trotzdem einfach nur P2, aber, mh, die Option hat man nicht zurzeit. Ähm, und damit kriegen die das halt hin. Und, äh, wenn du eine bessere Anode hast, die nicht ganz so viele Verluste hat und nicht ganz so schwer ist, weil es einfach mehr, mehr Ladungsdichte abkann, ähm, dann, äh, ja, dann kommst du halt auch auf 200 und nicht nur auf 160. Vor allem, wenn du das Ganze auch in einer größeren Zelle baust, dann hast du nicht mehr ganz so viele Verluste an Verpackungsmaterial und Verschnitt und, äh, diversen anderen Zeugs, was du da immer hast. Ähm, und deswegen ist das auch ziemlich realistisch, dass wir da auf 200 kommen. Also, Faradion hat auch schon gesagt, naja, 190 sind durchaus drin, ohne dass man jetzt, äh, was Neues erfinden muss. Ähm, ja, äh, der große Trick wird sein, dass man, äh, eine Technik entwickeln muss, die industriell, äh, umsetzbar ist und vor allem den industriellen Prozess dann auch entwickeln kann und muss, äh, was jetzt so schnell nicht geht mit, äh, wenn man irgendwie einstellige Millionenbeträge hat, dann kann man nicht mal eben einen neuen industriellen Prozess entwickeln, äh, dass man, äh, eine Anode baut aus Kohlenstoff, der von Anfang an schon Natrium entteilt. Was, äh, ein riesengroßer Fortschritt sofort wäre, weil erstens, äh, hast du damit keine Verluste mehr im ersten Ladezyklus, weil das Natrium ist schon drin, die Schicht, die sich sonst bildet, wo sonst immer das Natrium hängen bleibt, ist schon da, ähm, und beim ersten Lade, beim ersten Ladezyklus hast du diese Verluste nicht mehr. Ähm, das Zweite ist, du kannst anderen Kohlenstoff benutzen, ähm, du kannst Kohlenstoff benutzen, der, äh, einfach inhärent höhere Verluste hätte, aber, äh, aber, äh, eine größere, insgesamt eine größere Kapazität hat. Ähm, sowas gibt's durchaus, aber lohnt sich halt nicht zu benutzen, weil man so viel, so viel Natrium einfach beim ersten Ladezyklus schon verliert, dass die höhere Kapazität überhaupt nichts bringt. Und, äh, damit kommt man dann halt so, und da gibt's dann halt so Materialien, die kommen auf 500 Milliampere Stunden pro Gramm anstatt von 350. Also da kommt man mit, mit schwer, äh, mit dem harten Kohlenstoff kommt man durchaus auf Werte, die deutlich höher sind als mit Grafit, weil hast halt mehr Platz zwischen dem ganzen Kohlenstoff, äh, was der Vorteil der niedrigeren Dichte nun wieder ist. Also da, da ist schon noch, da ist richtig viel, äh, Potenzial drin. Und vor allen Dingen, wenn du natürlich den, den Kohlenstoff von Anfang schon mit Natrium beladen hast, ähm, dann ist das auch in der Kathode nicht mehr ein ganz so großes Problem, wenn die nicht von Anfang an sind mit Natrium. Wie weit und wie gut das dann alles klappt, wie viel Natrium man da wirklich in die Anode reinkriegt, äh, von Anfang an ist eine zweite Frage, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ein bisschen besser als zuvor geht's auf jeden Fall und dann bist du auch weit über 200, äh, Wattstunden pro Kilogramm dann schon. Aber da bist du dann wirklich so auf, auf Niveau, dass du sonst von normalen Lithium-Ionen-Akkus kennst, also, äh, in der Größenordnung von, äh, 230 bis 250 Wattstunden pro Kilogramm, da kommst du hin. Also das ist, das ist durchaus möglich, ähm, was man halt so von NMC 532 oder sowas kennt. Ja. Was man, äh, lange Zeit auch durchaus benutzt hat. Ist das so Pi mal Daumen abschätzbar, wie lang so eine Entwicklung dauert? Oder ist das komplett jetzt ins Blaue hinein? Also, oder kann man da sagen, so, ja, in fünf Jahren kann man sich das vorstellen, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Also, ähm, ähm, preußisch Blau wird, also wie gesagt, man kann es ja jetzt schon bauen, äh, kommt dann so auf so halt wie 160 bis vielleicht 200 Wattstunden pro Kilogramm, ähm, Kattel dürfte da auch sein und das dauert, ja, so lange bis es halt aufgebaut hat, noch so drei Jahre oder so. Ah, okay, weil, äh, ich hatte jetzt irgendwie was gelesen, dass die jetzt 20, 22 Meter Produktion teilweise schon starten wollen, aber, ähm, weiß nicht mal, wo das war. Ja, also, äh, wie gesagt, Faradion, die bauen ja schon, ähm, ich weiß nicht genau, was für eine Energiedichte die Zellen, die sie jetzt herstellen, haben, ich glaube, eher so um die 160, ähm, aber 190 sind halt erreichbar, wenn man es halt baut. Das ist wirklich bloß eine rein mechanische Angelegenheit jetzt, also gleiche, gleiche Chemie ist es einfach nur das, das passende Format, das zu haben, ähm, und das sind dann halt so noch in, äh, zwei, drei Jahren, ähm, halt, dass man mehr als die 160 hat. Mhm. Ähm, und die Verbesserung von, von der Anode, ähm, also ich habe auf jeden Fall schon, äh, Prozesse gesehen, die funktionieren sollten. Also im Sinne von, ja, man, man hat halt die beschichtete Anode und muss die nochmal für eine bestimmte Zeit, Größenordnung eine Minute, ähm, in eine Lösung, in eine organische Lösung reintauchen oder durchziehen, ähm, die halt eine gewisse Menge an Natrium hat. Ähm, sowas ähnliches gibt es auch schon für Lithium. Ähm, und, äh, das sind ähnliche Prozesse und das wird man, das wird man höchstwahrscheinlich dann auch irgendwie übernehmen können. Also wenn es sein muss, muss man das noch nicht mal für Natrium alleine entwickeln. Kann man es dann wieder für Lithium übernehmen, was, äh, was das ist, was man schon immer gemacht hat. Ähm, und wenn, äh, wenn das funktioniert, äh, wie gesagt, dann, dann übernimmt man das einfach und dann geht das auch sehr, sehr schnell. Okay, verstehen. Ähm, äh, was, äh, eher so Ende der 2020er Jahre passieren wird, äh, sind dann so Dinge wie, äh, Natrium-Metall-Anoden, wobei die, äh, deutlich leichter zu entwickeln sein sollten als Lithium-Metall-Anoden, weil, äh, Natrium ist weicher und ein weicheres Metall, äh, bildet nicht mehr so harte Nadeln aus. du hast die gleichen Probleme wie beim Lithium, aber, äh, dass, das Metall, das entsteht, ist halt nicht, ist halt butterweich, also du kannst Natrium halt mit einem Buttermesser durchschneiden und mit Lithium geht das nicht. Ähm, und entsprechend, äh, hast du natürlich das gleiche Problem, also wenn du jetzt wirklich so einen einfachen Plastik-Separator hast, äh, da kommen die natürlich immer noch durch, aber, ähm, wenn du es etwas dichter machst und, äh, es gibt durchaus schon feste, äh, feste Polymere, die sowas abhalten können, also da habe ich auch schon einiges davon gelesen. Mhm. Wenn das mal zu Ende entwickelt wird und mal jemand ein bisschen Geld dafür hinlegt, äh, kann das durchaus relativ schnell gehen und sehr viel schneller, als das bei Lithium passieren würde. Und, äh, eins der Probleme bei diesen, äh, bei diesem Verfahren, also, du kannst dann halt so Dinge machen, wie, du hast einen Akku ohne Anode, äh, den ganzen Kohlenstoff, äh, mit Elektrolyt, und so weiter, schmeißt du halt einfach raus. Ja. Du hast nur die Kathode, den separat, also, du hast eine Alufolie mit Kathode drauf. Ja. Du hast den Separator, der danach kommt. Ja. Und, äh, dahinter kommt dann keine Anode, sondern es kommt gleich eine Alufolie. Okay. Und wenn du dann, äh, den Akku lädst, dann, äh, ja, dann kommt das, äh, Natrium praktisch, äh, hinten an diese Alufolie an, also, geht durch den Separator, kommt sofort an die Alufolie an und, äh, wird dann einfach zu Natriummetall. Und, äh, wenn der Separator gut genug ist, sodass das, äh, sodass das Natriummetall da nicht durchkommt, äh, kannst du damit einen Akku bauen. Ähm, hast meistens das Problem, dass, äh, ein bisschen Natrium dabei immer hängen bleibt und das ein bisschen mehr ist als üblich. Aber dadurch, äh, vom Gewicht her ist das nicht ein so großes Problem, weil, ähm, du hast ja eine ganze Menge eingespart gerade, dadurch, dass die, dadurch, dass die ganze Anode mit dem Kohlenstoff und dem Elektronyt da drin und so weiter, dass du den ganzen Scheiß eingespart hast, hast du eine ganze Menge Gewicht eingespart und dann kannst du dir ein paar Verluste allein einfach erlauben. Und mit Natrium ist es halt so, gerade wenn du Preußisch-Blau hast, Preußisch-Blau kostet nix. Also, nicht nix, aber sehr wenig im Vergleich zu irgendwas anderem. Also, äh, du bist halt dabei bei irgendwas so fünf bis sieben Dollar pro Kilowattstunde. Ähm, also, äh, irgendwas um die drei Dollar pro Kilogramm oder so. Ähm, während, wenn du jetzt NMC oder sowas hast, äh, was jetzt, äh, QuantumScape zum Beispiel nimmt, ähm, da bist du dann halt dabei bei 40, 50, 60, je nach Lithiumpreis. Okay. Und, äh, wenn du da sagst, okay, gut, ich hab jetzt hier irgendwie einen Verlust von, hm, 30 Prozent oder 33 Prozent, sag mal, ne? Ähm, erstens hast du das Problem, äh, jetzt wiegt das Ganze verdammt viel und Graphite ist effizienter und du hast dann, dann bist du ganz schnell bei Plus, Minus, Null vom Gewicht her, ne? Was schon mal blöd ist. Aber zusätzlich kommt noch dazu, äh, okay, du hast jetzt 50 Prozent mehr Kathode, weil du hast, also du hast ein Drittel eingespart, ne? Und dann musst du wieder Care-Wert bilden und dann kommst du auf, äh, 50 Prozent mehr, ne? Weißt du, was ich meine? Ähm, also, okay, du hast 100 Prozent, okay, ja, 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 kein Problem, kein Problem, mach ich. Ähm, stell dir vor, du hast ein Kuchen aus drei Teilen, du nimmst ein Teil von dem Kuchen weg, okay? Weil Verlust. Ja. Okay, jetzt hast du einen Kuchen aus zwei Teilen. Wie viele Teile brauchst du, um wieder 100 Prozent zu kommen? Ein Teil. Ein, ja. Und zwei Teile plus ein Teil, wie viel mehr ist das? Das sind 50 Prozent. Ach so, ja, okay, ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, genau, ja. Okay. Ja, also, du hast ein Drittel weniger, aber du brauchst, du hast 33 Prozent weniger Kuchen, aber du brauchst dann von dem, was du dann übrig hast als Kuchen, brauchst du 50 Prozent mehr, damit du wieder auf 100 Prozent kommst. Verstehe, okay. Ist halt Prozentrechnung. Das ist immer scheiße, ist asymmetrisch. Ähm, und, äh, ja, also brauchst 50 Prozent mehr von deinem scheißteuren Kathodenmaterial, also kannst du damit definitiv kein Geld sparen und, äh, wenn du dann noch nicht mal mehr auf die Energiedichte kommst, die du brauchst, äh, kannst du ganz vergessen. Ne? Und das ist, äh, höchstwahrscheinlich das Problem, was Quantumscape hat. Ähm, die, äh, versprechen zwar, dass sie theoretisch auf sehr hohe Energiedichte kommen, aber wahrscheinlich haben die irgendwie Verluste oder der Apparator ist zu, zu dick und schwer oder irgend so was. Die, die müssen irgendein Problem haben, weil ansonsten würden die einfach sagen, ja, unsere Energiedichte ist diesen, ist das und das. Oder würden nicht irgendwie wirklich jede einzelne Zahl verheimlichen, die, aus der man das irgendwie rausrechnen könnte oder so. Also höchstwahrscheinlich haben die irgend so ein Problem, dass sie dann nicht mehr auf die Energiedichte kommen und nicht mehr auf die Kosten kommen, die sie haben wollen. Ja, irgend so was, ne? Ähm, mit Preußisch Blau ist das scheißegal, da kannst du dann einfach sagen, ja, hey, komm, äh, sind halt 50 Prozent mehr, wir kommen plus minus null immer noch auf die gleiche Energiedichte, aber wir können uns die ganze Anode sparen. Äh, der Kohlensstoff in der Anode ist teurer als das Preußisch Blau in der Kathode, äh, was, was für Akkuindustrie, äh, was völlig neu ist, ist. Also, Kathode ist immer teuer. Ja. Äh, ähm, und so kannst du halt sagen, ja, scheiß auf, die Scheiß auf die, das bisschen mehr Kathode, wir haben die Anode eingespart und wir haben, äh, einen ganzen Prozessschritt eingespart, also das, das würde sich trotzdem noch lohnen. Ähm, und wenn du es ein bisschen besser machst, kommst du sogar auf höhere Energiedichte. Ähm, und, äh, das bei extrem niedrigen Kosten, also, äh, da ist schon noch, da ist schon noch richtig Potenzial drin. Und, äh, ja, du kannst natürlich auch machen, wie es, wie es bei Lithium-Ionen-Akkus gerade entwickelt wird, dass du halt eine, eine Lithium, äh, dass du eventuell sogar ein bisschen Natrium schon hast, als, als Anode, bisschen Natrium-Metall, ne? was nun gerade wieder mit diesem P2-Schichtmaterialien gut funktioniert, ne? Wo halt ständig Natrium fehlt, ne? Ja. Ähm, wenn du das damit machst und so ähnlich baust wie die, wie die Lithium-Ionen-Akkus, die man zurzeit baut mit NMC-Materialien, ähm, die dann auf 400 Wattstunden pro Kilo kommen, ähm, und du guckst dir so an, was können gerade die besten P2-Materialien, ähm, und baust halt praktisch einen Akku nach dem gleichen Muster und sagst einfach, äh, ja, was würde denn rauskommen? Ja, dann kommst du so auf, naja, 330, 320 Wattstunden pro Kilogramm anstatt von 400. Wenn die sagen, 420, naja, dann kommst du sogar auf so 340, 350 Wattstunden pro Kilogramm. Also in der Größenordnung spielt sich das ab, ähm, und, äh, so, wie gesagt, so 80 Prozent ungefähr. Also von diesen super tollen, äh, Lithium-Metall-Akkus. Das ist so, dass das technologische Potenzial, was da drin steckt, und, ähm, da ist noch nicht mal einberechnet, dass du, äh, statt Kupfer Aluminium benutzen kannst. Hm. Also, äh, oder dass du, dass du eventuell Polymer-Separator anstatt von schweren Keramik-Separator benutzen kannst. Also, da ist schon noch, äh, da ist schon wirklich technologisches Potenzial drin, dass man sagen kann, na ja, so 80, 90 Prozent, auch je nach, je nach Leistungsfähigkeit, die du brauchst, wie gesagt, äh, die, die, äh, die Natrium-Irungen können sich allgemein deutlich besser und schneller bewegen. Ähm, das heißt, du kannst auch dickere Schichten machen. Dickere Schichten auf dem, auf dem Akku, äh, führen immer dazu, dass es langsamer geladen wird, dass es weniger Leistung abgeben kann. Ähm, und, äh, wenn du, wenn du halt Natrium machen kannst, was ein bisschen schneller alles geht, ähm, ja, dann kannst du halt dickere Schichten haben. Und das heißt, du hast insgesamt weniger Separator-Material, du hast insgesamt weniger Metallfolien da drin, weil der ganze Rest halt mehr einnimmt. Und dann steigt halt auch wieder Energie dichter ein bisschen. Also, so, so irgendwas um die 80, 90 Prozent kann man durchaus erreichen. Und dann wird kein Schwein mehr danach fragen, ob man da, ob man da wirklich Natrium oder Lithium da drin braucht, sondern man guckt dann einfach nur auf die Kosten und, äh, sagt dann, ja, höchstwahrscheinlich Natrium, ne? Ähm, vor allen Dingen die, die P2-Schicht-Materialien, die man da hat, das ist größtenteils Mangan. Äh, da ist nur noch ein bisschen Nickel drin. Also, das ist wirklich so Manganoxid, was für Lithium nicht ganz so gut funktioniert, aber, ähm, mit, mit Natrium, äh, hat man nicht ganz so viele Probleme einfach. Ähm, das zerstört sich nicht von alleine so schnell, wenn man viele, wenn man großen Anteil an Mangan da drin hat. Ähm, hat dafür nicht ganz die Energiedichte, nicht ganz die, auch nicht ganz die Spannung, aber irgendwo so auf, irgendwas um die 600 Wattstunden pro Kilogramm, so wenn man nur die Kathode anguckt, äh, wird man kommen. äh, und, das ist dann, ja, wie gesagt, da bleiben dann halt so irgendwas um die, bisschen mehr als 300 übrig, so auf dem Stand der Technik. Ja, wenn man sich anguckt, was man schaffen könnte, sagen wir mal so 70 Prozent von dem, was die Kathode ausmacht, ähm, wenn's perfekt läuft, also das ist dann schon sehr optimistisch, ähm, dann bist auch so bei 400, ein bisschen mehr als 400 Wattstunden pro Kilogramm, aber ich sag mal so, irgendwas zwischen 300 und 350 wird auf jeden Fall kommen, also das ist, ja, braucht dann halt auch mal irgendwie, also, insofern dann halt jemand sagt, ja, okay, wir nehmen auch mal 200, 300 Millionen in die Hand und entwickeln das mal, aber das hat halt zur Zeit noch gerne gemacht. Ja, aber das ist ja absehbar, denke ich mal, dass sowas passiert, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es irgendwann passiert. Ja. Also gut, ist halt immer ein bisschen die Frage, weil ich meine, Lithium, ja, wobei, da brauchen wir jetzt aber auch nicht mit Verschwörungstheorie kommen, die Batteriehersteller haben ja definitiv ein Interesse dran, äh, den Markt möglichst abzuschöpfen und die Automobilhersteller ja auch. Nö, und, also, Lithium wird nicht verschwinden deswegen. Ja, ja, klar. Du hast mit Lithium noch ein paar andere, ähm, du hast dann noch ein paar andere Pfeile im Köcher, wo du dann noch deutlich höher kommst, ne? Ja. Aber ich sag mal, für, äh, für so Zeug wie Autos, äh, wird das irgendwann keinen Sinn machen, äh, zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Lithium-Ionen-Akkus, außer du hast jetzt irgendwie ein absolutes Luxus-Auto, das super weit kommen muss oder sonst irgendwas. Ja, das ist ja immer der Witz an den Elektroautos, äh, ich glaub, ähm, in einem Prozent der Fälle von den Fahrten, es sind, ähm, über 100 Kilometer, ja, also, die Mehrheit der Fahrten findet unter 100 Kilometer statt im Durchschnitt, ja, und das ist halt, äh, wo ich denk, so, ja, ich kann dir sagen, bei mir ist das anders. Ja gut, Einzelperson, ja, aber ich mein, äh, das kann ja auch sein, und selbst dann dann lässt es halt schnell, also, ja, okay, klar, ist aufwendiger und so weiter und so fort, also, äh, bei mir ist tatsächlich so, ähm, äh, ich hab mir jetzt erst vor kurzem überhaupt mal ein Auto gekauft, zum ersten Mal, okay, und ich benutze das praktisch als Ersatz zum Fernzug. und, äh, so heißen, ich fahr 250 Kilometer hin, 250 Kilometer zurück, und dann steht das Ding erst mal wieder. Okay. Das ist übrigens sehr schlecht für die Mechanik, das sollte man nicht tun. Ja, ja, ja. Man sollte sein Auto regelmäßig bewegen, ansonsten hat man ziemlich hohe Kosten beim TÜV und so, äh, wie ich festgestellt habe. Ähm, und, äh, ja, also, ich, ich brauch halt wirklich, also, 300 Kilometer ist, äh, ich brauch mehr als 300 Kilometer einfach, äh, wirklich, äh, Kapazität, dass ich da noch ein bisschen Reserve habe. Ähm, ja gut, aber ich mein, ansonsten geht halt nicht, also, weil ich bin dann wirklich so bei 80, 80 Prozent ist deutlich über 100 Kilometer. Okay, aber unabhängig davon, wenn du 250 Kilometer fährst, fährst du das in einem Zug durch oder machst du dazwischen drin auch mal eine kurze Pause? Ähm, nö, also, da mach ich im Allgemeinen schon mal irgendwo eine 5-Minuten-Pause. Die Frage ist halt nur, äh, kommt man dann auch wirklich an, an Ladegerät oder sowas ran? Ist da wirklich was frei? Ja. Für sowas? Ähm, das ist immer so ein bisschen eine Frage, aber, äh, ja, das, das Argument kenne ich und das ist auch berechtigt und ich sehe das auch ganz genauso. Ähm, Ist ja der Einzelfall dann nochmal was anderes vielleicht. Ja, okay. So ein Minimum, so ein Minimum braucht man halt und ich sag mal, 300 Kilometer ist ja nicht das Ding und, äh, wie gesagt, selbst, selbst mit den, äh, mit den 200 Wattstunden pro Kilogramm auf Zellebene kommst du halt trotzdem auf 500 Kilometer Reichweite. Also so, so Tesla Long Range Zeug und, äh, ja, also mein Auto, wenn ich das voll tanke, kommt 600 Kilometer weit. Äh, also, äh, das ist dann wirklich äquivalent. Also, Ja gut, du tankst halt schneller, das ist halt da immer das Argument dran, ne, aber, ähm, ja, dann, dann packst du da eine Stunde. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte, ja. Ja, also, ich, ich sehe da echt jetzt nicht das Problem. Ähm, ja, wie gesagt, mit Lithium hast du halt nochmal, nochmal anderes Potenzial. Also, ähm, wie gesagt, bei Zimmertemperatur Lithiumschwefe. Mhm. Wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, wir haben eine, eine Lithiumfolie, also, dass man so eine Lithiumanode hat, die dann auch funktioniert, wo dann auch das Lithium nicht durch den Separator durchgeht und zum Kurzstoß und Feuer und sonst was führt. Ähm, wenn das alles funktioniert und, auch zuverlässig und nicht zu viele Verluste und nicht zu schwer und, äh, äh, was noch? Ähm, ja, ja, also, wenn das funktioniert. Ja. Punkt. Ähm, dann kann man auch das Ganze mit Schwefel versuchen. Äh, natürlich gibt es jetzt schon Leute, die das alles mit Schwefel machen wollen und sagen, hä, ja, okay, funktioniert noch nicht so richtig toll mit der Anode, aber was soll's, wir machen das schon. eine Firma ist davon schon pleite gegangen, die nennt sich Oxys Energy. Ähm, äh, wurde jetzt irgendwie aufgekauft, also die Bestandteile wurden irgendwie aufgekauft von anderen Leuten, fahr mir nicht weh. Ähm, und was man da macht, ist halt, man hat Schwefel eingekapselt in Kohlenstoff, ähm, ähm, einfach um die Schwefelpartikel zusammenzuhalten, weil wenn du Schwefel mit Lithium belädst, äh, das ist super eigentlich, ne, also so theoretisch ist das absolut super. Ähm, ähm, du hast ein Schwefelatom, das wiegt 32 Gramm pro Mol und das reagiert mit zwei Lithiumatomen, die wiegen zusammen 14 Gramm je Mol, ähm, da weiß man, äh, okay, normalerweise reagiert ein Lithiumatom, sieben Gramm pro Mol, äh, mit 90 Gramm pro Mol, äh, äh, Kobaltoxid. Und, ähm, ja, okay, 90, äh, also irgendwie ein Atom mit 90 versus zwei Atome mit, äh, merkt man, das ist viel leichter. Okay, die Spannung ist auch nur halb so groß, also ganz so toll ist es nicht, aber, ähm, es ist trotzdem riesig viel, also du hast so eine theoretische Energiedichte, äh, wenn der Akku jetzt nur aus Schwefel und Lithium bestehen würde, äh, was er niemals tun wird, äh, die ziemlich astronomisch ist, also irgendwo so bei, ich weiß nicht, äh, vier Wattstunden, vier Kilowattstunden pro Kilogramm oder so. Okay. Äh, ich hab's jetzt grad nicht mehr im Kopf. Also, also, ist es ziemlich astronomisch. Also mit so einer, äh, NMC-Kathode kommst du auf, kommst du bei der gleichen Zahl auf, äh, 740, äh, Wattstunden pro Kilogramm. Allerdings, also schon, schon praktisch, zwar immer noch aus, wenn's nur aus dieser, aus diesem Kathodenmaterial bestehen würde, aber immerhin, äh, das theoretische Maximum mit so, mit so einem Nickel ist ungefähr eine Kilowattstunde pro Kilogramm. Ähm, praktisch kommst du halt, wie gesagt, äh, in dem, was wir zur Zeit haben, auf 300 und mit, mit Metall an oder so auf 400 von einem Material, das 740 hat. also so, ja, 40 Prozent bis 55 Prozent, so in dem Dreh bewegt sich das, je nachdem, wie realistisch du gerade unterwegs bist. Oder sagen wir zwischen 35, also so, so praktisch, was du jetzt kaufen kannst, bist du bei 35 Prozent ungefähr und, äh, bei dem, was, äh, vorgestellt wurde und was jetzt in Produktion irgendwann mal gehen soll, soll so, so Pilot- und Vorserien und so einen Spaß, ähm, da bist du dann halt so bei 50, 55 Prozent in der Größenordnung. Okay. Ähm, mit Schwefel wird das alles schwieriger, ähm, weil das Schwefel muss, äh, das schwillt halt stark an. Ja. Äh, klar, du hast, du willst das jetzt mit Lithium beladen und, äh, du hast ein Schwefelatom und zwei Lithiumatome, ähm, das wird anschwellen. Also da wird irgendwie, äh, das wird irgendwie deutlich größer her, vom Volumen her werden. Also musst du das Ganze einkapseln in, äh, Kohlenstoff, damit der Schwefel nicht irgendwie sich komplett, äh, ja, verdönnisiert. Und, äh, vor allen Dingen der Schwefel kann ja auch keinen Strom leiten ordentlich. Also brauchst du sowieso irgendwie einen Stromleiter, also brauchst du diese Kohlenstoffkapsel. Erstes Problem, also der Kohlenstoff macht dann halt einen gewissen Gewichtsanteil aus, also, ne, denn der Rest vom Akku wiegt auch nochmal irgendwas. Und zur Zeit hat man auch immer noch das Problem, wenn du das Ganze in den flüssigen Elektrolyten hast, äh, es entstehen immer so Zwischenstufen, also, äh, der Schwefel an sich löst sich nicht in dem Elektrolyt auf. Ähm, das, äh, Schwefelsulfid, äh, äh, Plötzens, Schwefelsulfid, ja, super, äh, Lithiumsulfid, äh, wenn es komplett entladen ist, löst sich auch nicht. Aber dazwischen entstehen immer so Zwischenprodukte mit bisschen Lithium, bisschen Schwefel, also nicht, nicht, äh, zwei Lithium und ein Schwefel, sondern irgendwas dazwischen halt. Ähm, sogenannte Polysulfide und die können sich relativ leicht auflösen in, in so, in so, äh, dem Elektrolyt. Und, äh, das ist natürlich blöd. Der Schwefel soll gefälligst da bleiben, wo er ist. Ähm, weil ansonsten, äh, taugt er nicht mehr für die Batterie. Und das ist so eins der großen Probleme, deswegen haben die keine lange Lebensdauer. Und das Ganze ist natürlich auch alles recht, recht langsam, recht langsam zu laden, vor allen Dingen, weil halt wie gesagt, die Anode ist noch nicht so weit. Die Metallanode. Und du musst halt den ganzen, das ganze Lithium muss halt von Anfang an schon in der Anode drin sein, weil du musst das Ding halt, äh, äh, die Kathode hat halt kein, kein Lithium drin. Mhm. Und alles so ein Spaß. Also da ist noch ein bisschen Entwicklungsarbeit dabei. Ähm, aber du kommst damit dann so auf 500 oder 600 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist durchaus absehbar. Vielleicht auch mal irgendwann noch besser, aber so, so 5 bis 600 ist schon realistisch. Oxys hatte irgendwas um die 400. Also, ja, irgend so 5, 600 ist absolut realistisch. Okay. Ja. Klingt ja auch gut. Ähm, vielleicht irgendwann mal mehr, aber ich glaube so auf 1000 wird man niemals kommen. Ja, da vielleicht kommen aber halt nicht im kommerziellen dann auf jeden Fall, ne? Ja, langfristig. Es gibt auch noch ein paar andere experimentelle, äh, es gibt noch ein paar andere experimentelle Stoffe, aber ja, so die, die Größenordnung, da ist schon noch ein bisschen was drin. Also, wir sind halt zur Zeit so bei 270, 300 und, äh, wenn man so sagt, ja, wir kommen dann auf 400 oder vielleicht auch mal auf 500, da ist schon noch ein bisschen was drin. Das kriegst du jetzt mit, mit Natrium kriegst du das nicht unbedingt hin. Ich meine, äh, wie gesagt, das liegt an, also mit Schwefel, wenn du das mit Natrium machst, ne? Ähm, Natrium wiegt halt 23, äh, zwei Natriumatome wiegen, äh, 46, äh, das Lithium nur so 14, ne? Und, äh, das Schwefel so 32. Also, das sind andere Zahlenverhältnisse. Ja, aber die Natrium-Schwefel-Akkumulatoren haben ja auch noch den Nachteil, die sind doch, die musst du doch heizen, oder? Hatten wir das nicht vorhin, dass die? Äh, ja, ja, aber du kannst das halt auch mit, mit, äh, 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 Zimmertemperatur machen, aber dann hast du halt diese ganzen Probleme, diese Litanei von, oh ja, das schwillt so stark an und dann musst du irgendwie eine Verkapselung drum haben und, äh, brauchst die Synthese dafür und mit Natrium schwillt das natürlich noch viel mehr an als mit Lithium, weil Natrium ist auch größer, ähm, es ist deutlich schwerer, ähm, und, äh, die, äh, die Spannung mit Natrium geht halt runter um 0,3 Volt. Das ist einfach, äh, elektrochemisch so fest, ne? Also, du hast halt einen fixen Voltbetrag, um den es runtergeht. Ähm, nun ist die Spannung allgemein schon niedriger. Ähm, also du, du gehst nicht runter von irgendwie 3,6 auf 3,3 oder 3,3 auf 3,0, sondern du gehst runter von, äh, 1,8 auf 1,5. Und, äh, ja, klar, das sind beides mal 0,3 Volt Unterschied, aber das eine Mal verlierst du 10 Prozent, das andere Mal verlierst du 20 Prozent. Und, äh, ja, das ist halt, das geht dann halt sofort auch nochmal auf die, auf die Energiedichte runter und dann hast du plötzlich nur noch irgendwie so weniger als die Hälfte der Energiedichte, die du sonst mit, mit Lithium hättest. Ich glaube, so ein Drittel oder so. Ähm, einfach, weil die Gewichtsverhältnisse völlig andere sind, äh, und weil die Spannungsverhältnisse völlig andere sind. Also, bei Schwefel, da, da steckt das voll durch. Also, da schlagen dann die Nachteile von Natrium absolut durch. Gar keine Frage. Ähm, aber bei den Materialien, die wir zurzeit benutzen, ist das kein großer Unterschied. Okay. Ja, einfach bloß, weil, weil halt, äh, die restlichen Materialien, mit denen das Lithium reagieren muss, so viel schwerer sind, als das Lithium, und die Spannung relativ hoch ist, ähm, sind die Nachteile von dem Natrium gar nicht so groß. Hm. Und, ja, deswegen kann man jetzt wirklich davon ausgehen, das in den nächsten Jahren, also, wenn, wenn Kattel sagt, die bauen das, dann wird das auch kommen, das wird auch genau die Eigenschaften haben, die so sagen. Ähm, auch wenn, auch wenn immer noch Leute sagen, oh ja, nee, also die Chinesen, und, und die, die geben doch sowieso nur an, und, ah, ob das wirklich klappt, erst mal abwarten, aber der Punkt ist halt, ähm, preußisch-blau, wie gesagt, ist eine alte, also, alte in Anführungszeichen, vor zehn Jahren, über zehn Jahren, äh, wurde das zum ersten Mal gezeigt, 2011, 2014 wurde es dann so, in der Form ungefähr, in der wir es jetzt benutzen würden, äh, zum ersten Mal auch gezeigt, also, dass du halt diese 160 mAh pro Gramm auch erreichst, ähm, als Godenav das gemacht hatte, der hatte da noch, äh, der hatte da in preußisch-blau mit Kalium drin, und dann nur ein Natrium, äh, Atom drin, also, ein bisschen mehr als die Hälfte der Kapazität, das hat ein bisschen höhere, höhere Spannung, also, ähm, ja, jedenfalls, äh, die kam halt so auf etwas mehr als 300, äh, Wattstunden pro Kilogramm, so auf Materialebene, jetzt kommst du ungefähr auf 500, ähm, weil kein Kalium mehr drin ist, und das durch Natrium ersetzt wurde, ähm, äh, ja, das war so 2000, stand 2014, ja, und damals, äh, gab es, äh, von, unter der Obama-Administration in den USA gab es das ARPA-E-Programm, äh, wo halt Geld hingelegt wurde zur Entwicklung von, von Akkus, und die haben dann halt gesagt, ja, Sharp Labs, ihr steckt noch ein bisschen Geld rein, äh, wir stecken euch irgendwie 2,9 Millionen hin, und innerhalb von drei Jahren hatten die einen Akku entwickelt, der war jetzt so in der Größenordnung von, äh, also, die hatten zwei Formen gehabt, die hatten einmal Hochleistungsakku gehabt, den man sehr schnell laden konnte, und sehr schnell entladen konnte, so 10C, also, das heißt, äh, sechs Minuten laden, entladen, ähm, und, äh, der hatte 100 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte, und, äh, dann hatten sie noch eine gehabt, die langsamer ist, aber höhere Energiedichte hatten, die kamen dann auf 130, und das ist dann so die Größenordnung von Nickel-Metallhydrid-Akkus, die man auch so kaufen konnte, also, ähm, man kann sagen, seit 2015 ist Natrium-Ionen-Akkutechnik, äh, definitiv, äh, die zweitbeste Wahl nach Lithium gewesen, also besser als, äh, so Lithium-Metallhydrid, was man so kannte, ja, oder zumindest auf dem gleichen Niveau wie, wie Nickel-Metallhydrid, bloß das Nickel-Metallhydrid halt, ja, sehr viel Nickel braucht, weil niedrige Spannung, und, äh, die Reaktion ist halt immer so, äh, jedes Nickel-Atom, äh, bringt ein Elektron, ne, und je höher die Spannung ist, äh, desto weniger Nickel brauchst du für die gleiche Menge Energie, und wenn du halt, äh, nur 1,2 Volt hast, wenn bei dem einen 1,2 Volt hast, und bei dem anderen 3,6 Volt hast, ähm, dann heißt das, dass du bei dem 1,2 Volt-Ding, äh, dreimal so viel Nickel brauchst, und entsprechend ist das immer teurer, ähm, und das Metallhydrid, äh, was du da benutzt, äh, tatsächlich entsteht da einfach nur Wasserstoff, und der Wasserstoff muss irgendwo gespeichert werden, und das speichert man dem Metallhydrid, ähm, besteht aus seltenen Erden, und Nickel, also so Lantan, Nickel-Lantan, Nickel-Lantanhydrid, oder irgend so ein Scheiß? Also, äh, jedenfalls seltene Erden, Nickel, also teures Zeug halt. Ähm, ja, wobei ja nicht alle seltenen Erden teuer sind, aber, äh, okay, also hab ich jetzt noch nichts von gehört, aber, äh, kann sein, ja. Ja, also, äh, in der Anode von, von so einem Nickel-Metallhydrid ist auf jeden Fall noch mal so seltene Erden drin, ähm, aber ist auf jeden Fall ein teurer Spaß, alleine schon wegen dem Nickel. Ja. Ähm, und, äh, ja, das, äh, gut, man hat das ja in den Plug-Hörn-Hybriden, nee, in den Hybriden hier von dem Prius hat man das ja benutzt, Nickel-Metallhydrid, ähm, und, äh, ja, es gab da so die Diskussion, da setzt man es jetzt durch Lithium, ähm, damals noch nicht, weil man einfach gesagt hat, naja, so viel bringt's jetzt nicht und das ist eine gesicherte Produktion, die Technik kennen wir und dann, dann braucht man nichts ändern und dann hat man es einfach erst mal dabei belassen. Ist ja auch keine große, ist ja auch kein großer Akku gewesen. Ähm, und war auch alles nur auf dem Stand so 2010, als das echt noch ein teurer Spaß war mit dem Lithium. Ja. Äh, entsprechend hat man es sein lassen und, äh, später erst gemacht. Ähm, ja, äh, ja, aber wie gesagt, so, so seit 2014 rum, äh, ist irgendwie klar, okay, es gibt, äh, anständige Natrium-Ionen-Akkus, die man jetzt nicht nur im Labor gebaut hat, nicht nur in so winzigen Labortestzellen, sondern schon ein Stückchen größer, so ein paar Wattstunden auf jeden Fall, also um die 20 Wattstunden, äh, pro, pro Akkuzelle, also nicht nur winzig, ähm, die man, die man hatte, die man vorzeigen konnte, die auch, äh, paar hundert oder ein paar tausend Ladezyklen überstanden, je nachdem, was man hatte, ähm, und, äh, wie man sie geladen hat, wie man sie behandelt hat, also, äh, diese Schichtoxid, also alle Schichtoxide, auch, äh, NMC, ähm, haben es am liebsten, wenn man sie nicht voll lädt. Also nicht so auf hundert Prozent, sondern eher so auf achtzig oder neunzig, ähm, weil, äh, wenn du, wenn du zu viel Lithium oder Natrium da rausziehst, ähm, da kommt es dann langsam zu Veränderungen in der Kristallstruktur, da verschieben sich dann wieder diese Schichten gegeneinander, und das ist dann wieder schlecht für die Struktur. Ähm, das kann man machen, also wenn man es braucht, ist das jetzt, es ist jetzt nicht tragisch, wenn man das mal macht, ähm, aber es ist halt, äh, es ist verkürzt halt die Lade, äh, die, die Lebensdauer. Also, wenn man es schön bei achtzig Prozent lässt, dann hält so ein Akku deutlich länger, als wenn man dauernd auf hundert Prozent auflädt. Gut, war ja lange Zeit bei anderen Akkus so, aber, ja, hatten wir ja auch irgendwie, äh, ja, Nickel-Cadmium war so ein Ding. Genau. Also ein Nickel-Cadmium, äh, ich hab tatsächlich Nickel-Cadmium-Akkus bei mir. Sogar ziemlich neu. Äh, ich hab mir bei Amazon einen Haarschneider besorgt, weil ich hab eine, äh, sparsame ökonomische Frisur. Und, äh, der, äh, es stand drauf Lithium-Ionen-Akku. Also ich bin unschuldig. Aber ich hätte mir mal die Amazon-Rezensionen durchlesen sollen. Da stand nämlich drin, dass dann, dass da tatsächlich ein Nickel-Cadmium-Ding drin ist. Ähm, aber deswegen hab ich jetzt tatsächlich nur ein paar Nickel-Cadmium-Akkus, die dann auch den Memory-Effekt wieder haben. super. Okay. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du so einen Akku, aber das wird mir nicht passieren, wenn du so einen Akku immer wieder bis zu dem gleichen Stand runterlädst, ähm, was da passiert ist, ja, äh, der Cadmium-Teil davon ist ja die Anode. Und, äh, beim, das ist mich nicht falsch sagen, äh, beim Laden willst du dort, äh, Wasserstoff speichern, wirklich entsteht dort Cadmium-Hydroxid beim Laden und beim Entladen entsteht dann wieder Cadmium. So, äh, wenn du jetzt immer wieder zum gleichen Niveau lädst, äh, baust du halt das Cadmium ab, das Cadmium-Metall. Mhm. Ähm, und wenn du es dann entlädst, entsteht wieder das Cadmium. Mhm. Äh, als, als Metall. Ähm, und das entsteht in Form von kleinen Nadeln, also relativ kleinen Dingern. Ähm, wenn du es immer wieder gleich machst, hast du das Problem, also die, die verjüngen sich dann nach vorne hin. Wenn es immer wieder aus dem gleichen Niveau kommt, dann hast du praktisch so Stümpfe. Du hast dann hinten so einen Stumpf aus Cadmium und vorne eine Nadel, die eine hohe Oberfläche hat. Und das Problem an der Sache ist, äh, diese Nadel, diese dünne Nadel hat eine große Oberfläche, das heißt, du hast dann eine hohe, äh, hohe Leistungsfähigkeit von dem Akku, aber nur für dieses eine Stück. Mhm. Und irgendwann ist das, ist dieses Stück dann einfach aufgebraucht und du kommst an diesen Stumpf an. Und dieser Stumpf, der macht natürlich einen großen Teil von dem, von dem Cadmium-Metall, von der Masse aus und damit auch von der Ladung des Akkus, ähm, hat aber eine kleine Oberfläche. Und das heißt, du kannst diesen Akku dann nur sehr langsam entladen. Mhm. Äh, hat er nicht mehr die Leistungsfähigkeit, die, und wenn du dann viel Leistung abrufen willst, dann bricht einfach die Spannung gnadenlos ein. Ähm, dann hast du ein Problem. Der Akku sieht so aus, als wäre er leer. Äh, ist er aber noch nicht. Also, wenn man ihn dann langsam entbläht, kann man ihn wieder aufladen und dann hast du wieder schöne dünne Nadeln mit schöner großer Oberfläche und dann hast du wieder die volle Kapazität vom Akku. Wollte ich gerade fragen, kann man das denn nicht in den Memory-Effekt damit dann umgehen, dass man irgendwie so einen Memory-Effekt-Wegmach-Gerät baut? Genau. Gibt's das? Ja, das, das, das ist, ja, das kannst du mit, mit entsprechend, entweder hast du, hast du das im Battery-Management-System drin oder du sagst einfach, ich entlade das Ding halt über den Widerstand ganz langsam oder so und lad's dann halt wieder auf. Und manche Ladegeräte könnten, konnten das auch von alleine. Ja, okay. Also, das gab's. Okay, spannend. wollen wir dann gleich auch noch. Das ist halt auch so Zeugs, wo Natrium mal eine tolle Sache wäre. Wollen wir, wenn wir gerade schon hier bei dem Thema Memory-Effekt sind, auch die anderen. Moment, ein Ding noch. Ja, okay. Ein Ding noch, wenn ich jetzt gerade noch drauf kam. Es gibt auch noch andere Stoffe, die du als Kathode benutzen kannst. Eins davon ist Vanadiumphosphat. Ah, ja. Das ist super leistungsfähig. Also, das ist ein sogenannter Natrium-Super-Ionen-Kontakt, äh, Leiter. Nasikon, äh, Nasikon, äh, ja. Das Na steht natürlich für Natrium, auf Englisch Sodium. Entsprechend steht das für Sodium-Super-Ionic-Kontakte, obwohl es Nasikon heißt. Äh, frage mich nicht. Äh, du darfst dreimal raten, wer das entdeckt hat. Also, äh, also, die Struktur zumindest. Ähm, äh, John Goodenough, äh, hat, äh, ist halt, wie gesagt, der hatte gerade die, diese Magnete da, äh, die Magnetspeicher sich angeschaut. Und dann hieß es, ey, du, äh, wir müssen jetzt mal dieses Labor zumachen. Äh, äh, wir brauchen hier, also, du solltest mal raus in die Wirtschaft, du solltest mal was Nützliches tun sozusagen. Und dann hat er gesagt, naja, was ist denn gerade, was ist denn gerade nützlich? Und, äh, hat sich halt so Akkus angeguckt und hat halt diese Natrium, äh, Akkus angeguckt und, äh, geguckt, mal gucken, ob es noch ein paar andere Stoffe gibt, die besser, äh, Natrium-Ionen leiten können. Und, äh, da hat er halt die gefunden. Äh, zumindest diese Struktur. Mhm. Und, äh, ja, du hast halt eine Kathode, wo du, wo du Vanadium drin hast, äh, mit dem, dass die Natrium-Ionen dann auch ordentlich reagieren können. Ähm, das Problem ist einfach, äh, die Energiedichte ist nicht ganz so hoch. Du kommst nur so auf 400, auf ungefähr 400 Wattstunden pro Kilogramm anstatt von 500 Wattstunden pro Kilogramm mit Preußisch-Blau oder was du an Schichtoxiden hast. Also ein bisschen schlechter. Ähm, das Vanadium ist auch teuer, ist auch ein bisschen giftig. Zumindest ein paar Vanadium-Verbindungen sind ein bisschen giftig. Ähm, ist halt so ein Problem, aber, ähm, ja, damit kriegst du halt richtig hohe, richtig hohe, äh, Ströme und Leistungen und, äh, in Frankreich, äh, hat man, oh, das Franz, das ging irgendwie über das französische Energieministerium, vor allem nicht. Ähm, die haben halt auch schon irgendwie so um 2012 rum oder so, haben die einen Akku vorgestellt mit, äh, Natrium-Vanadium-Phosphat und Kohlenstoff, der dann, äh, sehr hohe Leistung hatte, ähm, also so CNC abgeben konnte, halt so, hm, sechs Minuten Ladezeit, so fünf, sechs Minuten, ähm, halt, was so einer der großen Vorteile von, äh, Nickel-Cadmium ist. Die können zwar nicht, es dauert zwar lange, die Dinger zu laden, aber können halt richtig viel Power abgeben. Ja. Und das kannst du halt damit auch. Und die hatten halt trotzdem eine Energiedichte von so 90 Wattstunden pro Kilogramm und Nickel-Cadmium kommt bloß so auf 70, also, das hätte man damit auch schon ersetzen können. Und die hatten so 2000 Ladezyklen ausgehalten, ähm, ja, mp, gehört jetzt einer Firma, also, gab da einen Spin-Off, äh, nennt sich Tiamat, die Firma. Und die gibt's noch, die haben jetzt vor kurzem irgendwie so fünf Millionen gekriegt, um mal solche Akkuzellen herzustellen. Die sind jetzt auch ein bisschen besser geworden, haben so 120 Wattstunden pro Kilogramm oder 160, oder 140, oder was in der Größenordnung. Okay, das ist ja jetzt schon, ähm, okay. Okay, also, aber, ja, wie viele bauen die davon, in was für einer Größenordnung? Das ist jetzt auch schon, nicht allzu viel. Okay, also es sind dann schon auch Spezialanwendungen. Ja, ähm, man kann das auch größer machen, aber, äh, du kommst halt, ähm, so im globalen Maßstab kannst du nicht wahnsinnig große Sprünge machen, weil, äh, Vanadium-Produktion ist einfach begrenzt. Okay, ja, gut, klar, ja. Da gibt's ja doch die Seegurken, die man ernten könnte, aber das würde ich gar nicht so laut sagen. Ja. Hat der mal eine Episode über Vanadium gemacht, ähm, genau. Ja. Ja, ähm, das waren die Natrium-Superkontakte-Akkus, ne? Ja, also, das, so heißt die Struktur einfach, äh, weil halt da die, die Ionen relativ schnell rein und wieder rauskommen, dadurch sind die halt auch sehr hochleistungsfähig. Ähm, okay. Ja, und also, es gab halt schon in der Reihe von Firmen, die halt sowas entwickelt haben und auch alle mit guter Lebensdauer, mhm, also, alles nicht so überraschend, auch nicht völlig neu alles. Ja. Gut, alles in den 2010er-Jahren entstanden, aber, äh, trotzdem, also, das war halt so die Zeit, ja, die, die Technik ist jetzt auch einfach da. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, ah, es ist experimentell, die sogenannten Natrium-Ionen-Akkus und so weiter. Also, danke, dann sind wir ja soweit, äh, denke ich, mit den, äh, wichtigsten Akkutypen durch. Nach viereinhalb Stunden. Und, äh, fand das sehr, sehr interessant. Minus bisschen Verschnitt oder so. Ja, bisschen Verschnitt, ja, ja, genau. Ähm, nee, äh, fand das ja sehr, sehr gut, äh, waren viele Sachen dabei, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte, aber deswegen war es ja sehr gut auch, dass du da warst. Und wahrscheinlich, also, ich denke mir jetzt so, wenn du die Lithium-Episoden angehört hast, hast du dir die Haare gerauft, weil das ja jetzt doch, ähm, äh, da jetzt nochmal auch viele Sachen hinter drin ist. Nicht schlimmer als bei allen anderen, keine Sorgen. Sehr gut. Ähm. Also, äh, es, es steckt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter, so weit in das Thema reinzukommen. Also, äh, das, ähm, also, ich hatte, äh, das erste Mal, dass ich so Natrium-Ionen-Akkus als so halbwegs, äh, als Konzept, das mehr als nur irgendwo vielleicht im Labor oder so möglich ist, gesehen hatte, war 2017. Ähm, da hatte ich auch einen Artikel dann geschrieben, als ich einfach mal, weil ich einfach mal so gesucht hatte, äh, ich hatte so einen Überblicksartikel geschrieben damals über Lithium-Ionen-Akkus, ähm, weil es mich immer wahnsinnig aufgeregt hatte, so diese Meldungen zu lesen, ah, ja, neuer Super-Akku, neuer Wunder-Akku, bla bla. Und wollte mal wissen, ja, was steckt da eigentlich dahinter, ähm, bei diesen Lithium-Ionen-Akkus? Und hab dann so geguckt, ja, okay, äh, Lithium-Schwefel kann man machen, man kann irgendwie, äh, das Graphit durch Silizium ersetzen, man kann, äh, nur mit Lithium-Metall-Anode machen, also einfach bloß so Anode ein bisschen einsparen, und halt so Gram. Ähm, ähm, hab da, hab da zurück dann einen Artikel geschrieben, einfach bloß, um zu sagen, ja, hier, und, äh, das steckt hinter diesen Artikeln, äh, die ständig die, die neue Super-Batterie versprechen, ganz so weit ist man da gar nicht, und ganz so gut kann das auch gar nicht mehr werden, und bla bla, ähm, was, ja, das war schon mal ganz gut, und dann hab ich mir gesagt, ja, schreib ich mal noch einen zweiten Artikel, und gucke mal, ähm, was man eigentlich noch machen könnte, wenn man kein Lithium hat. Das war so 2017, äh, im April, glaub ich. Also so die, die Größenordnung damals, hatte ich mir das mal so angeguckt, äh, und im Nachhinein muss ich sagen, na ja, ich hab da so ein, zwei Dinge übersehen, ähm, wie das halt so ist, ähm, im nächsten Jahr hatten wir irgendwie so ausbaldowert, dass ich eine, äh, halt so diese Akku-FHQ machen sollte, ähm, wo einfach gesagt wurde, hier, liebe, liebe Golem-Leser, stell doch mal Fragen, ähm, und da hatte ich dann so ein bisschen Zeug gemacht, halt unter anderem den Memory-Effekt, also die Tatsache, dass ich den Memory-Effekt jetzt mal eben so erklären konnte, kam halt daher, äh, 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 deswegen hatte ich das noch im Gedächtnis, und, äh, ja, wie behandelt man Akkus und so ein Kram, ähm, äh, wie viel davon korrekt ist und wie viel nicht kann ich, ich will es nicht beschwören, also, ähm, sicherlich einige Fehler drin, äh, alles, was ich jetzt so rückblickend nochmal durchgelesen hatte, äh, irgendwo ein paar Dinge sind immer drin, in, in allen Artikeln, wo ich mir denke, mh, da weiß ich jetzt schon deutlich mehr, ähm, wie das halt so ist, ähm, wirklich, also so 2018 habe ich dann aber auch gemerkt, okay, ich habe hier echte, echte Lücken und, äh, hab dann, hab dann halt, äh, angefangen, tiefer reinzugehen und 2019, wie man dann ja auch merkt, an dem, an der Tatsache, dass ich dann Ende 2019, äh, auf dem CCC, äh, den Vortrag gehalten habe, war ich dann schon deutlich weiter, ähm, und mir war dann auch schon klar, äh, dass Natrium-Ionen-Akkus definitiv funktionieren, ähm, ich hatte dann nun endlich so die, die Ergebnisse so, was man mit Preußisch-Blau gemacht hatte, so, äh, Sharp Labs, so, was die gemacht hatten 2014 und so weiter, wohlgemerkt, 2017 habe ich das erste Mal, äh, mich damit auseinandergesetzt und ich habe so die Wichtigsten nicht gesehen oder nicht sehen wollen oder wie auch immer, äh, also wie das halt manchmal so ist, manchmal, äh, guckt man sich sowas an und denkt sich, naja, ob das jetzt relevant ist, ob das wirklich so ist und wenn man nicht so den Hintergrund hat, den wissenschaftlichen Hintergrund, ähm, dann, dann weiß man nicht so richtig, kann ich dem jetzt vertrauen, bringe ich das jetzt mal rein, dann ist man da doch etwas vorsichtiger, ähm, und 2019 war ich mir dann, habe ich dann so viel gesehen, dass ich mir da zumindest sicher war, okay, das funktioniert definitiv, ähm, es gibt auch eine Anode, die funktioniert, äh, weil, äh, fun fact, äh, wenn man sich, äh, die wissenschaftlichen Paper durchliest, so die neueste Wissenschaft, ähm, dann liest man praktisch nie das, was gerade Stand der Wissenschaft ist und garantiert auch wirklich gut funktioniert. Also manchmal schon, aber nur sehr selten. Ähm, was man meistens sieht, sind so irgendwelche, äh, merkwürdigen, wacky, Hype-Dinger, die, äh, ja, alle Leute machen was mit Graphen, mal gucken, ob man nicht auch einen Akku mit Graphen machen kann und so einen Scheiß. Graphen ist das Blockchain, in dem Bereich so ungefähr, ja. Ja, nicht mehr. Also es war alles schon schlimmer. Es ist nicht mehr, also, der Hype ist ein bisschen abgeklungen, aber als ich da reingeguckt hatte, war das alles so irgendwie so, Graphen und irgendeine Hybridkonstruktion aus Multi-Walleden, Carbon-Nanotubes und Graphen obendrauf und irgendein Feiß. Also, es war wirklich, also irgendwie so, und dann hat es natürlich noch nicht mal ordentlich funktioniert und so ein Kram, ne, also, ähm, es war sehr schwer, da irgendwie durchzusteigen. Das hat echt lange gebraucht. Ähm, und so 2019, ja, okay, äh, hatte ich dann so, äh, die Biomasse, Kohlenstoff, also du kannst, wenn du eine Biomasse nimmst und die einfach verkohlst, dann hast du harten Kohlenstoff. Ja. Mit ein bisschen merkwürdigen Eigenschaften, ähm, aber geht, hat halt den Vorteil, es ist billig. Ähm, wenn du Kohlenstoff nimmst, der aus, äh, Zucker ist oder aus, also, Zucker ist jetzt keine Biomasse, in dem Sinne, sondern kristallierender Zucker halt, ähm, also Glucose, ähm, oder, äh, aus irgendwie Petroleum, Coke, also aus Koks oder sowas, ähm, dann ist das besser meistens, äh, besser als Biomasse, weil Biomasse ist dann, hat dann zu viele Poren innen drin und das, äh, ist dann wieder schlecht, also dann bildet sich dann wieder zu große, zu große Oberfläche an Schicht aus, dann hängt wieder das Natrium irgendwie da drin und kommt nicht mehr raus und so ein Spaß. Also, ist nicht ganz so, ist nicht ganz so toll, aber ich hatte so gesehen, ja, okay, es scheint zu funktionieren und es gibt ein paar Leute, die, die schon ordentliche Ergebnisse gehabt haben mit Natrium und war mir dann halt sicher, okay, gut, das, das wird, das wird funktionieren, ähm, ob es jetzt für Autos da ist, aber vielleicht für stationären, also, ich habe damals natürlich schon ausgerechnet gehabt, naja, so 130 Wattstunden, was in der Größenordnung pro Kilogramm, naja, das ist so 80%, 60, 70, 80% von dem, was die normalen Akkus, also LFP war ja damals nicht die Rede davon, ähm, und dann war mal so bei, habe ich mir gedacht, naja, so 80, 60, 70% vielleicht von der Reichweite könnte man hinkriegen, ist ja gar nicht mal so mies, die besseren Akkus, die dann halt, äh, wirklich, äh, relativ geringen Strukturanteil haben, die gab es damals noch nicht, oder die wurden irgendwie zwei Monate später angekündigt, also wusste ich nicht davon, ähm, äh, von daher war ich damals noch nicht ganz so, noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich was mit, mit, äh, mit Autos, äh, funktioniert, und ich hatte damals mehr so die Vorstellung, naja, man baut die Dinger irgendwann sicherlich mal für stationäre, Speicher, und vielleicht, äh, kommt dann jemand drauf, und nimmt die gleichen Akkus, und baut die einfach ein Auto rein, und sagt, ja, mein Gott, es hat halt nur zwei Drittel der Reichweite, oder der, die halbe Reichweite ist trotzdem gut genug, das war so die Vorstellung, die ich hatte, ähm, und das entwickelte sich dann halt, nachdem ich dann gesehen hatte, okay, mit Lithium-Eisenphosphat kann man eigentlich ganz ordentlich Autos bauen, und die Struktur-Akupacks, die sind relativ effizient geworden, mm-hmm, ähm, und, äh, konnte man dann halt ausrechnen, ja, eigentlich kommt man, kriegt man eine sehr ordentliche Reichweite hin, wie, wie halt so Tesla 3 Standardmodell, mm-hmm, warum nicht, also offensichtlich reicht Natrium-Ionen-Akku auch für ordentliche Autos aus, ja, ja, seitdem, äh, bin ich da eigentlich von überzeugt, das Dumme ist halt nur, äh, die Zahlen sind ziemlich eindeutig, also, überhaupt keine Frage, aber, äh, irgendwie, ähm, gerade in der Industrie, argumentiert man da nicht mit Zahlen, also, das ist so, die Leute sagen, das ist Natrium, Natrium ist schlechter, es ist nur für, für stationäre Speicher übrig, das ist ja merkwürdig, die, die nennen keine Zahlen, also, die ganze Argumentation läuft nur mit, mit, ja, ist schlechter, also, ist es nicht für Autos, das ist, das ist, das läuft alles über Hörensagen und, ja, 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 das läuft so alles über Hörensagen und Cut, und so Schubladen halt, äh, das ist nur dafür, sehr, sehr merkwürdig. Ja, gut, wir werden sehen, was in der Zukunft rauskommt, äh, und wie es, wie es weitergeht, und ob wir da nochmal die Kurve kratzen oder was, aber wenn jetzt, auch die großen Hersteller von so Batterietechnologie da draufsetzen, dann wird das ja schon auch Hand und Fuß haben und dann wird das früher oder später kommen, ja. Ja, äh, und, man darf nicht vergessen, äh, es ist jetzt nicht nur so, dass das eine Konkurrenz wäre, weil die Kosten niedriger sind, sondern einfach, der Bedarf ist da, die Leute werden schreien und sagen, wir haben hier, äh, eine Akkufabrik, die steht da und hat kein, hat weder Anoden noch, hat vielleicht ein Anodenmaterial, aber kein Kathodenmaterial, was sollen wir machen, wir haben kein Lithium, das Ding steht da, ne, also du, du kannst das natürlich auch mit etwas anderem beschichten, okay, gut, du kannst mit Natrium irgendwie anders optimieren, äh, das wird dann nochmal besser, aber, wenn du eh eine Fabrik da hast, die da steht und nichts zu tun hast, ja, wirst du doch irgendwie versuchen, ein anderes Kathodenmaterial daran zu schaffen, wenn der Rest des auf, der, der Rest vom Akku ansonsten gleich aufgebaut ist, also, die Leute werden einfach sagen, ja, okay, ist jetzt nicht so super ausgelastet, äh, also die, die Auslastung ist nicht die gleiche von der Fabrik, weil es ist einfach nicht dafür gedacht gewesen, ne, aber ist halt eine Möglichkeit, überhaupt was damit zu machen, noch besser, als wenn das Ding rumsteht und, äh, die, die Elektroautohersteller, na, die werden noch viel mehr schreien, die werden sagen, ey, unsere Anlagen stehen still, die, die Kunden steigen uns aufs Dach, wir wollen, wir wollen die Elektroautos verkaufen, ähm, unsere, unsere Fabriken stehen still, die Leute sind in Kurzarbeit, weil wir nichts zu, weil wir keine Arbeit anzubieten haben, wir brauchen Akkus, na, was werden die machen, die werden dann, äh, irgendwann sagen, na, in der Not frisst der Teufel fliegen und wir nehmen dann doch mal irgendwie, äh, Natrium-Ionen-Akkus. Wobei es ja nicht mal Fliegen sind, sondern das ist ja eine gute Technologie, so ist es ja nicht mal, aber, also, es geht nicht anders, da gebe ich dir voll und ganz recht, ich meine, was war es für 30-Fachung oder für 60-Fachung in der Nachfrage in den nächsten Jahren, war irgendwie was mal so, na, ganz so schlimm ist es nicht, aber, also, ich hatte schon mal sehr, 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 sehr drastische Sachen, gehört, ja, und das, ja gut, lass es für 10-Fachung sein, das reicht ja auch schon. Aber in den nächsten 10-Fachung, aber in den nächsten 10-15 Jahren, dann vor 10-Fachung gar kein Problem, klar, also, wir sind so bei 700 Gigawattstunden gewesen, glaube ich, und, äh, letztes Jahr, und wir brauchen eigentlich Terawattstunden, also 7 Terawattstunden reicht gar nicht, also, ja, so 14 bis 20 oder so. Und da hängt halt natürlich dann nicht nur Elektromobilität dran, sondern auch zu einem gewissen Grad halt die gesamte, der gesamte Umbau des Energienetzes, ne, hin zur erneuerbaren, natürlich, stationäre Speicher sowieso, also, ich, ich finde das halt sehr merkwürdig, wenn die Leute jetzt unbedingt von Lithium-Ionen-Akkus als stationären Speicher, äh, auch so, so langfristige Pläne damit machen, ähm, weil, ja, okay, das, das macht schon viel mehr Sinn, das Ganze mit Natrium zu machen, als das, äh, teure und wertvolle Lithium da zu verbraten. Ja, zumindest ist da auch. Wobei man auch sagen muss, ähm, die Erfahrung, der Erfahrungsvorsprung mit Lithium, den darf man nicht unterschätzen, gerade wenn du sowas langfristiges aufbaust, wie einen stationären Speicher, ähm, da bist du natürlich noch mal ein Stückchen konservativer. Ja, gut, das kann sogar, ja, ohne dass man irgendwem, ohne dass man da jetzt irgendwem Vorwürfe macht, da ist man dann auch etwas konservativer, das ist auch völlig okay, ähm, da wird man noch eine Weile länger da draufsetzen und dann lieber noch ein, zwei Jahre abwarten, bis man da auch, äh, hinreichend Daten da hat. Ja, ja, okay, und dann, äh, ja, okay, verstehe ich, das macht sogar Sinn. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das wirklich da einfach noch die konservative, ähm, Überlegung wirklich bei den, bei den stationären Anwendungen mit reinkommt, ja. Ja, also, ein bisschen Konservativität darf man schon haben. Äh, ich, ich bin, ich bin ja auch gerade, ich habe tatsächlich bei diesem, bei diesem Akkuthema habe ich mitgekriegt, dass ich in manchen Dingen echt konservativ bin. Okay. Äh, weil ich halt auch wirklich so da, naja, ich meine, ich, ich argumentiere ja wirklich bloß mit Technik, die es schon lange gibt. Ich, ich argumentiere hier nicht mit, oh ja, das ist der neueste heiße Scheiß und das, äh, wird alles super, sondern, ähm, äh, die Tatsache, dass ich jetzt sage, okay, man kann auch Elektromobilität mit Natrium-Ionen-Akkus machen, äh, basiert ja komplett auf Akkus, die es schon gibt. Also, die jetzt auch schon im, im Maßstab von, also wie gesagt, so palettenweise schon hergestellt wurden, mit industriellem Equipment. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine Spekulation von irgendeiner mini winzigen Zelle im, im Labor oder so, sondern, äh, so theoretisch machbar wäre folgendes, ähm, sondern halt wirklich ganz praktisch, okay, äh, das kann man damit herstellen, ja, genau, ich war dabei zu sagen, dass die, äh, dass man, wenn man ein Elektroauto hat, dass die Garantieleistungen dann natürlich nicht ganz so lang sind. Ähm, man muss das nicht auf 20 Jahre Garantie, äh, die Garantie geben, sondern, naja, es reichen auch mal fünf Jahre aus, und, ähm, es gibt auch immer mehr Autohersteller, gerade Kattel und, äh, Nio, also Nio wird von Kattel auch beliefert, und, äh, BYD und ein paar anderen, ähm, die Austauschpacks bauen, äh, die Autos mit Austauschbauern Akkupacks, äh, bauen, äh, und, äh, ja, wenn da der Akku in die Knie geht, dann kann man den halt auch ganz schnell austauschen. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe Anwendungen, die man, die nicht ganz so kritisch sind, wo man das auf jeden Fall raus, äh, wo man das, äh, als erstes benutzen kann, Erfahrungen sammeln kann, und, ähm, ja, sicherlich wird es eine ganze Menge an Autohersteller Bauern einfach geben, die sagen können, okay, erstens haben wir sowieso keine andere Wahl, zweitens ist es sehr viel billiger, ähm, und, äh, dann machen wir das einfach und, äh, hoffen einfach, dass die Testregimes, äh, die durchgeführt werden, die ja auch durchaus anspruchsvoll sind, ähm, äh, dass das ausreicht, und es gibt eigentlich wenig Gründe, das zu bezweifeln, aber, wie gesagt, es kann manchmal so komische Effekte geben, irgendwie, halt, äh, wie man das beim Nissan Leaf entdeckt hat, ne, irgendwie über lange Zeit, äh, zu warmen und so ein Scheiß. Ja, gut, aber das sind ja Kinderkrankheiten, die werden mit der Zeit ja rausgehen. Also das wird ja mit der Zeit, wird das alles gelöst und vor allen Dingen, ich meine, ähm, dafür haben wir ja dann auch einen, einen Verbraucherschutz, sag ich mal, dann muss das halt getauscht werden und ich sag mal so, schau dir die Dieselautos an, schau dir die Benzinautos an, dann hast du das ja auch, ja, also da, da werden ja auch bis heute immer noch Sachen zurückgerufen, also von daher, das gehört halt einfach auch dazu. Ja, das Problem bei Elektroautos ist nur, ähm, die Tendenz geht dazu, dass man den Akku einfach als Bauteil der Karosserie betrachtet und nicht so sehr als austauschbares, äh, Bauteil. Ähm, ja, Ja, also da, da gibt's dann schon nochmal andere Probleme, aber wie gesagt, es gibt teilweise Autos, die halt wirklich für Akkutausch gebaut sind, äh, so an Tauschstationen und so, äh, dafür auf jeden Fall und ein paar Hersteller werden dann einfach sagen, hey, scheiß drauf, wir nehmen das jetzt und was anderes haben wir eh nicht und, äh, was Billigeres gibt's auch nicht und wir geben so und so viel Garantie und wenn man, wenn man ganz, ganz großes Pech haben, dann haben wir jetzt halt ein Garantieproblem und ansonsten, naja, also, äh, wie gesagt, die Testregimes sind eigentlich so gut, dass man den größten Teil wirklich ausschließen kann und die Technik ist jetzt schon alt genug, dass man dann auch, äh, Langzeittests von einzelnen Testzellen hat, ähm, dass man jetzt nicht so, man, man steht nicht völlig ahnungslos da und weiß nicht, was los ist, ähm, man hat halt auch schon viel Testerfahrung mit Lithium-Ionen-Akkus und wo man da überall aufpassen muss und die Technik ist nicht so viel anders, dass man jetzt, äh, da wirklich ernsthaft große Befürchtungen haben muss. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, wir wollen hier einen großen Netzspeicher für 10 Gigawattstunden, 3 Gigawattstunden, was auch immer bauen und der muss dann 20 Jahre halten, dass man da lieber doch noch mal ein, zwei Jahre abwartet. Ich kann das nachvollziehen. Wobei, Australien, Neuseeland, die bauen die ja gerade oder haben es zumindest vor, um dann auch nach dem Land zu gehen, ne? Ja, aber das ist halt, das ist halt auch mit abgestandener Technik, ne? Äh, das ist halt mit gut abgestandener Technik, das ist dann halt. Also die wollen ja die Natrium-Ionen-Technologie einsetzen dort, haben sie gesagt. Ähm, ah, das war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist. Es gab da irgendwie, es gab da irgendwo ein Problem. Ah ja, okay, dann hast du wahrscheinlich im Zweifelsfall die Neuheit. Ich weiß nicht, ob es dazu gekommen ist oder ob das, oder ob das irgendwie, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, es gab da irgendwie Diskussionen, die, die hatten mehrere, mehrere Firmen am Wickel, äh, Faradion wollten ja, wollten ja irgendwie einen Käufer finden für die Firma, damit das, damit die mal aus dem Knick kommen, damit, ähm, und die hatten davor eine andere, eine andere indische Firma irgendwie gehabt und das ist nicht zustande gekommen und ich weiß nicht, ob das jetzt mit Australien darüber lief oder ob das getrennt davon ist und dann später noch erfüllt werden kann oder wie auch immer. Ähm, ja, aber die bauen auf jeden Fall stationäre Speicher und da hat sich sicherlich schon mal jemand gefunden. Ähm, wie gesagt, es ist nicht so furchtbar risikoreich, aber ich kann es halt nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich will hier, ich will hier eine riesengroße Anlage bauen, die 20 Jahre halten muss, ich fahrt mal lieber noch ein, zwei Jahre ab. Ja, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, klar. Und, äh, das wird jemand, der sagt, ey, ich will hier, äh, Elektrofahrräder bauen oder, oder so einen Elektroroller, äh, die dann halt im Winter besser funktionieren als alle anderen, ähm, die sowieso nur eine Lebenserwartung von drei Jahren haben oder so, äh, dann, na ja, ist ja so. Ja, ja. Ähm, und Austausch ist ja auch kein Problem. Ähm, dass die dann halt sofort sagen, ja, hey, hier, bitte, ähm, oder halt andere, halt wie gesagt, so, so alles, was austauschbar ist, überhaupt kein Problem. Und, äh, ja, also es ist eine Technik, äh, wo man sagen muss, das wird Leute sehr stark überraschen, wie schnell und wie viel davon dann, äh, ganz plötzlich kommen werden. Ähm, Kattel hat gesagt, 2023, äh, es steht die, steht die, äh, industrielle Infrastruktur. Sie haben aber nicht gesagt, wie viel das ist. Ähm, das kann, äh, durchaus sehr, sehr groß werden, weil, äh, Kattel hat halt gesagt, wir wollen bis 2025, ähm, haben wir eine Lücke. Wir haben bis 2025 eine Lücke von Projekten, die wir noch nicht, äh, noch nicht geplant, die noch nicht im Bau sind, aber wir haben eine ganze Menge Geld im Hintergrund, weil die, die wollten jetzt irgendwie, äh, nochmal, äh, zwölf Milliarden Kredit aufnehmen und mussten sich rechtfertigen vor der Aufsichtsbehörde in China. Okay. Die gesagt hat, Leute, ihr habt schon neun Milliarden ein Geld. Irgendwie so neun Milliarden Dollar umgerechnet, ne? Ihr habt ne ganze Menge Geld und ihr habt das immer noch nicht ausgegeben. Wieso braucht ihr jetzt schon wieder Geld? Ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Und die haben gesagt, äh, wir haben noch ne Lücke, wir brauchen dieses Geld, weil, äh, wir wollen, wir, wir haben ne Lücke von 400, äh, äh, Gigawattstunden Produktionskapazität, die wir noch nicht verplant haben und dafür brauchen wir Geld. Und, äh, sicherlich, wenn die sich gedacht haben, naja, wir, wir, wir müssen erst mal gucken, wie sich die Märkte entwickeln, gerade mit Lithium und so weiter, weil die wussten ja, dass es da ein Problem geben könnte und das kann dann durchaus jetzt darauf hinauslaufen, dass davon so, äh, nicht 20, 30, äh, Gigawattstunden Natrium-Ionen-Akkus sind, was einige Leute schon schockieren würde für 2024, 2025, äh, sondern dass es dann auch mal 100 oder 200 sind. Wäre ja auf jeden Fall gut. Das wären dann schon, mal sehen. Das wäre auf jeden Fall gut und, äh, ich meine, ich weiß nicht, dass Kattel die Wahl hat, weil, äh, es gibt eine ganze Menge andere Leute, die halt auch Lithium haben wollen. Ähm, viel größer sind als früher. du, du hast so ein paar Vorteile, äh, sowieso. Also, ne, du hast keinen Kupfer drin, äh, das Elektrolyt, dadurch, dass die Natrium-Ionen sich besser leiten, brauchst du keine so hohe Salz-Konzentration und das Teure am Elektrolyt ist das Salz da drin. Ähm, das Salz ist sowieso billiger, weil kein, kein, äh, Lithium drin ist, aber die Synthese kostet halt trotzdem was, ne? Ja, klar. Ähm, und, äh, ja, halt so, so, so Dinge halt, ne? Wenn zusätzlich noch ein hoher Lithium-Preis dazu kommt, sind die, sind die Preisunterschiede natürlich noch viel, viel größer. Ähm, und, äh, dadurch, dass die beschränkt, jetzt, dass jetzt einfach eine Grenze irgendwie da ist, die ich da vorher nicht auf dem Schirm hatte, ne? Also, ich hatte nicht so auf dem Schirm gehabt, dass, dass jetzt irgendwie die, die Lithium-Produktion auf Jahre hinweg halt wirklich einen, einen harten Deckel oben hat. Ja, ja gut. Da habe ich das Natrium, die einzige Möglichkeit ist, über diesen Deckel hinaus zu kommen, ist dann halt klar, okay. Also, also 2025, äh, wird Lithium sicherlich noch mehr sein als Natrium, aber, äh, in den Jahren danach, so 26, 27, 28, irgendwann in dem Bereich wird's mehr sein. Also, schon, schon deutlich vor, äh, 2030 wird, äh, wird mehr Natrium als Lithium da sein, weil einfach, äh, weil einfach Lithium nicht skaliert. Da bin ich sehr gespannt, oder ob da nochmal was anderes kommt, aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was da noch anderes kommen kann, muss ich gestehen, ja. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das so eintritt. Aber, äh, ne, wir sind ja hier bei Ressourcen der Firma auch dafür bekannt, mal steile Thesen rauszuhauen, und, äh, ganz oft stimmen die ja. Nicht immer. Von daher passt. Ja, ich, ich, ich empfinde diese These halt nicht mehr so für so, steil seit, seit jetzt. Also, wie gesagt, ich, ich wusste halt nicht, ich wusste halt nicht, wie begrenzt die Lithium-Vorräte sind. Also, die, die Vorräte nicht, aber die, was halt rausgeholt werden kann, die Lithium-Produktion. Und, äh, wie hoch, und wie schnell die Nachfrage jetzt steigt. Weil es ist ja, das ist ja alles nachfragegetrieben. Ähm, und, äh, deswegen hat sich da auch meine Einschätzung sehr schnell geändert. Und, wie gesagt, Natrium ist jetzt so die einzige Technik, die, mit der schon viel Erfahrung besteht. Also, die ersten Natrium-Ionen-Akkus, die so grob funktioniert haben, wurden parallel zu Lithium, äh, entwickelt. Man hat halt bloß 90, so, 1991 hat man halt gesagt, ja, Lithium funktioniert, es ist auch erstmal deutlich besser, und, äh, wir konzentrieren uns jetzt, ist man da drauf. Ja gut, es ist ja wie bei den Elektroautos und bei, bei Benzinern, ja, wo man dann auch gesagt hat, hm, wir nehmen lieber Benziner, weil kannst du tanken, besser aktuell und so, und jetzt, heute geht man wieder zurück zum Eklage. Nö, nö, das war einfach, nee, nee, das war, das war noch viel einfacher. ja, nee, du hast, das war sogar noch viel einfacher. Ich meine, so ein Akku hat 5000 Dollar, die Kilowattstunde kostet. Ja. Kommen wir doch nicht an und sagen mir, ja, hier, äh, übrigens, wir können, wir können vielleicht 8 Dollar einsparen, wenn wir Natrium nehmen, mit dem winzigen Nachteil, dass, äh, auf Grundlage der Technik, die man damals hatte, äh, die Energiedichte vielleicht halb so hoch ist. Von, also, die Herstellung kostet dann nicht mehr 5000, sondern höchstwahrscheinlich 8000, weil du fast doppelt so viele Zellen herstellen musst. Mhm. Also, also um die, um die 5 Dollar einzusparen oder 8 Dollar einzusparen, äh, gibst du dann 3000 Dollar aus pro Kilowattstunde. Also, was soll der Scheiß? Das, das, das hatte keinen Sinn gemacht damals. Ich kann das schon komplett nachvollziehen. Ähm, bloß, 20 Jahre später war dann halt schon komplett absehbar, okay, äh, die Produktionskosten gehen runter, ähm, die Lithiumproduktion kommt nicht hinterher, wenn man irgendwie signifikant Elektroautos bauen will. Ich meine, wir sind jetzt bei 10 Prozent der Weltproduktion an Autos ist elektrisch, ne, und das, das reicht hinten und vorne nicht. Also, wir können es jetzt vielleicht noch verdreifachen, das Lithium bis 2030. Äh, wissen wir doch, wo es hingeht, ne, und, äh, ja, ja, die andere Technik kommt jetzt auch nicht. Also, Lithiumluft ist nicht, das ist eine, das ist eine Batterie-Recyclinganlage sozusagen, also, du nimmst halt, äh, ähm, nicht Lithiumluft, ähm, Zinkluft. Ah, ja. Ähm, du nimmst halt das Zink und, äh, das, das, da entsteht dann beim Entladen Zinkhydroxid, und daraus, äh, das recycelst du dann sozusagen, äh, weiter hinten in der Anlage relativ energieeffizient, aber auch nur relativ, äh, zu Lithiummetall und, äh, zu, zu Zinkmetall und, ähm, baust daraus dann wieder, reagierst dann wieder mit Luft und so weiter, ne, ähm, und mit den Eisenluftakkus hast du halt auch das ganze Problem, ist alles viel zu groß und viel zu wenig Leistung, äh, ist halt auch nicht. Kalium ist noch nicht so weit, äh, äh, Magnesium hat man jetzt mit Ach und Krachs mal geschafft, dass ein Elektrolyt halbwegs funktioniert, ähm, da ist noch viel, viel Arbeit, äh, bis mit Magnesium bei irgendwas läuft, äh, Kalzium hat man jetzt gezeigt, dass man Kathoden damit bauen kann, die immerhin irgendwie funktionieren, äh, mit Aluminium hat man das Problem, dass man Aluminium nicht als Aluminium speichern kann, und sich, also, es gibt, es gibt wirklich riesengroße Probleme, die ein völlig anderes Niveau sind, als was man mit Natrium hat, ähm, wie gesagt, Kalium ist noch am nächsten dran, ist aber auch deutlich hinten dran, und hat halt schwächere Leistung einfach. Ja. Und, äh, ja, was anderes gibt's nicht, also, äh, also, irgendwo kann man dann schon sagen, okay, gut, ähm, zurzeit gibt's halt nichts anderes, und, äh, das ist halt industriell jetzt so nah dran, und die, ist das alles nachgewiesen, die, die industrielle Nachbarkeit ist da, der größte Konzern der Welt, äh, investiert darin, äh, das sollte ein halbwegs deutliches Teilchen sein, dass da, äh, dass da was ist, und dass da auch, äh, sehr schnell sehr viel kommen wird, ähm, und es gibt ja auch noch andere Firmen, also, äh, wie gesagt, die Amat, die sind noch so ganz klein dabei, Faradion ist dabei, ähm, es gibt dann in China noch eine Firma namens Heiner, die, diese ist ja, äh, eine Fabrik mit einer Gigawattstunde, die Fabrik ist für fünf Gigawattstunden pro Jahr ausgelegt, die nehmen jetzt einen Teil in Betrieb, für eine Gigawattstunde pro Jahr, und 30 Gigawattstunden sind, äh, praktisch für die nächste Fabrik geplant, und die dürfte dann so 24, 25, äh, auch stehen, also, äh, ja, es gibt in Europa, gibt es die Firma Altris, äh, das in Schweden, die Preußisch Blau herstellen wollen, halt wie gesagt, so 2000 Tonnen pro Jahr, Demonstrationsanlage in Schweden, die fangen jetzt an mit der, äh, mit dem Bau der Anlage, und die haben letztes Jahr, Ende letztes Jahr, in China eine Niederlassung gegründet, um, äh, dort halt nach Kunden zu suchen, und, äh, sicherlich auch Industrieinvestoren, ja, äh, um das halt herzustellen, weil, äh, ja, Kattel baut sowas auch, und dann wollen sicherlich andere Leute auch, und ich hab auch schon, äh, Berichte gesehen von, von, äh, Firmen, die normalerweise Kattonenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkus bauen in China, äh, die dann sagen, hey, äh, wir sind, wir können jederzeit auch mit Natrium arbeiten, und wir, äh, arbeiten gerne mit euch zusammen, und, äh, entwickeln euch, äh, ein maßgeschneidertes Kattonenmaterial für euch mit Natrium. Ähm, also die sind da alle dabei, und das ist halt auch keine, ist halt auch keine Magie, also es ist halt letztendlich die, die gleichen Vorgänger-, Vorläufer-Materialien, der gleiche Sinter-Prozess, oder nicht Sinter, äh, äh, der ganze, der, der gleiche Brennprozess, um, um die Keramik daraus zu machen. Ähm, das kann alles industrialisiert werden, das geht dann auch sehr, sehr schnell. Wie gesagt, die, so eine Industrieanlage braucht halt zwei, drei Jahre, um gebaut zu werden. Ja. Ja, das ist schon, ja, okay, gut. Dann, ähm, es sind halt, es sind halt so Durchsätze von ein paar hunderttausend Tonnen pro Jahr Herstellung, ist jetzt auch nicht so unendlich viel. es ist halt vor allen Dingen auch einfach, äh, hier mit, mit Natrium ist halt das, was wir vorhin ja angesprochen haben. Und vielleicht machen wir noch mal eine eigene, oder ich mache noch mal eine eigene Natrium-Episode, ich glaube, das macht Sinn. Ähm, dadurch, dass halt einfach der Markt schon groß ist, im Gegensatz zu, also gut, Lithium ist jetzt auch nicht klein, ja, aber Natrium ist halt doch noch mal weitaus größer. Und dann sagst du halt auch, wenn da ein bisschen mehr Verbrauch oder ein bisschen mehr Nachfrage ist für die Akkutechnologie, ja gut, dann ist das halt so, ja. Aber, ähm, und, und da reagiert ja dann auch drauf. Hält nicht mehr auf, Wundungsweder. Ja, ja, so nach dem Motto, na ja, gut, in den Anfangsphasen, und dann kann man den ja auch schneller hoch, äh, hochziehen vielleicht, ja, ist ja ein bisschen die Frage, Anlagen erweitern ist immer einfacher als eine neue Anlage bauen, ja, und, ähm, wenn da viele Anlagen auch schon da sind, ne, also, wenn du historisch, wenn du dir historisch anguckst, wie viel, äh, Natriumhydroxid und sowas produziert wurde, da hast du Schwankungen von ein paar Millionen Tonnen pro Jahr, so hoch runter, ähm, ist zur Zeit relativ stabil, und du hattest halt mal ein paar Millionen Tonnen mehr, mal ein paar Millionen Tonnen weniger, das ist halt so, das, das passiert da halt so, ne, und, äh, wie gesagt, äh, drei Millionen Tonnen, äh, entspricht ungefähr dem Dreifachen von dem, was jetzt weltweit an Lithium hergestellt wird. Ja, verrückt. Das ist einfach verrückt. So, ne, und die, die können das halt mal eben so, dass, das fällt nicht mal auf, wenn das mal fehlt. Okay, gut, die, die Qualitätsanförderungen sind natürlich schon ziemlich hoch, also, ein bisschen muss man da schon gucken, aber, ähm, es ist kein Ressourcenproblem. Ja. Ja. Und, ja, du kannst halt Kathoden mit, mit Eisen herstellen, also Preußisch Blau ist halt, wie gesagt, äh, Eisenhexazianopharat, brauchst Eisen dafür und du brauchst Blausäure dafür, um das herzustellen. Die Blausäure, äh, erzeugst du aus Ammoniak und Methan. Ähm, das Ammoniak kriegst du aus Wasserstoff und Luft, bei Stickstoff aus der Luft und der Wasserstoff, den kriegst du aus dem Methan. Mhm. Ähm, und der Kohlenstoff kommt aus dem Methan. Mhm. Und, äh, also, du hast halt, äh, NH3 und CH4, die du zusammenschmeißt und da kommt dann, da soll dann HCN rauskommen. HCN ist die Blausäure. Ähm, und da stellt man fest, okay, das H haben wir, das N haben wir und wir haben sieben Hs. Äh, also kommt am Ende sieben, also, äh, sechs, äh, Wasserstoffatome, die noch frei sind, draus. Okay, drei davon brauchst du, um das Ammoniak wieder herzustellen aus der Luft. Mhm. Aber drei davon sind frei, weil die kommen noch aus dem, aus dem Methan raus. Also, äh, ja. Und Eisen. Eisen brauchst du auch noch. Und mehr nicht. Also, das ist jetzt nicht so, also, du brauchst halt praktisch wirklich so, äh, Luft, Methan und Eisen. Und, äh, du kriegst, äh, die Hälfte von dem, die Hälfte von dem, äh, Wasserstoff, nee, drei Viertel von dem Wasserstoff, der im Methan ist, auch noch raus. Und zwar als grüner Wasserstoff, weil der Kohlenstoff bleibt ja gebunden in der Kathode. Also, mh, ja. Ist jetzt, ist jetzt ressourcentechnisch, äh, übersichtlich. Ähm, okay, das Elektrolyt ist ein Kohlenwasserstoff, äh, der Separator ist ein Kohlenwasserstoff, die Anode ist ein Kohlenstoff. Das brauchst du halt. Ja. Und du brauchst die Alufolie. Das ist halt das, was du noch brauchst. Ja, das sind so die, ja, und das ist eminent industrialisierbar und deswegen sage ich halt auch, äh, preußisch-blau, auch so von der Struktur her, ist, äh, sicherlich nicht völlig konkurrenzlos, aber es ist so einfach herzustellen, auch mit so niedrigen Temperaturen und so, so einfachen Ausgangsprodukten und mit einer vernünftigen Energiedichte, einer vernünftigen Leistungsdichte, also die Leistung, die es abgeben kann, ist schon ziemlich ordentlich, ähm, dass ich sage, ja, das ist so, das ist so eine Technik, die so gut ist, dass man sagt, ja, wie eine Bleibatterie wird halt sehr viel besser und das kann dann halt auch mal 100 Jahre halten, also im Sinne von, äh, nicht jetzt irgendwie für 100 Jahre, äh, baut niemand was anderes oder so, sondern im Sinne von, äh, wenn du sagst, ich brauche eine billige, einen billigen Akku in Massenherstellung, wirst du wohl halt in den nächsten 100 Jahren sehr oft Preußisch Blau hören, weil, ja, du willst es machen, also mit Lithium würde man es auch machen, aber das Dumme ist, mit Lithium funktioniert Preußisch Blau irgendwie nicht so richtig gut. Hm, interessant. Auch spannend. Ist blöd. Mal schauen, ob da mal rauskommen, warum das der Fall ist, ja, finde ich jetzt auch mal interessant. Ähm, ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube, das, das reagiert einfach zu schnell und kommt nicht richtig durch. Ah, Irgend so was, fahre mich nicht. Ähm, mit Kalium funktioniert es, glaube ich, nicht besser. Ähm, also besser als mit Lithium. Natrium ist noch eine Ecke besser. Ähm, ja, also ich bin mir da sehr sicher, da wird man noch lange was davon hören. Ähm, man kann Polymere herstellen, also Kunststoffe, äh, die als Kathode taugen. Mhm. Ähm, man braucht dann aber eine Natriumfolie irgendwie als Anode, weil da ist kein Natrium dabei in dem Polymer. Ähm, wäre aber sehr gut geeignet für so Natrium-Metall-Akku. Dafür hast du dann natürlich mehr Synthese-Aufwand. Also, das sind dann relativ komplexe Strukturen an Kohlenwasserstoffen mit mehreren Ringen, ein bisschen, und hier noch ein bisschen irgendwie Flur drin, da noch ein bisschen, äh, Sauerstoff rein und da noch ein bisschen Stickstoff rein und so ein Blablabla, ne? Also relativ komplexe Strukturen auch, äh, muss dann auch, also von Bestandteilen her, von der Struktur her, irgendwelche Ringsysteme, die dann, äh, spezielle Symmetrien haben müssen und bla, damit das alles funktioniert. Ähm, ähm, potenziell sicherlich auch in, in größeren Mengen relativ billig herstellbar. Wer weiß, wer weiß, äh, Preußisch-Blau wird immer weniger Aufwand sein. Ne? Ja, gut, wurde ja jetzt eigentlich die Produktion zurückgefahren in den letzten Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, aber, äh, gut, ist ja, ist ja abgehangenes Produkt, gibt's schon lang, also ist sozusagen, äh, die Fertigen davon ja eigentlich fertig geforscht, ja, klar kann man da nochmal irgendwo wahrscheinlich was optimieren, aber. nee, noch nicht. Nee? Noch nicht, also Preußisch-Blau, also das, das Farbpigment, äh, man spricht von Preußisch-Blau analog. Ähm, das Farbpigment ist nochmal ein bisschen eine andere chemische Verbindung, aber die grundlegende Synthese ist halt, die grundlegende Synthese ist halt, äh, sehr einfach. Genau. Relativ, also wirklich ziemlich einfach, man, man muss halt, man muss halt aufpassen, dass man ordentlich einen großen Kristall hat, äh, dass der möglichst wenig Störungen drin hat und so Kram halt, äh, ja, aber das, das ist jetzt kein Hexenwerk, ähm, wenn man das raus hat, wenn man die Reaktionsbedingungen raus hat, welche Stoffe man da drin haben muss, dass man, also dass man zum Beispiel nicht Natriumchlorid als, als, äh, Lösungs, in der Lösung drin hat, sondern Natriumcitrat, ähm, paar Stoffe, die einfach die Reaktion ein bisschen verlangsamen, damit die, die Kristalle, die man kriegt, ein bisschen größer werden, ähm, was automatisch dazu führt, dass sie weniger Störungen drin haben, dadurch hat man höhere Kapazität, höhere, äh, Leistungsfähigkeit, höhere Temperatur, äh, Resistenz und so ein Kram. Ähm, das ist aber alles, das ist jetzt auch bekannt, aber das geht dann auch einfach. Wenn man das einmal kann, dann, dann geht das und das geht halt bei Zimmertemperatur oder bei so lauwarmer Teetemperatur oder sowas ab und brauchst nicht eine Brennkammer oder sonst irgendwas, um da, äh, um da einen ordentlichen Stoff rauszukriegen. Also, das sind halt so, das sind halt so Eigenschaften, wenn man sich die anguckt. Es ist nicht ganz so einfach wie Blei und Bleioxydplatten und, äh, Schwefelsäure herzustellen und daraus einen Akku zu machen, aber es ist schon verdammt einfach. Also, im Vergleich zu allem anderen wird das ziemlich konkurrenzlos sein für so, für so niedrige Kosten. Ja. Ähm, wenn du höhere Energiedichte brauchst, dann machst du wieder Schichtoxide, ähm, brauchst halt hauptsächlich Mangaren, bisschen Nickel, vielleicht noch ein bisschen anderes Zeugs, ähm, wird auch gehen, wird billiger sein als mit Lithium, auf jeden Fall, weil kein Lithium drin ist. Ähm, hast dann höhere Energiedichte. Okay. Ähm, ein bisschen höhere Kosten, nicht ganz so billig wie, wie Preußisch Blau, aber halt billiger als mit, mit Lithium und, ja, mit Lithium und hohem Nickel Anteil und so, aber, äh, wirst immer noch so auf dem Niveau sein von den besten Nickel Akkus, von, von, äh, den besten Lithium-Ionen Akkus von, ich weiß nicht, 2017 oder so. Also, ja, ich glaube, da wird sich niemand groß drüber aufregen, dass man damit dann Auto fährt. Ja. Gut. Cool. Ähm. Ja. Wollen wir so langsam ein bisschen Richtung Ende gehen? Weil, ähm, ich hatte gedacht, das war ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Äh, deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal angesprochen, ja. Ähm, also du hast, ja gut, du hast wahrscheinlich noch ganz viel, was du erzählen könntest, aber schauen wir mal. Ähm, ich kann ja mal einen Aufruf machen, ich fand es jetzt super spannend, äh, liebe Hörenden, wenn ihr es auch so spannend fandet, dann, äh, gebt doch mal Rückmeldung. Äh, ist jetzt heute mal eine etwas längere Episode geworden, manchmal sind sie ja ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Ähm, könnt ihr einmal Rückmeldung geben, ob euch sowas dann Ausführlicheres, äh, besser gefällt oder ob euch, äh, das Kompaktere besser gefällt. Ich weiß jetzt schon, dass ganz viele sagen, das Kompaktere, aber, äh, ich mag eigentlich immer das Längere, deswegen, ja. Ähm, aber mal schauen. Es gibt verschiedene Podcast-Höre, also, ähm, Typen, ja, genau. Ich glaube, das Optimum sind eher so zwei Stunden als vier Stunden, also wir sind schon ziemlich episch geworden. Aber man kann es ja aufteilen, ja, man kann es ja aufteilen und dann in mehreren Steps hören. Man hat eine Pause. Das ist das Schöne, genau. Richtig, ja. Ähm, genau. Und von daher. Kennst du Dan Carlin? Nee, sag ich nix. Kennst du Dan Carlin? Nee, was ist er? Der hat in den USA einen Podcast, der nennt sich Hardcore History. Okay. Und, äh, ja, der hat mit einer Viertelstunde angefangen und ist dann irgendwann so vier Stunden oder so genannt. Äh, also der, der hatte sich, also der hatte sich, also Viertelstunde hat er angefangen und, äh, hat sich dann langsam gesteigert und hat irgendwann gesagt, also eine Stunde. Mhm. Bitte nicht länger, nicht länger als eine Stunde. Ähm, und, äh, irgendwann, äh, ging es dann nicht mehr. Das war irgendwie so punische Kriege oder so. Und dann hat er am Ende die, äh, eine Marathon-Folge mit vier Stunden gemacht und hat dann so das, die Rückmeldung gekriegt, ey, Junge, hör auf, dich zu entschuldigen. Wir haben eine Pause-Taste. Ja. Weil das, das ist so ein Radiomensch, ne? Deswegen kann er auch so viel, so viel labern. Ähm, und, äh, 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 Hardcore-History ist halt, äh, weniger Podcast und viel mehr Hörbuch geworden seitdem. Ähm, und der produziert halt nur noch so zwei, drei Folgen pro Jahr. Ja, gut, das ist dann auch irgendwie verständlich, wenn die jedes Mal so lang sind. Ja, die sind halt ziemlich lang, ziemlich gut recherchiert. Ähm, zugegeben, die letzte habe ich jetzt nicht mehr gehört, das hat mich nicht mehr, ich weiß nicht, irgendwie so Zweiter Weltkrieg, Japan und so weiter, hat mich jetzt irgendwie nicht mehr so vom Hocker gerissen. Okay. Ich weiß auch nicht wieso. Äh, ist halt gerade mal. Ja, ist halt so. Vielleicht kommt's ja noch. Ähm, ja, und, aber ich war immer sehr begeistert davon. Ich pack's mal in die Shownotes, dann, äh, könnt ihr liebe Hörerinnen auch mal reinhören. Und, äh, ich pack außerdem noch eine andere Empfehlung von denen in die Shownotes, und zwar, Kathy Loves Physics History, ähm, das ist ein YouTube-Kanal, den ihr mir empfohlen hattest, und den fand ich auch ganz gut. Da haben wir so ganz viele, äh, physikalische, äh, ja, oder nicht nur physikalische, aber, ähm, ganz viele Basics auch mal erklärt. Und da waren echt ein paar gute Sachen dabei, wo ich mir dachte, aha, okay, das hat mein Physik- oder Chemielehrer damals mir nicht, äh, so erklärt, dass ich's verstanden habe, oder ich hab nicht aufgepasst, kann natürlich auch gut sein. Und, ähm, da erklärt ihr das nochmal sehr, sehr gut und sehr umfangreich. Auf Englisch aber sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja, äh, ich mag halt Geschichte, ähm, gibt noch einen zweiten Podcast, äh, Revolutions, Revolutions Podcast, äh, von, 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 verdammt, wie heißt er? Mike Duncan. Äh, ursprünglich Fischhändler, äh, aber studiert jetzt, äh, Historiker, also er, er hat schon Geschichte studiert, so ist nicht. Ähm, aber, äh, der hat den, der hat wirklich den, den Podcast, nicht diesen Podcast, sondern dem Vorgänger davon, hat er angefangen, äh, als er Fischhändler war, ähm, so halt, irgendwas musst du halt tun, noch so außerhalb davon, und hat halt über, über die Geschichte Roms, äh, referiert und, äh, das in gerade mal 174 Folgen abgehandelt. Okay. History of Rome Podcast. Ungefähr, Ja, ja, so in der Größenordnung. Ja. Ähm, und alles geschrieben, von Hand, und dann gelesen. Oh Gott. Wahnsinnige Arbeit. Mein Gott. Ähm, und, äh, Revolutions Podcast, äh, läuft genauso, teilweise deutlich länger, und ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt schon sind. Ähm, hat zehn Revolutionen durch, und, äh, ist jetzt bei der letzten, also er wird das Projekt jetzt abschließen, mit der russischen Revolution. Oh, schön. Und, äh, es geht gerade um die Ukraine. Okay, interessant, ja. Also wirklich so, 335 Episoden. Wirklich genau, 335, äh, ähm, ja, also, äh, jetzt gerade geht's um die Ukraine, ich hab noch nicht reingehört, äh, die, die Parallelitäten sind halt Wahnsinn. Ähm, ja. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen, also, das ist, ja, äh, äh, ich hab da viel gelernt. Okay. Ähm, hab's auch mal in die Shownotes reingepackt, und dann, äh, schaut gerne mal rein, gebt Rückmeldung, gebt Rückmeldung dazu, wie euch heute hier die Episode gefallen hat. Ähm, wir haben ja noch ein paar Themen, wir sind ja gar nicht komplett durchgekommen, ja, so, also Punkte wie Recycling und sowas, ja, aber ich glaub, das ist ganz gut, wenn wir jetzt mal einen Punkt machen. Und, ähm, dann schauen wir mal, ja, also, äh, was ja auch eine Möglichkeit wäre oder ist, ist, äh, mal vielleicht auch eine kürzere Folge, können wir mal gucken, oder wie auch immer. Ähm, nur zu Natrium zu machen. Ähm, das ist jetzt sehr viel, äh, zur Natrium-Batterie hier, ähm, hatten wir jetzt heute hier auch, ähm, von dir gehört, aber insgesamt auch mal den Lack. Zu Lithium noch, ja. Ja, ja, gut, zu Lithium gibt's eh sehr viel, aber ich hatte jetzt, äh, drei Episoden gemacht, und das reicht jetzt von meiner Seite auch erstmal. wer jetzt noch tiefer in den Bereich Lithium-Batterie einsteigen will, der kann ja dann nochmal auch andere, äh, andere Quellen dann, ähm, recherchieren. Irgendwann muss ich dann, oder sag ich dann auch, soll ja eigentlich eher auch einen, ähm. Ich sag mal, populärwissenschaftlich, Ich glaub, populärwissenschaftlich steigen sehr wenige Tiefe ein, als das, was ich jetzt gemacht habe. Ähm. Ähm. Ich glaub, dass populärwissenschaftlich sehr viele nicht mal so tief einsteigen. Ja, ja, also, äh, ich glaube, also außerhalb der wissenschaftlichen Literatur wirst du nichts finden, dass das, dass das so tief reingeht. Ja. Äh, äh, fürchte ich, ähm, und ich meine, ich war immer noch überflächlich, ne? Ja, gut, äh, klar, aber du hast viele Sachen sehr, sehr gut erklärt, finde ich, und da einfach, ähm, den Raum aufgemacht. Also ich meine, das ist ja auch gar nicht der Anspruch, ja, das ist, ist ja nicht der Anspruch, dass das hier jetzt eine, eine wissenschaftliche Veröffentlichung ist, sondern, äh, wenn ich das machen wollte, würde, dann würde ich halt wirklich wissenschaftliche Veröffentlichungen machen, ne? Ist ja klar. Und, und du ja wahrscheinlich auch, sondern es geht ja darum, einfach aufzuklären darüber und das ist jetzt auch gut, dass es mal ein bisschen, äh, ein bisschen an manchen Stellen ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist, weil was da halt draußen unterwegs ist und da können ja ganz viele Lithium-Experten dazu oder Akkutechnologie-Experten und ich bin übrigens ja kein Akku- oder Batterietechnologie-Experte und kein Lithium-Experte, ähm, aber da gibt's ja viele, die haben ja dann vom Wissensstand her, äh, nur einen Bruchteil davon, ja, und dann können die sich das jetzt anhören und dann sind sie voller Experten. Naja, nicht voll, aber, äh, willst du vielleicht ein bisschen mehr? Ja, also, ich hab halt auch schon gemerkt, ähm, Faradion hatte ein sehr gutes Paper über die Beschreibung von der Akkutechnologie, die die haben und, äh, ich hab das jetzt, das war vor einem Jahr, als ich das gelesen habe, ich hab das jetzt nochmal gelesen und ich hab mitgekriegt, äh, dass ich doch einiges in der Zwischenzeit auch nochmal gelernt habe, also, äh, selbst wenn man das liest und, und so denkt, okay, den größten Teil hab ich jetzt wirklich verstanden, äh, es ist so viel, was man noch dazulernen kann, äh, einfach so in der Zwischenzeit so auch an, was man noch einfach an neuen Gedanken hat, was so von außen einfach reinkommt, von anderen Leuten, die was anderes sich angeschaut haben, äh, manchmal auch so von, halt von, von der Industrie her, ähm, was, oder dass man sich einfach mit jemandem gestritten hat und, und dann nochmal über den Streit nachdenkt und wie das da drin ist oder wie auch immer, ne, wie das halt so ist, ähm, man, man kommt da halt doch nochmal auf ganz neue Perspektiven und, ja, es ist halt so, also, äh, ich denke über Akkus jetzt sehr viel anders nach als vor einem Jahr. Und das wird wahrscheinlich in einem Jahr auch so sein. Also, wenn du in einem Jahr diese Episode noch mal anhören solltest, dann wirst du wahrscheinlich auch denken, hm, okay, interessant, wie ich das damals gesehen habe, aber so ist das halt, ne, und man lernt halt immer wieder dazu und, äh, lernt mehr und, ja, das ist immer nur eine Momentaufnahme, ne, es ist ja auch nur eine Momentaufnahme jetzt hier, die Aussagen, also, ich meine, ich glaube schon, dass die, dass die, dass die, äh, ein bisschen Permanenz haben, also, dass die schon auch in ein paar Monaten immer noch gelten, aber ich hab das ja jetzt auch, ich mach den Podcast seit vier Jahren und ich hab das ja auch, ich hab zu Uran was gemacht, was heute halt zum Teil auch wieder überholt ist, ja, ähm, 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 also, das ist einfach auch veraltet halt einfach auch mit der Zeit und, ähm, aber ein paar Sachen, die man mitnimmt, ist ja auch gut, das ist so, Zeitgeschichte. Ja, zu, zu Uran und Thorium und sowas, da könnten wir uns auch nochmal eine ganze Weile unterhalten. Ui, ja, das haben wir ja schon mal gemacht, so ein bisschen. Ja, ja, wir haben das schon mal gemacht, ähm, und, äh, ja, auf damals TM, was wir am Anfang schon erwähnt hatten, äh, hatte ich auch schon eine Radioaktivitätsfolge, da ist schon einiges dabei. Ah, sehr gut. Ähm, das pack ich auch mal in die Schauen uns rein, denke ich, ähm, Ich wollte ja mal eine Bachelorarbeit schreiben über Fukushima, aber es war gerade zu der Zeit und, äh, hatte, hatte nicht die Gelegenheit dazu. Tja, was, was hast du dann geschrieben? Ähm, Anlaufmanagement. Okay. Bei, ja. Irgendwie, war es VW oder sowas, äh, Autoproduktion halt. Okay, aber ist dann wenigstens an der Münze hängen geblieben, oder? weil, ähm, ein bisschen was ist hängen geblieben, so auch an Gedanken und so. Ach so, okay. Einfach, dass man, dass halt so, so der Aufbau einer Produktion dann doch eine Beide braucht und dass es da immer Probleme gibt, also, dass nur, weil es ein paar Probleme gibt, jetzt nicht heißt, dass alles, äh, dass alles ein Bach runtergegangen ist, sondern das halt einfach so das Übliche ist. Ähm, ja, äh, ich packe mal ganz oben noch, äh, wie gesagt, äh, 34C3 hatte ich ja schon über Helium 3 und über Kernkraft in der Raumfahrt und sowas gemacht, das merkt man schon, also, ich hatte da schon, äh, sehr viel Berührungspunkte damit. Ähm, und ich hatte mal einen Artikel, einen langen Artikel, dann über Fukushima geschrieben, 2018. Ähm, äh, den habe ich auch noch verlinkt oben. Okay, ja, gerne. Und, du wolltest, glaube ich, noch jemanden, ähm, jemanden plangen, oder? Das war von damals TM, glaube ich, der, ähm, damals TM, genau, das war ja, genau, stimmt, äh, das war Vorgespräch. Ich hatte gedacht, das gehörte noch zum, es ist ein paar Stunden her, so gut ist mein Gedächtnis nicht. Ähm, ja, äh, wie gesagt, bei damals TM hat, gibt es eine Folge, äh, wo ich Gast war, auch, es gibt auch eine zu Akkus natürlich, ähm, es gibt, äh, zu Raumfahrt welche, und es gibt auch welche zu Kernkraft, ähm, ich weiß nicht, ob ein oder zwei jeweils, ich, es ist jetzt auch schon eine Weile her, ähm, und, äh, das ist von Ayur, der, äh, unter anderem auch in der C-Base Mitglied ist, und der auch schuld ist, dass ich da jetzt auch Mitglied bin, ähm, mit dem ich halt schon ein paar Mal gepodcastet habe, und das findet man jetzt halt dort, ähm, ja, damals TM, wie es kam, dass es kam, dass es ist, wie es ist, und er kokettiert damit dann auch immer so mit, mit so ein bisschen, äh, er ist halt auch schon etwas älter, und er kokettiert dann halt auch ein bisschen damit, und, äh, ja, ist halt so, man muss auch nicht mit seiner Art unbedingt, äh, ja, einverstanden sein, aber er ist halt, wie er ist, mein Gott. Okay, ich höre auf jeden Fall mal rein, bin sehr gespannt, und, ähm, ja, freue mich, dass, dass er da, äh, das aufgegriffen hat, und dann den Kontakt auch, ähm, ja, hergestellt hat, beziehungsweise dann, äh, dass dadurch auch nochmal den Anschluss bekommen hat, und, ähm, ja, ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, um das hier zu machen. Dazu sollte man sagen, äh, wie gesagt, der Ajuvo von damals TM ist schuld, dass ich hier bin, weil, ähm, das hat mir nicht gesagt, ähm, weil er hört, diesen Podcast hier, und hat gesagt, hey, der hat was über Lithium gemacht, äh, da willst du ganz bestimmt mal reinhören. Und, äh, wollte ich, hab ich, und, äh, hab dich dann mal angeschrieben und gesagt, hey, du übrigens, wir könnten mal was über Akkus machen. Ja, fand ich, äh, ja, haben wir. Sehr gut, sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, das erste Mal, dass ich in dieser epischen Breite über Akkus reden konnte, ist das sehr schön. Vielen Dank. Ja, stimmt, auf dem Kongress hast du ja immer einen Zeitlimitern, ne? Mhm. Ja. Da darf man ja nicht so lange reden. Äh, 30 Minuten, ich hab mich hinterher geärgert, dass ich nicht gesagt hab 45. Ja, also, ich hatte ja nur einen Vortrag, und das war damals über, ähm, über hier die Kritikalität von Rohstoffen, und, ähm, ich hatte damals, glaub ich, 45 Minuten gesagt, und dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, so viel, das krieg ich ja niemals voll. Und dann stand ich oben und war so, immer derselbe Scheiß. Fuck, okay, ich muss jetzt echt auf die Tube drücken, und dann hat man einfach angefangen, schneller zu reden, und, und dann hat das aber noch alles ganz gut hingehauen, auch mit Fragen am Ende, ja. Mhm. Ja, bei dem Akku-Vortrag bin ich fast von der Bühne geschmissen worden, weil ich am Ende, weil ich so, so, so Punktlandung gemacht habe, das aber nicht signalisiert habe, in meinem Auftreten, so, weil ich, weil ich so im Kopf so komplett darauf, äh, also fokussiert war, dann die Punktlandung noch hinzukriegen, und die letzten paar Sätze noch irgendwie, also sehr haltvolle Sätze noch formuliert habe, bis zum Ende, was natürlich nicht so ankommt, wie der kommt jetzt zu Ende. Und, äh, der, der Signal Angel kam schon auf die Bühne, also wirklich so zeitgleich, wo er auf die Bühne kam, und mich sozusagen runterschmeißen wollte, in Anführungszeichen, äh, hab ich Schluss gemacht. Also wirklich so, 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 äh, innerhalb von ein, zwei Sekunden war das beides, ne? Ja, aber das ist dann noch perfekt geteilt. Weil ich halt die, die Zeit bis zum Schluss, ja, ja, bis zum Schluss auskürtelte. Hier ist ja nicht so wichtig. Das stimmt. Ja. Kann ja, wie gesagt, anhalten. Wie gesagt. Gut. Genau. Wie gesagt, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, das mal in der epischen Breite, äh, tun zu können. Äh, vielen Dank, dass du es in dieser epischen Breite gemacht hast. Ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr viel und eine sehr gute Episode dabei rausgekommen. Und, äh, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ihr schätzt das auch so ein. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und, äh, ja. Ähm, ich denke, wir werden... Jetzt bräuchte bloß noch jemanden, der mir in den... Der dir in den Hin... ist, von daher, äh, äh, hast du jetzt, äh, da eine riesengroße Fan-Community, die dir in den Hintern tritt. Ähm, ja, aber warum nicht? Also, kannst du ja wirklich machen. Ist ja eine gute Idee. Die Menge ist da. Ich müsste es halt nur tun. Hast du schon angefangen? Und, äh, nee, also, äh, also, äh, angefangen, in Anführungszeichen. Ja, natürlich, klar, irgendwie so, äh, äh, dreimal angefangen, genau. Aber nicht im Sinne von irgendwie, dass es, äh, zu irgendwas Sinnvollem, zu einem Manuskript gereicht hätte. Dass er eine sinnvolle Länge und Gehalt hätte. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und zwar folgendes. Wenn ihr in einer Organisation arbeitet, die Bücher verlegt, oder wenn ihr Interesse an diesem Buch habt, das der Frank noch schreibt, oder wenn ihr in irgendeiner Form Ideen dazu habt, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ich leite das alles weiter. Oder meldet euch direkt beim Frank auf Twitter zum Beispiel. Und dann, ähm, dann kann man da ja so ein bisschen, äh, Druck aufbauen, sag ich mal. Wäre eine Möglichkeit. Also, äh, Interesse ist prinzipiell da. Äh, es schreckt halt ab, so zu sagen, naja, gut, ich schreibe jetzt das Manuskript. Ähm, dann suche ich jemanden, der ein Lektorat macht. Äh, dann suche ich Illustrationen zusammen. Äh, dann, dann, dann suche ich irgendwie einen Illustrator dazu. Und, und sowas. Und dann weiß ich noch nicht mehr, ob mir das Ding jemand abnimmt. Wenn es sein muss, muss ich es im Selbstverlag machen. Und dann, und dann kommt noch das ganze, äh, Marketing, Promotion und sowas dazu. Äh, und, und, äh, alles alleine. Und niemand, äh, ist da, der das macht und so einen Scheiß. Also, äh, ich, ich sehe halt den ganzen Turm, der da an Arbeit ist, der weit über den Text hinausgeht. Und noch dazu weiß ich, äh, wie viel Aufwand es ist, einen langen Artikel zu schreiben. Und so ein Buch ist nicht nur ein langer Artikel. Ähm. Never Build Before You Sell. Vor allem weiß ich, dass so ein langer Artikel, hä? Never Build Before You Sell heißt es immer. Sorry, hab ich nicht verstanden. Never Build Before You Sell. Ja, ja. Von daher probierst du auch andersrum und schau mal, ob du, äh, das Buch verkauft bekommst und dann schreibst. Dann ist nämlich die Druck, äh, Situation auch eine ganz andere. Allerdings, allerdings. Ja. Schauen wir mal, ob wir dann, äh, wenn wir das nächste Mal voneinander hören, äh, dann das Buchprojekt schon begonnen wurde oder wie es da ausschaut. Haben wir einen schönen Cliffhanger. Ja. Mal gucken. Ähm. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Genau. Wie gesagt, in der Länge her, würde es ja schon reichen. Wir können auch ein Transkript machen und das als Buch rausbringen. Kein Problem. Gut. Jo. Dann bleibt mir... Wie auch immer. Ähm. Ja. Genau das. Gut. Da bleibt mir nur noch zu sagen, äh, immer der schöne Abschlussspruch von Ressourcen.fm, die wichtigste Ressource der Menschheit ist und nun steht der Geist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020